So, wir haben 17 Uhr, Leute. Also, dann schalten wir mal rein. Tada! So sieht nun Hearts of Iron 4 das Titelbild aus. Könnte auch Man the Guns sein. Nein, Spaß beiseite, wir wissen, wie Man the Guns aussieht. So, Leute, an dieser Stelle, natürlich, es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Mir sind keine Bugs über den Weg gelaufen seit dieser Version. Sie haben nämlich eine Version aufgespielt, die mehr oder weniger die Release-Version ist. Und seitdem diese drauf ist, habe ich keine Bugs gesehen. Was beeindruckend ist für Paradox. Dann, es sei noch erwähnt, wenn ihr Interesse an diesem DLC habt, es tickert immer wieder durch. Aber ihr könnt auch mit Ausrufezeichen HOI 4, wenn ihr das in den Chat ballert, bekommt ihr einen Rabatt-Code für Gamesplandet inklusive Link. Jetzt gehen wir mal rein, was bringt uns dieser DLC. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen jetzt hier gespielt, aber wir gehen jetzt hier neu rein. Es gibt jetzt hier zur Auswahl die Zweite Brasilianische Republik. Da können wir schon mal drauf gucken. Dann gibt es jetzt hier Chile. Das ist das, was ich auf YouTube spiele. Und dann haben wir hier noch Argentinien. Das ist das, was ich hier spielen werde. Aber, und jetzt kommt der Gag. Ich verrate euch jetzt gleich schon mal ein paar Gags. Dinge, die ich herausgefunden habe. Nummer 1, Uruguay hat auch einen eigenen Fokusbaum. Und der ist geradezu absurd. Der ist einfach nur Banane. Der ist, also ich nenne ihn Uruguay can go to space. Weil, was, ganz so ernst. Die haben am Ende 25, 25 Gebäudeslots. Und die sind alle voll. In jedem ihrer drei Staaten. Die sind, die, die, die haben am Ende auf diesem kleinen Fleck eine, eine, eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland zu Beginn des Spiels. Äh, dasselbe gilt übrigens auch für Paraguay. Paraguay hat auch einen eigenen. Der ist ähnlich wie der wie Uruguay, aber er ist nicht exakt deckungsgleich. Also, die, die sehen von der Struktur her ähnlich aus. Aber auch die Republik Paraguay can go to space. Das sind die, die sie nicht angekündigt haben, aber die auch drin sind. Und ich kann sie euch nachher zeigen, Leute. Ähm, ganz genau, Friedrich. Das ist auch das, was wir heute machen werden. Wir werden nämlich Uruguay schön ihren Scheiß entwickeln lassen. Ganz genau, das werden wir tun. Eigentlich sollten wir auch Paraguay ihren Scheiß entwickeln lassen. Ähm, tatsächlich, ähm, bin ich der Meinung, dass, äh, Argentinien, von meinem jetzigen Standpunkt aus, ähm, mit diesem DLC ein unglaublich fantastisches Anfängerland ist. Wenn man also dieses Spiel lernen möchte, mit seiner eigenen Geschwindigkeit und sich nicht gleich mit den Alliierten abfacken will, so wie mit Deutschland, ist aus meiner Sicht Argentinien ein Top-Einsteigerland mit diesem DLC geworden, weil du nämlich auch sehr, sehr viele Kriegsgründe bekommst. Und dir steigen die Alliierten, wie gesagt, nicht aufs Dach. Vor allem, wenn man es auf historisch spielt. Äh, Chile ist sehr, sehr witzig, ist am Anfang sehr, sehr schwach und hat am Ende, wenn man es so spielt, wie ich es auf YouTube spiele, so dermaßen Bonis gesteckt, dass, äh, selbst die Preußen sagen, also ihr übertreibt aber. Ähm, aber da musst du erstmal hinkommen. Und eine Warnung muss ich an dieser Stelle noch aussprechen, äh, bevor ich noch zu Brasilien komme. Also, man sollte, wenn man das Spiel üben will, es historisch spielen, denn, ähm, also jetzt mit diesem neuen DLC, weil nämlich, ähm, jetzt hier allerhand Bullshit passieren kann, wenn die sich von der historischen Linie abschweifen lassen, also die KI-Nationen. Das erlebe ich nämlich zum Beispiel im YouTube-Let's Play, ohne zu viel zu spoilern. Das spiele ich nämlich nicht historisch und das führt dazu, dass manche Nationen kommunistisch oder faschistisch wird und ein deutlich stärkeres Militär hat, als es normalerweise haben sollte. Moment, Friedrich, also gibt es weiterhin diese komische Mechanik? Nein, es gibt eine leicht andere Mechanik. Sie ist nicht mehr exakt die gleiche. Eine Sache noch, es gibt natürlich auch noch Brasilien. Brasilien habe ich am allerwenigsten gespielt. Ich kann momentan nicht einschätzen, wie stark Brasilien wirklich ist. Man kann mit Brasilien auch die Einheit machen, mit Portugal, allerdings aus Sicht von Brasilien. Und man kann natürlich noch mehr machen. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein. Wir spielen also ohne Iron Man, historisch, als Soldat, auf normale Schwierigkeit. Und, was haben wir eigentlich hier für negative Traits? Warte mal, die können wir uns eigentlich gerade nochmal angucken. Also, wir diskutieren sie mal ganz kurz. Also, erstmal Argentinien. Es gibt jetzt das Marinewettrüsten. So heißt das jetzt. Das ist ein bisschen anders. Dann gibt es jetzt hier das berüchtigte Jahrzehnt. Ihr seht, wir verlieren also Stabi, Kriegsunterstützung, politische Machtkosten. Und ich muss gerade eben, Moment, das hier noch anmachen, Leute. So, dich mache ich mal hier hin. So, damit es auch alles seine Richtigkeit hat. Verlieren auch noch erhöhte politische Beraterkosten und wir haben tägliche Unterstützung für Neutrale. Hallöchen auch an Devil, Hallöchen auch an Darkestmaster, Deckcrack, willkommen. Hat die Dominikanische Republik einen Baum bekommen? Nein. Ich habe die, ich habe die alle durchgeguckt. Alle. Es sind diese Länder hier unten. Diese hier. Brasilien, Paraguay, Uruguay, Argentinien und Chile. Nicht einmal die Bolivianische Republik. Auch nicht Peru. Auch nicht Ecuador. Auch nicht die Kolumbien. Vincenna. Die haben alle nichts bekommen. Auch diese kleinen Länder nicht. Auch diese Länder hier nicht. Also, ich habe sie alle durchgeguckt. Es sei denn, sie hätten es später nochmal durchgepatcht. Es gibt auch noch ein paar kleine Goodies. Das zeige ich euch auch. Ihr könnt nämlich hier, ähm, das hier ist offiziell Chile. Wenn ihr Chile spielt, könnt ihr das, äh, Inselkönigreich Rakanui erschaffen. Und ich erschaffe es in meinem Let's Play of Chile. Und ich zeige euch auch in meinem Let's Play, wie es aussieht. Was ein bisschen tragisch ist, das habe ich aber auch schon direkt zurück, äh, geschickt ein Paradox, dass ich das doof finde. Es hat nur einen generischen Fokusbaum. Und das gilt leider für alle Nationen, die ihr hier noch gründen könnt. Denn ihr könnt auch Indio-Reiche, das Inka-Königreich und so weiter und so fort gründen. Aus diesen anderen Nationen heraus. Aber die haben alle nur generische Fokusbäume. Das ist ein bisschen schade an diesem DLC. Aber es tut aus meiner Sicht trotzdem der Sache nicht unbedingt einen großartigen Abfall. Weil wir haben fünf, aus meiner Sicht, gute bis großartige Fokusbäume. Wirklich gut bis großartig. Also ich habe keinen gefunden, der scheiße war. Ähm, die waren alle brauchbar. Wenn nicht sogar, wow. So, aber jetzt gehen wir nochmal weiter. Wir haben dann hier auch noch hier das, äh, ROKA-Rundzimmern-Abkommen. Also ihr seht, wir haben auch noch hier erhöhte Faktor für Konsumgüter. Wir haben auch noch mehr Ressourcen für den Weltmarkt, die wir bereitstellen müssen. Äh, Handelsgesetz und Wirtschaftsgesetzkosten verändern ist höher. Und wir bauen dafür schneller Zivilfabriken. Was hat Chile? Chile, ähm, hat von Anfang an hier den Mapuche-Konflikt. Wir haben also einen Konflikt mit den, äh, Ureinwohnern, der übrigens in echt bis heute noch existiert in Chile. Ähm, der, wie ihr sehen könnt, die rekrutierbare Bevölkerung reduziert, mehr Konsumgüterfabriken verlangt, Kriegsunterstützung reduziert und, äh, die Beibehaltung des Produktionserhalts reduziert. Aber dafür haben wir das Hacienda-System, das sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt in Chile. Da gibt es auch eine reduzierte Bevölkerung als Rekrutierungsfaktor, weniger Stabilität. Gibt aber dafür mehr Produktionsleistungsobergrenze und mehr, äh, mehr Kommunismus pro Tag. Dann gibt es auch hier, äh, nee, dann gibt es die beinahe anarchische Gesellschaft, die nochmal die politische Wachstum reduziert, Stabilität und Kriegsunterstützung und dafür wiederum Faschismus verstärkt. Also ihr seht, Chile hat eine Menge Herausforderungen. Chile ist auch das Land, das die meisten uniken Einheitentypen hat. Ihr könnt dort wirklich Indio-Truppen rekrutieren. Und ich habe sie zu Gebirgsjägern gemacht. In meinem Let's Play. Ähm. Dann gibt es hier noch die republikanische Garde, was endlich mal was Vorteilhaftes ist, wie ihr sehen könnt. Das kontert ein paar dieser negativen Traits aus. Und auch hier das Marinewettrüsten. Dann haben wir Brasilien. Brasilien startet auch mit dem Marinewettrüsten und mit einer separatistischen Gefühlen. Also die starten eigentlich quasi schon so ein bisschen am Rande im Big Trouble House. Äh, also bürgerkriegsähnliche Zustände und so ein Scheiß. Dann haben wir noch Paraguay. Da ist nicht viel zu sehen. Die haben, wie ihr sehen könnt, die Folgen des Chaco-Krieges. Was uns, äh, was, was die dann wiederum hier jede Menge Rekrutierbare reduziert. Kriegsunterstützung reduziert, Angriff und Armee reduziert. Und auch Zeit, um Kriegsziele zu rechtfertigen. Also die haben überhaupt keinen Bock auf Krieg. Und haben darüber hinaus auch noch die Nachwirkungen des Dreibunds, was ihnen auch noch monatlich die Bevölkerung wegrennen lässt. Und Uruguay. Uruguay hat einfach nur Toaster. Und, äh, die wollen noch mehr Toaster. Wie gesagt, Uruguay can go into space. Aber jetzt gehen wir mal rein, damit ihr mal seht, was die Fokusbäume so mit sich bringen. Also gibt's noch genügend DLCs für Hartz auf 1 und 4 in Zukunft? Ich gehe ganz stark davon aus. Also, wie gesagt, also, ich hatte eigentlich ehrlich gesagt mit Trials of Allegiance gerechnet, dass sie irgendwas hier mit der bolivarischen Geschichte machen. Aber das haben sie sich offensichtlich noch aufgehoben, Leute. Also tatsächlich ist es so, ähm, dass ja normalerweise Kolumbien, Peru, Ecuador, Venezuela war ja irgendwann mal ein Land und auch Teile von Brasilien. Ähm, das, äh, wird wahrscheinlich alles irgendwann mal nochmal kommen. Würde ich jetzt momentan mal annehmen. Hallöchen Hock. Hat Brasilien noch das Portugal-Problem? Was für ein Portugal-Problem? Bitte, äh, definiere. So, also, ähm, ich fange jetzt einfach mal ganz, ganz kurz mal an. Also wir starten jetzt hier. Also die meisten dieser Nationen haben am Anfang nur zwei, ähm, Forschungsteams. Die meisten können vier bekommen. Uruguay und Paraguay können fünf haben. Es ist einfach trollig. Ähm, hier gibt es keine großartigen Änderungen. Wir machen hier ganz, ganz normal Elektrotechnik als allererstes und Produktion. Ähm, dann, äh, gucken wir uns mal an. Wir starten hier mit satten drei Militärfabriken. Das haben die meisten, außer Uruguay und Paraguay. Die haben nur zwei. Äh, und ich bin mir nicht bei Chile gerade eben nicht ganz sicher. Äh, wir starten ja auch schon mit, äh, kleineren Flugzeugteilen. Das hauen wir mal raus. Damit fangen wir gerade eben aus meiner Sicht überhaupt nichts an. Was wir auf jeden Fall reinnehmen sollten, ist, dass wir, ähm, Eisenbahn bauen. Und wir sollten Artillerie bauen. So, das ist das Ding, was wir jetzt hier als erstes machen. Und gleich gucke ich mir auch natürlich, äh, wo will ich eigentlich einkaufen. Ich kaufe ein in Great Britain. So, wunderbar. Hallöchen auch an, äh, Steven. Willkommen. Marzipan-Bieberl. Arathmetik, äh, Blackdrift. Schön, dass ihr alle da seid. Der Herrscher. Willkommen auch an Baltobi. Hallöchen auch an den Max Gamander. Willkommen, willkommen, Leute. Also, äh, wir starten mit nicht allzu vielen Truppen. Die Truppen, äh, die wir tatsächlich bei, ähm, bei, bei Argentinien haben, sind sehr, sehr typisch. Da ist nichts Besonderes dabei. Wenn ihr die weirdesten, wildesten Einheiten sehen wollt, dann müsst ihr Chile spielen. Da gibt es auch so Einheiten wie Carabineros und, äh, verschiedenste Arten von Indios, die auftauchen können, wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft, ne? Die sind nicht garantiert da. So. Jetzt gucken wir mal hier rein. Wir haben hier einen Anführer. Das ist der Augustin Pedro Justo. Der ist ein betrügerischer Industrieller und wahrscheinlich auch Schuld an unserer politischen Korruption, die wir hier haben. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die vorhin der Friedrich schon gestellt hat, äh, wie ist es eigentlich jetzt hier mit dieser Garantie der USA? Das Ding heißt jetzt Monroe-Doktrin. Die Vereinigten Staaten haben im Zuge der Monroe-Doktrin versprochen, die westliche Hemisphäre von, äh, dem Eingreifen der Kolonialmächte zu schützen. Das bedeutet, dass uns die USA bei einem Übergriff auf unser Territorium wahrscheinlich, nicht mal mehr garantiert, wahrscheinlich zu Hilfe kommen würde. Aber nur, wenn europäische Kolonialmächte das versuchen. Die haben das System also verändert, wie ihr sehen könnt. Sodass diese Fragwürdigkeit raus ist, äh, mit dem garantiert und so weiter. Also, das heißt, wir können frei wüten in Lateinamerika, solange wir ein Lateinamerikaner sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hab's nicht ausprobiert, aber vielleicht können auch Chinesen und Japaner und Australier angreifen. Ich weiß es nicht. Ich halte es für möglich. Aber die Monroe-Doktrin, wie gesagt, weitergelesen. Doch das bedeutet, dass uns die USA bei einem Übergriff, äh, äh, wahrscheinlich zu Hilfe kommen würde. Falls unsere Politik jedoch nicht mehr mit ihren übereinstimmt, sind wir ungeschützt. Das heißt also, wenn wir etwas machen, was die USA verärgert, ähm, dann entziehen sie uns den Monroe-Doktrin-Schutz. Und das heißt, dass Spanien, Frankreich, Briten, Deutsche, Italiener, wer auch immer, theoretisch uns angreifen könnte. Wenn wir jetzt hier mal gerade eben mal auf die Diplomatie gucken, wie ihr sehen könnt, äh, die haben keine Garantie mehr auf uns an dieser Stelle. Also, warte mal, ich kann auch mal gerade eben mal hier gucken. Na, es gibt keine Garantie auf irgendeinem Land. Das ist raus, Leute. Also, das, aber auch die anderen Nationen haben alle diese Monroe-Doktrin. Also, alles, was Mittel- und Lateinamerika ist, ist im Grunde unter dieser, ja, oder weitgehend alle. Also, ich glaube, die nicht. Doch, auch die hier. Also, ihr seht, in ganz Mittel- und Lateinamerika herrscht überall die Monroe-Doktrin. So. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, also, die USA haben da schon als Hegemon ihre Hand drüber gehalten. Gut, ähm, dann gucken wir mal jetzt erstmal, dass wir Sachen bauen. Ich baue jetzt erstmal ein paar ganz normale, ihr seht schon, wir sind schon sehr, sehr gut hier in, äh, äh, nee, nicht Rio, die sind hier, Buenos Aires. Buenos Aires heißt das Ding hier. Ähm, haben wir schon komplett ausgebaut. Wir bauen damit jetzt hier nochmal ein paar weitere Zivilfabriken jetzt hier erstmal rein. Wir haben fünf ungenutzte Fabriken am Anfang. Die werden wir auch sofort benutzen, um einen Nachrichtendienst zu bilden. Wie wollen wir diesen Nachrichtendienst denn nennen, Leute? Macht mal Vorschläge. Beziehungsweise, ihr dürft natürlich auch, ähm, Einheit oder Held benennen verwenden, wenn ihr die Punkte dafür habt. Hallöchen Ventris. Es gibt auch mehr Provinzen. Ja, das, ja, ja, das macht auch Sinn, dass es mehr Provinzen gibt, sonst hast du ja, es gibt auch deutlich mehr Ressourcen. Ich zeige euch auch gleich, wie es jetzt mit der Ressource aussieht. Mörpitos. Also, Cromwell, wenn du dir schon sowas ausdenkst, dann kannst du auch Punkte dafür ausgeben. Währenddessen ihr gerade eben noch überlegt, zeige ich euch mal gerade eben, wie es jetzt hier mit den Ressourcen aussieht. Tada! Ihr seht, es gibt jetzt endlich, okay, Mörpitos ist es. Äh, ihr seht, es gibt jetzt endlich mehr Öl. Ich finde sogar eine Menge. Es gibt auch, wie ihr sehen könnt, hier schon Gummi. Und das kann man teilweise noch ausbauen. Es gibt hier hier Stahl, Chrom, äh, Wolfram, zum Beispiel in Chile. Uruguay hat auch ein bisschen Stahl. Äh, hier oben gibt es sogar eine ganze Menge, äh, Chrom, so wie es auch, äh, Entschuldigung, Wolfram. Und so weiter und so fort. Also, ihr seht, da ist ein bisschen was passiert. Es ist nicht übertrieben, aber es ist ein bisschen was passiert in Lateinamerika, würde ich mal behaupten. Was die Ressourcen angeht. Und wie gesagt, die sind auch noch ausbaubar. Jetzt muss ich an dieser Stelle betonen, dass insbesondere die Lateinamerikaner in ihren Fokusbäumen, ähm, absurde Möglichkeiten haben, die Ressourcenproduktion zu steigern. Aber das gilt nur für sie. Also, wenn du als Westlicher da hinkommst und das einfach eroberst, funktioniert das nicht, weil das Staatseffekte sind. Es erhöht nicht den Effekt quasi, da ist jetzt dann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, 12.000 mehr Eisen, sondern sie erhöhen einfach die Ressourcenproduktion, solange Uruguay, solange Argentinien, solange Chile oder Paraguay oder Brasilien auf diesen Ressourcen als Kernland sitzt. So funktioniert das. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Also, es gibt einen riesen Bansch an Beratern, und zwar in jedem dieser Länder. Die kann ich gar nicht alle vorstellen. Da sind eine ganze Menge da. Wir haben hier, ähm, wir sehen könnt auch einige schöne Militärtheoretiker unterschiedlichster Couleur. Die haben zum Beispiel die Spezialisierung Feuerüberlegenheit oder großer Schlachtplan, können sie machen, oder auch einen neuen neutralen Militärtheoretiker, könnte man sich gönnen. Dann gibt es hier einige Industriekonzerne. Das hier ist der geilste überhaupt. Den werden wir auch sofort forschen. Äh, den kann man auch sofort forschen hier. Banco Central de la República Argentina. Äh, sorgt dafür, dass wir minus 5% auf die, ähm, Konsumgüter haben und 20% mehr auf die Forschung für Industrie. Also, Lateinamerika kann wirklich krass, äh, Industrie machen, wenn sie wollen. Dann, wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen Angriffsexperten in Argentinien. Die anderen Länder haben natürlich auch manchmal Verteidigungsexperten und so weiter und so fort. Hi Solostius, grüß dich. Wie ist was passiert? Steigert ist dann auch die Exportmöglichkeit. Äh, das habe ich noch nicht rausfinden können, Radigunde. Das habe ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur für den eigenen Gebrauch. Aber das ist eine komplett neue, äh, Technologie. Also eine neue Art von Spielmechanik. Dann haben wir noch den Basilo, bla bla bla. Ihr seht, der macht noch Ausbildungszeit. Dann haben wir hier zwei Leute für die Häfen, zwei Leute für Flugzeuge. Hier ein paar Leute, ähm, also hier muss man noch eine Menge ausbilden. Wir sehen können, das sind nur vier Stück da. Aber da kommen auch welche dazu. Es verschwinden auch welche. Ihr kennt das, je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft. Ähm, wir können auch später eventuell, wenn wir bestimmte Entscheidungen treffen, äh, Deutsche, Briten, Italiener, Spanier einladen, die dann uns helfen. Da geht also so einiges. So, und jetzt gucken wir uns natürlich den Fokusbaum an. Zunächst einmal unseren Fokusbaum. Der ist, wie ihr sehen könnt, wie so oft, sehr, sehr groß. Das hier ist der ganze militärische Klimbim. Hier haben wir also Gedöns, die mit Nautik zu tun haben. Hier haben wir Gedöns, die mit, äh, Flugplätzen zu tun haben. Da seht ihr zum Beispiel direkt schon mal hier eine Militärfabrik ist dabei. Und hier haben wir Gedöns, die mit Bodentruppen zu tun haben. Da sind auch tatsächlich Sachen dabei, die ich wirklich geil finde. Wie zum Beispiel, dass wir, und Gott sei Dank, ich weiß auch, Leute, ich habe mit Paradox darüber geredet. Und sie haben es gemacht. Jede dieser Nationen, die ich euch gesagt habe, diese fünf, kann einen zusätzlichen Agentenplatz freischalten über den Fokus. Dann hast du drei Agentenplätze. Gott sei Dank, haben sie sowas gemacht. Weil ich habe denen geschrieben, dass es einfach nur die Pest ist mit kleinen Nationen. Es braucht jede kleine Nation, nicht nur Japan, Marzipan, also jede kleine Nation, die einfach nicht die Wirtschaftskraft hat. Am Anfang, sich einfach mal so einen Geheimdienst aufzubauen, wo du einfach sagst, quasi, ja, wenigstens habe ich einen Geheimdienst. Nee, du brauchst ja diese fünf blöden Fabriken. Versuch mal mit Estland, früh im Spiel einen Geheimdienst aufzubauen. Und jetzt haben sie es gemacht, dass du dadurch noch ein paar kleine Boni bekommst. Ein paar kleine Boni. Und wir starten wenigstens schon mit fünf benutzbaren Zivilfabriken. Das heißt, du kannst gleich anfangen mit dem Geheimdienstgedunst. Und das werden wir auch tun. So, aber jetzt gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir alles, was mit Wirtschaft zu tun hat. Die grundlegende Struktur ist nämlich jetzt übrigens immer gleich. Also alle fünf Nationen haben im Grunde diesen Tree, diesen Tree, aber die sehen nicht immer exakt gleich aus. Die sehen nur ähnlich aus. Da sind manchmal ähnliche Dinge drin, manchmal auch die gleichen, aber dann gibt es auch wiederum nationale Unterschiede. Die dann ihre Einzigartigkeit hervorheben, um es mal so zu sagen. Also wie gesagt, hier hat es dann jede Menge Wirtschaftsgedöns drin, wie zum Beispiel das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Das werden wir auch als allererstes tun. Hier die Banco Central. Dann können wir auch schneller Wirtschaft forschen. Dann gibt es hier, wie ihr sehen könnt, wenn wir hier runter gehen, ein Forschungsteam. Wo wir hier, wie ihr sehen könnt, noch mehr Produktionsboni für Forschung, Elektrotechnik und hier Baugeschwindigkeit bekommen. Dann gibt es hier die industrielle Expansion. Hier mehr Zivilfabriken. Es sind sogar nicht einmal wenige. Dann gibt es hier zwei Militärfabriken. Und dann können wir uns da unten entscheiden, ob wir hier das Rukiman-Abkommen neu verhandeln. Oder ob wir es einfach kündigen, was die Briten, glaube ich, nicht so gut finden werden. Hier gibt es noch mehr Infrastruktur. Hier gibt es, wie ihr sehen könnt, auch weniger Konsumgüter. Infrastruktur, die an die Großmächte wenden. Wirtschaftliche Steuerreform, Infrastruktur. Wie ihr sehen könnt, jetzt gibt es ja, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die nur eine gewisse Zeit lang laufen. Wie zum Beispiel jetzt hier 365 Tage lang investiert in Straßen. Wenn man das macht, sollte man halt Straßeninfrastruktur bauen, weil man dann halt 15% statt die Infrastruktur baut. Das gibt es in vielerlei Hinsicht. Das gibt es auch in irgendwelchen Kampfboni. Zum Beispiel werden wir einen Kampfbonus haben, der uns, glaube ich, für 720 Tage lang einen Bonus gegen Brasilien gibt. Dann, wie ihr sehen könnt, können wir hier zum Beispiel mehr Stahl machen. Und hier seht ihr, das ist der Punkt, Ressourcengewinnung, temporärer Effekt für 365 Tage, Fokus auf Ressourcengewinnung. Bekommen wir also für ein Jahr 15% mehr Ressourcengewinnung. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Dann gibt es hier, wie gesagt, mehr Eisenbahngedöns, Aluminiumgedöns und hier unten können wir dann nochmal mehr synthetische Ressourcensachen machen. Und jetzt kommt der Gag. Wir können auch hier, wie ihr sehen könnt, dann unsere Staaten verbessern. Einwanderung, das können sie alle. Wir können dann uns aussuchen, welche Art von Ethnie oder was heißt Ethnie oder von Nationalität, Deutsche, Spanier, Italiener, wir anlocken über Entscheidungen. Und die gehen dann in diesen Staat rein und verbessern dann, und jetzt geht es los, die Baugeschwindigkeit dort um ein paar Prozente und die dort verfügbare Manpower um 40% dauerhaft. Wenn man da die richtigen Staaten auswählt, macht es Boom, Schakalaka. Dann gibt es hier noch Zivilfabriken und so weiter. Also ihr seht, das ist ein sehr, sehr nettes Teil. Und jetzt kommen wir hier zu unserem politischen Bereich. Also nicht alle, die drei großen Nationen, Chile, Argentinien und Brasilien, haben immer im Grunde einen, die klassischen Pfade. Die haben immer quasi einen kommunistischen Pfad, immer einen demokratischen Pfad und immer einen neutralen Schrägstrich faschistischen Pfad. Wie man da reinkommt, ist bei denen immer unterschiedlich. Hallöchen, Sef, Dankeschön für deinen Primes-Up. Hier zum Beispiel in Argentinien haben wir einen großen kommunistischen Pfad, wo wir spanische Republikaner zum Beispiel einladen können und dann am Ende entscheiden können, also gehen wir mit der Sowjetunion oder machen wir unser eigenes Ding. Ihr seht, die teilen sich dann hier auch noch eine ganze Menge Zeug. Und dann können wir da unten, weitgehend unabhängig davon, was wir gemacht haben, wie ihr sehen könnt, also das führt am Ende hier letzten Endes hier wieder zusammen, den Kontinent vereinen und hier quasi ein Lateinamerika de facto herstellen, das inklusive sogar Mexiko ist, wie man hier auf der Karte hier leicht angedeutet sehen kann. Oder man kann auch, wie ihr sehen könnt, die territorialen Gebiete integrieren, dann werden die Kernländer, das kann man auch machen. Also da gibt es einige Sachen, die ihr machen könnt, kann man auch Patagonien noch entwickeln, wie ihr sehen könnt, also gibt es einiges. Dann, das ist glaube ich der eher historische Pfad für, also weil Perron hier mit drin ist, das, da, hier haben wir also die Wahl dann letzten Endes hier so ein bisschen, ne Quatsch, ne Quatsch, das ist überhaupt nicht der historische, das ist der demokratische Pfad. Da können wir also komplett demokratisch werden und so eine Art Bollwerk der Demokratie werden. Wir können uns auf uns selbst konzentrieren, wir können uns auf die USA konzentrieren, wir können uns auf die Briten konzentrieren. Ähm, und, ähm, ja, uns dann die Monroe-Doktrin angleichen, also ihr seht, da ist auch eine ganze Menge möglich, ich hab den aber nicht gespielt. Äh, ausprobiert hab ich diesen Pfad hier, da habt ihr jetzt hier am Anfang die Wahl, also erstmal nach rechts zu rutschen. Das hier wäre dann der diktatorische Pfad, royal-diktatorisch, ist es eher diktatorisch, da geht's also zu Perron. Und das hier wäre ein faschistischer Pfad mit Argentinien, ähm, den ich aber nicht gespielt habe. Ja, ich hab aber tatsächlich diesen Pfad hier gespielt und, ähm, da bekommen wir dann auch die Möglichkeit hier, den Süden zu beherrschen, bekommen Kriegsansprüche auf Paraguay, auf Uruguay, ähm, und können dann, ähm, ja, einige der lateinamerikanischen Staaten tatsächlich auch integrieren. Das ist also möglich an dieser Stelle, was wir hier machen können. Das wäre jetzt also jetzt hier Argentinien. Jetzt zeige ich euch mal, wie Uruguay aussieht, Leute. Uruguay sieht komplett anders aus, also ich hab euch ja gesagt, na, Chile und Brasilien haben ähnliche Fokusbäume. Uruguays Fokusbaum sieht gänzlich anders aus auf der linken Seite. Hier haben wir auch quasi wiederum dieses militärische Gedöns, ich hab euch gesagt, na, das ist sehr, sehr gleich. Aber hier gibt's schon eine Änderung. Uruguay und Paraguay, wie gesagt, können beide go into space, weil sie können das, äh, Wirtschaftswunder durchführen. Das Wirtschaftswunder ist etwas, das ihnen, ähm, eine wahnsinnige Baugeschwindigkeit gibt für 720 Tage, ähm, wir bekommen hier, wie ihr sehen könnt, ein Arschvoll Zivilfabriken als Uruguay, hier noch mehr Stahl und Öl. Und dann gibt es drei zusätzliche in Abhängigkeit, wie viele Fabriken wir haben. Ähm, also da ziehen aber alle Fabriken, auch die Militärfabriken rein, ähm, können wir bis zu drei Forschungsteams als Uruguay uns verdienen. Wir können hier, wie ihr sehen könnt, auch ansonsten hier noch unsere, ähm, unsere Länder verbessern, indem wir, äh, also auch hier noch weitere wirtschaftliche Dinge tun, uns auf Export fokussieren, ähm, noch mehr Infrastruktur reinballern. Und jetzt geht es hier los mit, äh, besonderen Boni. Also man muss dazu sagen, dass manche von diesen Sachen hier, im Zusammenhang mit der Schwerindustrie und der Rindfleischindustrie, nicht schon, die Landwirtschaftliche Industrie und die, äh, und die, die, die Rindfleischindustrie, diese beiden Dinge hier hängen von irgendetwas anderem ab, ich weiß gerade eben bloß nicht mehr, was es ist, irgendwo war da was, dann werden diese beiden Dinge hier noch besser. Hi Radikal, grüß dich, danke dir für den Primes ab. Also, man kann aus diesen Fokusdingern hier sogar noch mehr rausholen, als jetzt momentan dran steht. Das ist ähnlich wie mit Frankreich und ihren, äh, Entwickler dieses und jenes, ne, das, das muss man aber alles erstmal durchsteigen, ich weiß es aber gerade eben nicht mehr auswendig. Dann haben wir hier noch, wie ihr sehen könnt, äh, hier die Streit, äh, die alte Streitigkeiten wieder aufleben lassen. Dann können wir, wie ihr sehen könnt, hier, äh, hartes Durchgreifen, ähm, also es ist im Grunde eine Streitigkeit im Grunde zwischen Brasilien und Argentinien, die wir im Grunde ausnutzen können. Ähm, die wir hier letztendlich durchführen können. Und jetzt kommt hier der Gag, ne, also ihr seht, das hier ist ein deutlich überschaubarerer Fokusbaum, der funktioniert auch anders als die anderen. Hier unten können wir erst eine Entscheidung treffen, wenn es 1938 ist und dann, ähm, entscheiden wir, welche Partei die Wahl gewonnen hat. Und je nachdem, welche Wahl wir gewinnen, äh, können wir zum Beispiel hier den Ruralismus uns hier holen, wie ihr sehen könnt, der hier absurde lokale Mannstärke-Boni bringt. Plus 200, plus 300 Prozent lokale Mannstärke. Okay, da machst, da gewinnst du plötzlich mal als Uruguay 100.000 Mann rekrutierbare. Ähm, das ist echt brutal heftig hier. Das hier ist aber auch im Grunde, äh, so eine Art, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine Art diktatorischer Pfad auf dieser Seite hier. Ähm, man kann aber auch, wie ihr sehen könnt, sich jetzt hier, äh, de facto an die Achsenmächte ranwanzen. Und man kann sich auch, glaube ich, weiterhin neutral, nee, warte mal, das ist Achsenmächte. Genau, das hier war irgendwas mit Achsenmächte. Genau, das hier war also der rechte Pfad und das ist der demokratische Pfad, ähm, von Uruguay. Okay, und die haben auch sehr, sehr coole Boni und wie ihr seht, also hier kann man, auf dieser Seite kann man den Alliierten noch beitreten und helfen. Und hier kann man halt de facto, äh, sagen, nö, ich mach mal ein eigenes Ding, scheiß auf das, was in Europa geht. Dann haben wir Paraguay. Paraguay, wie gesagt, sieht auf den ersten Blick ein bisschen ähnlich aus, hat also genau dasselbe auch hier, des Militärgedöns. Dann haben sie auch hier Can-Go-Into-Space. Ähm, Hallöchen DKS-Mo, Hallöchen Klausek. Dann haben sie hier eine leicht abgewandelte Variante hier, aber sie ist trotzdem sehr, sehr ähnliche mit diesem anderen Kram. Und dann gibt es hier noch, ähm, mit den alten Mächten treffen und langfristige Waffenabkommen, wie ihr sehen könnt. Da gibt es dann hier noch, äh, Kosten für Lizenzkauf von Waffen. Das ist also besonders bei Paraguay. Und ihr seht, Paraguay funktioniert dann anders als Uruguay. Da haben wir also die Wahl hier, äh, uns quasi hier an die Amerikaner zu wenden. Oder, dass wir uns tatsächlich alleine hier verhalten und einen kommunistischen Pfad einschlagen können. Unter anderem. Oder auch den Achsenmächten beitreten, wenn wir hier ganz da drüben sind. Das wäre dann der faschistische Bereich. Das hier wäre dann eher so der Bereich, der uns, glaube ich, in den Kommunismus teilweise bringen würde. Oder auch zu den Alliierten. Also, es ist sehr, sehr wild. Also, das, die sind... Genau, ich mache Argentinien. Also, die sind sehr, sehr wild aufgestellt, äh, was sie hier machen können. Äh, dann, wie gesagt, kommt noch Chile. Chile stelle ich euch sehr, sehr ausführlich im YouTube Let's Play vor. In der ersten, in den ersten beiden Folgen. Äh, auf Mr. Merp. Könnt ihr ausrufe, sage ich, in YouTube in den Chat machen, wenn ihr euch, äh, das mal anschauen wollt. Aber da gehe ich auch auf die anderen Fokusbaume ganz kurz mal ein. Also, nicht so ausführlich wie jetzt. Und das hier ist jetzt hier der Fokusbaum von Uruguay, äh, von Chile. Chile, wie ihr sehen könnt, hat auch hier wieder seinen Wirtschaftsteil. Da müssen wir am Anfang eine Entscheidung treffen. Entweder gehen wir auf, äh, mehr Ressourcen oder wir gehen auf mehr Infrastruktur. Das ist also schon eine vorgefertigte Entscheidung. Die verbietet uns dann halt entweder das da oder das da, wenn wir das jeweilige andere nehmen. Auch hier hat es dieses ganze Militärgedöns, was ich vorhin schon angesprochen habe. Und dann gibt es hier, wie ihr sehen könnt, einen ganz, ganz großen Bereich, der uns auf die rechte Seite führt. Ähm, das hier, also, was heißt auf die rechte Seite? Also, äh, ich werde im YouTube Let's Play diesen Pfad hier spielen. Ähm, da kommen wir voll und ganz in eine total wilde Nummer rein. Denn, äh, Paradox hat, so wie es aussieht, einen alten König Antoine ausgegraben. Einen französischen König, der wohl mal für zwei Wochen gefühlt irgendwie sowas in der Art und Weise König von Chile war. Und mit dem kannst du de facto die halbe Welt erobern. Ähm, also, was, du kannst nicht alles kernen, aber du bekommst Ansprüche auf Corsica, auf ganz Frankreich, ja, als Chile. Äh, du bekommst Ansprüche auf Argentinien, du bekommst Ansprüche auf, äh, Uruguay, auf Paraguay und du bekommst Ansprüche auf Kanada. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber das, äh, kann man machen. Ähm, dann, dieser Pfad hier, wie ihr sehen könnt, ähm, den kenne ich noch gar nicht so richtig. Ich weiß gar nicht genau, was da hier eigentlich abgeht. Ich glaube, das ist auch ein Neutraler. Also, ihr habt eine Menge Entscheidungsmöglichkeiten. Hier gibt es auch noch, so wie es aussieht, irgendwas mit Indios. Die haben auch was mit Indios übrigens. Und dann gibt es noch, wie ihr sehen könnt, einen mittleren Pfad, der uns jetzt hier eher so in die Demokratie, glaube ich, führt. Aber wir können hier dann noch abzweigen aus der Demokratie und noch einen kleinen kommunistischen Pfad einschlagen mit Chile. Also, da geht man erstmal so ein bisschen jetzt hier so den kommunistischen, sozialistischen Pfad runter, weil die sind ja quasi eine beinahe achnachrische Gesellschaft. Und, äh, gehen dann hier unten rein in den Kommunismus. Oder man geht halt einfach hier weiter, glaube ich, runter zu den Alliierten und wird demokratisch. Und dann haben die natürlich auch noch einen recht großen, wie ihr sehen könnt, faschistischen Pfad. Und, äh, mit Gegenrevolution und, 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 es ist viel. Es ist viel. Und dann könnt ihr auch hier, wie ihr sehen könnt, hier jede Menge Ländereien hier am Ende kontrollieren. Und das alles, glaube ich, kernen. Chile wird dann fortan das Königreich Chile genannt, was im Grunde dann ein recht großes Teil ist. Genau, und die Osterinseln, die Osterinseln gibt es auch. Und, ähm, die können dann, also, du kannst mit Chile nicht freiwillig, aber du kannst durch ein Kriegsevent, kann sein, dass Chile sich unabhängig macht und das Königreich Rakanui gründet. Ähm, und das kannst du dann auch selber spielen. Also, wenn du Chile spielst, kannst du rausgehen und Rakanui spielen, aber Rakanui hat leider nur einen generischen Baum. Das habe ich aber auch schon zurückgemeldet, dass ich das sehr, sehr schade finde, dass sie das so gelöst haben. So, und last but not least kommt jetzt natürlich noch Brasilien. Brasilien, wie ihr sehen könnt, genau das Gleiche. Hier ein eigenständiger Wirtschaftsbaum, das sieht ein bisschen anders aus. Hier wiederum der Militärbaum. Und hier wiederum die Möglichkeit, einen großen kommunistischen Baum zu haben. Dann hier einen mittleren Baum, wie ihr sehen könnt. Der hier führt uns hier zur, also, glaube ich, zur Demokratie, würde ich mal behaupten. Dieser hier führt uns zu einem Königreich Brasilien. Da könnt ihr auch, wie ihr sehen könnt, die Vereinigung von Königreich Brasilien und Portugal. Nur aus der Sicht von Brasilien. Dann ist Portugal der Juniorpartner. Äh, kann man hinbekommen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe aber schon gesehen, dass es die KI gemacht hat. Und dann gibt es hier natürlich auch noch den faschistischen Pfad. Und den gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Den gibt es einmal dann hier quasi, äh, Unterstützung des Militärs und mit den Integralisten zusammenarbeiten, wie ihr sehen könnt. Und die sind dann halt, ab Ende dann doch wieder so ein bisschen zusammengefasst, um dann ganz Lateinamerika zu dominieren und ganz Lateinamerika zu erobern. So. Das sind also jetzt mal im ganz groben Überblick die Fokusbäume. Und jetzt machen wir erst mal den, äh, gewünschten... Wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Ich muss gerade eben mal... Oh Gott, wo war es denn? Genau, die Anfragen verwalten. Äh, oh Gott. Jetzt muss ich halt die Frage stellen, äh, Hawk und Crumble haben beide gleichzeitig... Okay, ich mach's einfach, ich mach's einfach so. Ich mach jetzt einfach mal Zivilia Argentura Merpitos. Wobei Merpitos klingt eigentlich ehrlich gesagt eher, als ob es griechisch wäre. So, das ist also jetzt hier unser Geheimdienst, den wir jetzt hier direkt am Anfang jetzt hier erschaffen, Leute. Warum mach ich das? Äh, wir werden einiges, ähm, tatsächlich, äh, kochen können als Argentinien, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, aber nicht alles. Und da will ich natürlich so früh wie möglich Agenten haben und so früh wie möglich, insbesondere bei Brasilien logischerweise, weil das ein Riesenschiff ist, ähm, Dingens aufbauen. Also, ähm, Kollaborationsregierung. Kollaborationsregierung. Ach so, ja, und übrigens, äh, ich weiß nicht, ob das früher schon war, aber der Dschungel ist jetzt anders. Ihr seht, es gibt jetzt unpassierbare Gebiete im Dschungel. Ihr müsst euch also entlang dieser Linien vorkämpfen und vorarbeiten, Leute. Hier entlang des Amazonas. Da könnt ihr euch bewegen. Ihr könnt nicht hier rüber oder auch nicht hier rüber, weil das komplett dichter Dschungel ist. Genau, das kommt mit dem Patch, genau, Gentown, genau. Das habe ich vermutet. Aber, ähm, das ist an dieser Stelle schon mal wichtig zu wissen. Also, es gibt jetzt einige Gebiete, wo ihr nicht durch könnt. Auch hier zum Beispiel könnt ihr nicht rüber, ähm, unter Umständen. Ah, doch, es müsste hier gehen, weil man hier durch kann. Aber das ist quasi ein Start, da geht man hier rein und da geht man hier rein. Es gibt bestimmt einige Achievements, davon gehe ich ganz, ganz stark aus. So, Moment, jetzt mache ich mal gerade eben hier nochmal diese Truppe hier erstmal zu einer normalen Infanterietruppe. Oder, ne, ich mache es zu einer, so Gebirgsjäger-Truppe. Dann lasse ich sie hier direkt schon mal trainieren. Wir haben auch jetzt schon, wie ihr sehen könnt, hier, ähm, natürlich zwei Feldmarschalle. Einmal hier den Pedro Pablo Ramirez, den hier braucht man zum Beispiel, wenn man, ähm, das, ähm, Perron-Regime aufstellen will. Ähm, und dann gibt es hier noch den Arturo Rawson oder Rafson oder wie auch immer. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal erstmal hier den Ramirez. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Generäle. Ähm, bei den Generälen, wie ihr sehen könnt, haben wir zum Beispiel einen Häuserkampf-Spezialisten mit Festungsknacker. Ich bin am überlegen, wen ich da jetzt nehmen soll. Pionieroffizier ist ehrlich gesagt gar nicht mal so blöd. Oder, ne, wir nehmen hier den hier. Der hat auch ganz, ganz gute Werte. Okay, also das ist jetzt schon mal entschieden. Dann, äh, bauen wir jetzt hier nochmal unsere Chivileins hier. Viele kann ich nicht machen. Wie gesagt, Stahl kaufe ich schon ein. Und jetzt ist halt die große Preisfrage da, Leute, ne? Also, was wollen wir für einen, was wollen wir machen? Wollen wir kommunistisch werden? Wollen wir neutral, äh, wollen wir demokratisch werden? Aber dann können wir halt nicht viel erobern. Dann können wir nur mitmachen, äh, quasi die Achsenmächte zu knüppeln. Äh, oder wollen wir, ähm, auf die rechte Seite gehen und entweder, also quasi den Perron-Weg gehen. Ich glaube, das ist der historische, der aber auch einiges ermöglicht. Und das hier wäre noch der faschistische Pfad. Ich würde einfach mal einen Poll machen. Wollen wir mal einen kurzen, zweiminütigen Poll, Leute. Also, dass wir alle vier Grundpfade jetzt hier mal abstecken. Also einmal Kommunismus, über die Details können wir uns ja später unterhalten. Ähm, demokratisch oder, ähm, neutral-faschistisch, wie auch immer. Da können wir uns ja später noch entscheiden. Oder, ne, machen wir neutral-unfaschistisch, also vier verschiedene Unterpunkte. Das hier wäre, wie gesagt, der neutrale Pfad, wo es ja auch zwei kleine, eine kleine Entscheidung gibt, wie man es macht an der Stelle. Ähm, und das ist, wie gesagt, der faschistische Pfad. Genau, also, entscheidet mal, welchen Pfad wir heute Abend spielen. Und ich kann euch sagen, also auch der kommunistische bietet einiges. Ne, also, wenn ihr jetzt denkt, quasi, ich muss unbedingt jetzt faschistisch spielen, um Länder zu oberen. Nein, äh, du kannst auch, wir bekommen auch eine ganze Menge Möglichkeiten, wenn wir neutral spielen. Also, da ist einiges dabei hier, weil, guck mal, der faschistische und der neutrale, die werden hier unten wieder zusammengeführt. Und sorgen dafür, dass wir so oder so den Süden beherrschen können. Das ist also völlig unabhängig davon. Das muss man also nicht an einer Ideologie festmachen, was ich schon mal ganz, ganz gut gelöst finde. Und auch bei den Kommunisten, wie ihr sehen könnt, wir auf zweierlei verschiedene Arten dann den Süden de facto, ähm, beherrschen. Was bei den Neutralen abgeht, da können wir halt Argentinien vor allem machen, wie ihr sehen könnt. Dann bekommen wir noch mehr Bevölkerung, weil es Einwanderungen gibt und so weiter und so fort. Und dann hier, wie ihr sehen könnt, Verteidigung in Kerngebieten, ladidadida. Ja, es gibt übrigens ganz, ganz oft solche Sachen wie Verteidigung in Kerngebieten, Angriff in Kerngebieten. Das gehört aber auch ein bisschen zu diesen Kritikpunkten, die ich habe, denn, äh, es hilft dir nicht immer. Es hilft dir nicht immer, dass du dadurch einen Bonus bekommst. Aber, es gibt mannigfaltige Boni. So. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr euch hier entscheidet. Ah, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Nur wie immer fällt die Demokratie unten runter. Ganz im Ernst, ich bin der Meinung, dass Paradox irgendwann mal was machen muss, so ein Demokratie-Upgrade, dass, äh, die Demokratie in diesem Spiel auch mal spannender wird. Und dass es nicht nur die Briten sind, die da coole Sachen machen können. Hi Cleef, ja, willkommen. So, gleich ist es entschieden. Gleich ist es entschieden. Und wir werden kommunistisch spielen mit 36%. Non-aligned, also dieser Pfad hier wäre dann der zweitstärkste gewesen, gleich stark mit faschistisch. Die haben beide jeweils 31%. Also, wir werden diesen Pfad nehmen, aber wir werden das nicht sofort machen. Wir werden als allererstes jetzt, also im Grunde gibt es zwei Sachen, die wir machen müssen. Guck mal hier, wir haben eigentlich mit allen unseren Staaten hier immer die Möglichkeit, hier dauerhafte, ähm, Punkte zu generieren. Sowohl für Marine, für Luftwaffe, als auch für Armee. Okay, das erste, was ich jetzt also hier machen werde, ist trotzdem erstmal das da. Und dann machen wir diese drei Dinge und dann wechseln wir die politische Lage, weil das hier, was ich jetzt hier gerade eben mache, ermöglicht es mir, diesen Industriekonzern uns jetzt hier zu holen. So, und jetzt erhöhen wir mal die Geschwindigkeit auf 4. Wir haben, wie ihr sehen könnt, noch nicht wirklich Waffen, eigentlich gar keine Waffen. Wir werden also wieder welche einkaufen müssen, früher oder später. Wir werden einkaufen müssen, aber das Problem ist, dass uns derzeit niemand leiden kann. Das gilt übrigens für fast alle lateinamerikanischen Staaten. Man muss erstmal was Diplomatisches machen, dass die anderen einen mögen. Was übrigens sehr, sehr schön ist, wir haben von Anfang an, wie ihr sehen könnt, schon ein paar Flugzeuge. Das unterscheidet uns von den anderen lateinamerikanischen Staaten. Also Argentinien hat schon Flugzeuge. Und ich werde auch Flugzeuge hier bauen. Äh, Vibran Kemsow fragt, ob ich als, äh, Fokus Kreuzer und Schlachtschiffe kaufen kann. Ich kann ja mal gerade eben mal gucken. Ähm, Kreuzer. Schaltet die Entscheidung frei, der südamerikanische Marine Wettrüsten frei, die es uns erlaubt, Großkampfschiffe und ältere Großkampfschiffe der Großmächte zu kaufen. Ja, das können wir. Wir können also entsprechend eine Flotte aufbauen. Das ist möglich, ja, hast du richtig gesehen. Aber wie gesagt, ich habe nicht alles im Kopf. Es ist einfach zu viel. Na, normalerweise bereite ich mich halt auf eine Nation gut vor in diesem Spiel. Und dann ist der Kopf normalerweise auch schon gut gefüllt. Hi Odin, wir haben jetzt gerade im ersten Spielen angefangen. Ich glaube, ich höre auch mal die Geschwindigkeit auf 5. Solange nichts passiert, brauche ich jetzt halt auch nicht auf 4 laufen lassen. So, wir haben jetzt erstmal unseren ersten Dingensitz hier aufgebaut. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes auf die Zivil. Wir bauen also momentan noch gar nicht. Was wir jetzt gerade eben machen, ist erstmal unseren Agentenstab aufbauen. Italien macht natürlich, weil wir historisch spielen, einen Schritt zur Annektierung von Sultanat Ausa. Und es unterwirft sich. Darauf freue ich mich wirklich, weil das Ding ist halt wirklich, wirklich gut. Und es kostet nur 50. Also man wäre dumm, das Ding sich nicht gleich zu holen. Weil es hier dann halt auch nochmal 5% weniger Konsumgüterfabriken halt aufbrummt. So, dann haben wir jetzt hier noch die Zivil. Dann können wir uns einen Agenten holen. Ich hole mir den 10 Ausbruchskünstler. Und ganz im Ernst, ich fange direkt schon mal an, in Brasilien ihn einzusetzen. Denn ich mache so schnell, wie es geht, die ganzen Kollaborationsregierungen. So, Rheinland-Besetzung ist da. Dann machen wir als erstes hier die normale Militär. 35 Tage. Dann bekommen wir einen Ticking-Score hier für die Armee-Erfahrung. Wir holen uns jetzt hier, wie gesagt, die Zentralbank. So. Und dadurch haben wir sogar jetzt zwei Fabriken freigeschaufelt durch diese 2%, die jetzt hier sogar noch bauen, währenddessen wir jetzt hier noch unseren Geheimdienst machen. Die Türkei remilitarisiert. Es gibt übrigens jetzt auch eigenständige Events, die mit Lateinamerika zu tun haben durch diesen DLC. die es vorher noch nicht gegeben hat. Marine-Theoretiker nehmen aber nichts. Jetzt haben wir hier die Militärspionage. Dann machen wir jetzt hier die ozeanische Spionage. Die Elektrotechnik ist durch. Ich hole mir jetzt noch diesen Bonus hier. Und wie gesagt, jetzt sind halt 20% weniger Forschungsgeschwindigkeit auf Industrie. Das ist halt massiv. So. Wie ihr seht, also wir haben jetzt 25 Armee-Erfahrung bekommen, eine Militärfabrik. Und jetzt haben wir diesen ewig tickenden 0,02 Militärerfahrung pro Tag. Dasselbe machen wir jetzt hier natürlich auch für unsere Flugzeuge. Das wäre super, super geil. Wir gehen jetzt auf Autos. So, genau. Produzieren Autos. Damit wir die auch haben. Hier werden wir also wie dasselbe kommen, wie ihr seht, eine Luftwaffenstützung, eine Militärfabrik und Luftwaffenticker. Und dann machen wir das Ganze auch noch mit dem ozeanischen Kram. Das sind jetzt hier so unsere ersten Schritte. Das Londoner Flottenabkommen wurde wieder unterzeichnet. Ihr seht hier, das ist jetzt hier der Effekt. Echerzito Argentino. Ja, also ihr seht halt, wir haben mehr Gedöns. So. Ihr seht, das dauert nur 156 Tage, wir haben einen 20% Rabatt. Das ist ordentlich flott. Also wie gesagt, ich bleibe dabei, Leute. Argentinien, aus meiner Sicht ein super neues Einsteigerland, wenn man das Spiel lernen will. So, eine weitere Militärfabrik. Jetzt kann ich tatsächlich schon anfangen, hier unsere ersten Flugzeuge zu machen. Wir holen uns jetzt hier natürlich Luftnahunterstützung. Das ist der Plan. Ein grundlegendes Luftnahunterstützungsflugzeug, das wir jetzt hier anfangen zu produzieren. So, das ist unser Anfang an dieser Stelle. Jetzt muss ich natürlich hier nochmal Matz einkaufen. Diese Matz kaufe ich. Wir werden kommunistisch in... Okay, ich habe entscheidend nicht die Zivilfabriken gerade eben zur Verfügung. Dann machen wir das später. Und last but not least holen wir uns natürlich auch noch für die Schiffe, dann haben wir das abgeschlossen. Keine Sorge, ich habe den Fokus noch dran gedacht, Zauber. Keine Sorge. Genau, noch mehr Gedöns. Sehr viel Gedöns. Was wir übrigens auch bekommen können, aber ich glaube, das kann man nur machen, wenn man das Perron-Regime macht. Du kannst als Argentinien mit dem Perron-Regime zwei Punkte zusätzliche passive Verteidigung bekommen. Das heißt, du kannst am Ende sechs Punkte passive Verteidigung haben. Was ich ziemlich enorm finde. So, und gleich haben wir jetzt hier, wie ihr sehen könnt, die ersten Punkte. Die können wir uns aber auch theoretisch noch aufsparen. Also, jetzt gucken wir uns mal diese Typen hier an. Die kosten uns leider gerade eben sehr, sehr viel. Das heißt, wir können sie noch nicht benutzen. Aber wir gucken sie uns trotzdem schon mal an. Wir können, wie ihr sehen könnt, wenn wir neutral geworden wären, können wir... Also, da ist Augusto Pedro Justo. Das ist der Typ, den wir schon vorhin gesehen haben. Der bringt uns jede Menge neutrale Unterstützung, Ressourcenmangel malusreduzierte und Kriegsunterstützung. Dann gibt es hier noch einen konformen Politiker mit politischer Machtzuwachs und Stabilität. Der wäre für uns sehr, sehr interessant. Dann einen militärischen Nationalisten. Der bringt auch Unterstützung für neutrale Kapitulationsgrenze, wird erhöht. Kriegsunterstützung, aber weniger monatliche Meinung. Also, die anderen mögen uns dann nicht mehr so sehr. Ja, das ist neutral, Valtanu. Also, Perron ist neutral in diesem Spiel, aber auf dem rechten Spektrum von neutral. Scharfzüngiger Anwalt, wie ihr sehen könnt, kann man die Beziehung noch verbessern. Dann Quartiermeister bringt Baugeschwindigkeit für alle militärischen Sachen. Fürst des Schreckens gibt es hier. Also, nicht kann man starke Effizienz von ausländischen subversiven Aktionen werden reduziert und so weiter. Führende Industrieller bringt Boni auf alle zivilen Gebäude, die wir bauen. Der Hinterzimmerverräter reduziert wiederum unsere eigenen Kosten für subversive Aktivitäten. Also, reduziert die Kosten für unsere Agentenaktionen. Und verteidigt uns auch gleichzeitig wiederum gegen ideologische Beeinflussungen von anderen. Hier einfach nur ein unscheinbares Arbeitstier mit mehr diplomatischer Macht pro Monat. Mitfühlender Gentleman, monatliche Meinung von Ausländern oder von anderen Nationen. Schaden an Garnisonen werden reduziert. Silberzunge erhöht nochmal die monatliche Meinung. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir irgendwann mal quasi mit den anderen auch trotzdem noch reden können. Laufende Kosten für Beziehungsverbesserungen an Machtpunkten werden reduziert. Kriegsziele können schneller gerechtfertigt werden. Finanzexperte reduziert nochmal die Konsumgüter. Hartnäckiger Verhandler sorgt für noch mehr Meinungsfaktor bei Handelsabkommen. Dass wir also noch mehr handeln können, auch wenn wir nicht dieselbe Ideologie teilen. Und bringt auch nochmal Macht zu Wachs. Den finde ich eigentlich sogar am interessantesten als erstes zu nehmen. Dann gibt es hier noch einen Universitätsrektor, den man freischalten könnte. Wenn wir die Technische Schule haben mit noch 10% mehr Forschungsgeschwindigkeit. Und last but not least den Friedensnobelpreisträger. Der ist besonders wild, weil der reduziert einerseits das Spannungslimit, das wir Truppen in andere Länder schicken können. Wie zum Beispiel in den Spanischen Bürgerkrieg. Auf der anderen Seite sorgt er aber dafür, dass wir selber länger brauchen, um Kriegsziele zu rechtfertigen. Er sorgt aber auch dafür, dass andere länger brauchen, um Kriegsziele gegen uns zu rechtfertigen. Der kann also unter Umständen ein taktisches Element sein. Wenn man das möchte. So, aber jetzt werden wir mal ganz, ganz kurz warten. Und vielleicht holen wir uns das alle erst. Ne, wir sparen jetzt auf die 187. Genau, das ist jetzt das Ziel. Wir sparen auf die 187. Wir können immer noch nicht handeln, wie ihr sehen könnt. Das ist halt, wie es ist. Gerne doch bald Tobi, gerne doch. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Hallöchen Kai, guten Abend. So, also. Armada Argentina ist nun freigeschaltet. Jetzt gehen wir von diesem ganzen Kram hier weg. Und werden jetzt hier unseren kommunistischen Pfad einschlagen. So, neue Reformen. Das bringt uns 120 Punkte politische Macht. Veränderung hinsichtlich Kommunismus. Wir verlieren Basisstabilität. Politische Korruption wird entfernt. Also, dieser miese Kram wird entfernt. Dann reduziert sich allerdings auch unsere Produktionsleistung, unsere Baugeschwindigkeit und unsere Kriegsunterstützung. Und das berüchtigte Jahrzehnt wird modifiziert. Wir bekommen also mehr Stabilität, wie ihr sehen könnt. Was total komisch ist, weil da oben reduzieren sie die Basisstabilität, da unten erhöhen sie sie wieder. Momentan haben wir, wie gesagt, das berüchtigte Jahrzehnt. Wo ist es denn hier? Also, das ist momentan das aktuelle berüchtigte Jahrzehnt, wie ihr gerade eben sehen könnt. Das sieht so aus. Und danach wird es so aussehen. Ich finde, das sieht schon deutlich besser aus danach. Aber das ist noch meine Meinung. Ah, Kai hat sich CK3 zum Geburtstag gegönnt. Macht Spaß. Ah, das freut mich, dass es dir Spaß macht. Hoffentlich macht es noch länger Spaß. So, jetzt warten wir auf den zweiten Agenten, der jetzt hier so nach und nach kommen muss. Brasilien ist nach wie vor hier unten eigentlich unser Hauptgegner. So, die neuen Reformen. Nach den neuen Reformen können wir ja schon mal gucken, was wir dann machen. Dann könnten wir zum Beispiel die spanische Republikaner einladen. Basisstabilität geht dadurch runter, gewinnt Spaniens Unterstützung bei Interaktion. Also dann können wir tatsächlich, wie ihr seht, Truppen nach Spanien schicken, um zum Beispiel schon mal dort ein bisschen mitzumischen, wenn wir das wollten. Oder wir können Gioldi erneut nach Argentinien einladen. Dann kehrt Rudolfo Gioldi nach Argentinien zurück und wird als Berater verfügbar. Als einer der Hauptakteure des argentinischen Kommunismus ist er dazu in der Lage, eine zukünftige Revolution anzuführen. Dann können wir sehen, könnt ihr unsere politische Partei legitimieren, was uns auch noch Mannstärke bringt. Und dann können wir uns ein Bündnis mit der Sowjetunion, geben. Was krass ist, ne? Also so früh ein Bündnis mit der Sowjetunion. Und wie ihr sehen könnt, hier noch mehr Kommunismus. Also für ein Jahr lang. Und dann gibt es hier Viva la Revolución. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt ist der Bürgerkrieg ausgebrochen in Spanien. Ich glaube tatsächlich, dass ich versuchen werde, die Spanier zu unterstützen. Hi, Bengeli. Grüße. So, jetzt holen wir uns den ersten Typen hier. Ich hole mir den da, den politischen Machtzuwachs, 10% und Meinungsfaktor abkommen. Weil ich hoffe, dass wir dann irgendwann mal hier mit irgendjemandem reden können. Ja, leider immer noch nicht. Ich hole sie noch ran. Also gut. Dann sind so ein großes Land und ich kann sie trotzdem nur hier hinpacken. Aber ihr seht, ich kann jetzt schon bei denen hier die erste Kollaborationsregierung reinballern. Go for it. Go for it. Ich brauche doch Zusatzausrüstung. Das könnte eine Weile dauern. Bis ich die bekomme. Es sei denn, ich ändere hier gerade eben nochmal meine Produktion. Ich glaube, ich ändere meine Produktion und pfeife auf die Eisenbahn. Ach Gott, ich habe noch gar keine Zusatzausrüstung überhaupt. Oh, die muss ich forschen. Wir wissen nicht, was Zusatzausrüstung ist in Argentinien. Äh, die machen ganz, ganz normal historischen Kram. Ich weiß halt mal, also ihr seht, was die machen. Die gehen nach rechts. So wie es aussieht. Wir können halt sehen, also das ist sozusagen der historische Pfad. So, wir haben jetzt die neuen Reformen. Dann, übrigens, ich zeige euch auch mal, was wir hier noch machen könnten. Ja, hier, wir sehen könnten, noch mehr Armee-Erfahrung, noch mehr Armee-Organisation. Hier können wir uns entscheiden, ob wir hier auf Motorisiert-Boni gehen oder ob wir lieber unsere Armee, unsere normalen Soldaten-Boni geben wollen. Das erhöht sich durch die Zuverlässigkeit von Fahrzeugen. Hier können wir uns entscheiden, ob wir auf Panzer oder auf Artillerie gehen. Das sind aber alles Entscheidungen, die müssen wir noch nicht treffen. So, nun mache ich jetzt hier das da. Vielleicht kann ich dann den Spaniern ein bisschen Unterstützung angedeihen lassen. Das Dumme ist bloß, wir haben einfach gar keine Waffen. Was wir aber tun könnten, ist, wir könnten versuchen, unsere Beziehungen zu verbessern. Mit dem einen oder anderen. Auch hier Beziehungen. Ich mache mal mit den beiden Beziehungen verbessern. Und vielleicht kann ich Waffen kaufen. Das wäre gerade eben äußerst schön, wenn wir das könnten. Spanische Republikaner einladen. Wir haben noch keinen Kommunisten, den wir reinholen können. Das müssen wir also später auch noch machen. Haben schon 200.000 Mann, wie ihr sehen könnt. Was übrigens auch manche der kleineren Nationen haben, wie zum Beispiel Chile oder Uruguay oder Paraguay, die haben manchmal einen politischen Berater, der, wo dran steht, ihr bekommt monatlich 10% mehr Bevölkerung dazu. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, also gut. Oh Gott, was ist jetzt los? Die haben... Hä? Was ist denn da los? Ach, weil die das immer noch vorbereiten. Ja, die bereiten das immer noch vor. Deswegen kann ich hier gerade eben nichts in diese Richtung machen. Aber jetzt gucken wir mal. Kann ich euch... Freiwillige senden? Ja, ich kann Freiwillige senden. Also es sind 8 Divisionen. Ich kann eine Division dorthin schicken. Eine. Dann machen wir das mal. Ich lösche da mal gerade eben mal eine Einheit. Äh, Gott, wie... Hä? Ach, da. So, dann habe ich nämlich ein paar Waffen zurückbekommen. Ähm... Und dann schicke ich nämlich jetzt hier eine davon darüber. Da ist übrigens Perron. Da ist Perron, Leute. Ähm... Ich weiß bloß nicht, was ich jetzt hier nachher für einen General bekommen werde. Aber ich schicke mal Perron darüber. Mit einer Gebirgsjäger-Truppe. Hi, Arkadol. Dankeschön übrigens Arkadol für verschenkte Sabs. Dankeschön. Freuen das auch schon mal. Danke, danke. So, also... Ähm... Freiwilligen senden. Der da... Luftfreiwillige schicke ich auch. Senden. Jetzt ist halt die große Preisfrage. Wie viele Flugzeuge darf ich dorthin schicken? Das werden wahrscheinlich zu viele sein. Das sind Jäger. Das ist Luftnahunterstützung. Ich schicke mal Luftnahunterstützung dorthin. Fliegen die schon? Ah Gott, wo kann man denn nochmal nachgucken, wie viel ich rüberschicken kann? Hi, Candy. Willkommen. Hatte ich noch einen saueren Okomichi. Willkommen, Leute. Oh Gott, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich es nicht mehr weiß. So ein Käse. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, wie ging denn das nochmal? Hi, Bandena. Ich habe gesagt, dass... Warte mal, was ist, wenn ich jetzt die Hälfte davon mache? Gehen fünf Stück? Steht nochmal beim Flugplatz. Ja, ja, ja. Steht nochmal nicht dran. Okay, vielleicht muss ich warten, bis die Bodentruppen da sind. Kann ja sein. So, meine Division ist angekommen. Jetzt ist meine Division angekommen. So, geht das jetzt? Es steht immer nur dran, nicht genügend Spionage-Informationen. Hä? Kannst du machen, Friedrich, kannst du machen. Wo ist denn der jetzt? Ich kann ihn doch steuern, okay. Ich dachte gerade eben schon. Also gut, dann werden wir denen jetzt hier mal gerade eben mal helfen, so gut wir können. Auch wenn unsere Truppen echt nicht gut ausgestattet sind. So, aber wir können jetzt zum ersten Mal bei den Briten demnächst was kaufen. Halleluja. Jetzt will ich gleich mal gucken. Also es muss doch irgendwie gehen, dass ich die Flugzeuge jetzt hier mal hier hinbringen kann. Es steht nicht dran. Bei Valencia geht es. Okay, ich gucke gleich nochmal. Das ist noch ein bisschen uncool. Aber das war schon immer ein bisschen uncool. Da geht es nicht. Bei Valencia. Bei Valencia, okay. Genau, also ich verstehe halt nicht, warum es hier bei Valencia geht und nicht bei den anderen. Wäre halt cool, wenn es mal überhaupt mal dran stehen würde, wie viel ich darüber schicken kann. Aber das war schon immer scheiße gelöst. Nee. Es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Ich muss noch mal mit denen hier reden. Ich muss noch mal mit denen hier reden. Das bringt so nichts. Das muss doch irgendwo dran stehen. Hey, Ecke. Grüß dich. Danke dir für den Raid. Willkommen. Ich bin gerade eben auf Pause, weil ich gerade eben was gucken möchte. Hi, Ecke. Willkommen. Danke dir für den Raid. Wir spielen... Was habt ihr eigentlich gespielt? Wir spielen den neuen DLC für Hearts of Iron 4. Wir sind Argentinien und werden kommunistisch. Das wurde vorhin abgestimmt. Und ich versuche gerade eben rauszukriegen, wie viele Flugzeuge ich hinschicken kann. Aber es steht nirgendwo dran. Vielleicht kann ich auch gar keine schicken. Hallo, ich habe den Schnudelhuber. Willkommen. Hallo, ich habe den Strategiehamster. Danke schön, Leute, dass ihr da seid. Willkommen. Also, ich sage es mal so. Ich ignoriere jetzt einfach mal die Flieger. Ich war es auch ganz kurz drin. Und, erster Eindruck. Also, ich finde den DLC recht gut gelungen. Er ist nicht perfekt, aber das war noch nie einer. Aber ich finde es sehr, sehr cool, was sie mit Uruguay und Paraguay gemacht haben. Und du kannst jede Menge Unfug mit Chile machen. Und Argentinien ist aus meiner Sicht das neue Land, mit dem man am besten das Spiel lernen kann, wenn man diesen DLC hat. Ist aber nur meine Meinung. Man konnte schon immer Flieger als Freiwilligen senden. Das konnte man schon immer. Jetzt will ich aber gerade mal gucken. Ich mache das jetzt mal anders. Ich halbiere die jetzt einfach mal. Nochmal. Also, Entschuldigung, halbieren. Halbieren. Kann ich zwei hinschicken? Es kann ja auch einfach sein, dass es zu viele sind, ne? Ne. Oder ist es inzwischen jetzt hier? Kann ja sein, dass es jetzt anders funktioniert. Ich habe das Hack hier bei den Verhandlungen gesetzt. Deswegen wundere ich mich ja. Da. Luftfreiwilligen senden. Ach, 14 Tage? Äh. Okay, das hätte man auch ein bisschen besser kommunizieren können. 14 Tage dauert es. Ich habe eine bessere Idee, wie wir das machen. Wir gehen hier außen rum und attackieren den da. Und dann können wir die hier vielleicht einsperren. So, jetzt haben wir den Goldi erneut zurückgeholt. Den gucken wir uns gleich an. Und jetzt verbessern wir nochmal unsere kommunistische Ausgangslage. Wir haben jetzt einen neuen Berater. Wo ist dieser Goldi? Goldi, Goldi, Goldi. Da ist er. Rudolfo Goldi. Boah, plus 10 Kommunismus. Rekrutierbare Bevölkerungsfaktor. Nochmal 10%. Der Typ ist geil. So. Der ist super. Dann nehme ich jetzt hier noch einen Armeeangriff. Ja, ne, ich warte noch nicht, dass der nachher rausfliegt. Kann nur sein, dass der rausfliegt. Ich gucke gerade eben nochmal. Wie lange das noch? Immer noch 14 Tage. Okay, Spiel. Sag mir bitte einfach, wann ich Flieger schicken kann. Naja, aber dann soll es ja trotzdem dran stehen, oder? Also ich bin der Meinung, es sollte dran stehen, wenn ich das nicht machen kann. Ich kann immer noch nicht, oder? Ne, ich habe immer noch keine Fabrik frei. Fuck my life. Wir haben immer noch keine Fabrik. Jetzt könnten wir zum ersten Mal Waffen uns kaufen. Ich habe eine lustige Idee. Wir brechen dieses Agentengedöns hier gerade eben nochmal ab. Also diese Vorbereitung brechen wir nochmal ab. Wobei, ne, jetzt sind die Fabriken fertig. Die Fabriken sind fertig. Das heißt, das müsste jetzt eigentlich passen. Ja, die Fabriken sind wieder frei. Jetzt haben wir die Rechenmaschine. Also das hat sich jetzt immerhin schon mal erledigt. So, und jetzt können wir unsere Boni nutzen. Wir holen uns, äh... Ich bin ein Freund von verteilter Industrie. Ich gebe es offen zu. Dann kaufen wir einfache Waffen aus Arabien. Wäre so als nix. Es stand dran, dass ich null Flugzeuge schicken kann. Oh, komm, warum? Ich habe doch gar nicht so wenige. Von Anfang ist das doch gar nicht mal so schlecht. Na ja. Trainiert halt wieder hoch. Ich bin menschlich enttäuscht von meinen Flugzeugen. Dann müssen wir uns halt darauf konzentrieren, dass diese eine Truppe hier, die wir hier haben, der Game Changer wird. Ich weiß übrigens nicht, wie gut wir hier gerade eben kämpfen. Obwohl ich von der Seite aus angreife. Jetzt hier, okay. Wir versuchen das. Kämpft. Kämpft wie argentinische Löwen. Wenn es so etwas gibt. Jetzt kann man mal so ein Windows entwickeln. Bitte was? Okay. Wie gesagt, ansonsten mache ich hier gerade eben noch nichts. Außer vielleicht demnächst jetzt hier die Teilmobilmachung weg. Ich gehe jetzt erst noch begrenzt hoch. Das brauchen wir sowieso. Unsere Bevölkerung ist übrigens 17,11 Millionen. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Was wir allerdings definitiv brauchen. Oh, jetzt kommen endlich ein paar Waffen. Also wir werden uns am Anfang mit dem Dreck unter den Fingernägeln hier versorgen müssen. So ist es halt. Aber wir werden jeden Dreck unter den Fingernägeln nehmen, den wir kriegen. Damit wir überhaupt mal Waffen haben. Ein Schlachtschiff soll übrigens noch Mörpelone 1 genannt werden. Moment, ich habe mich noch gar nicht um meine Schiffe gekümmert. Ja, wir haben unser Flaggschiff hier. Ähm, das kann man ja auch umbenennen. Also das ist jetzt hier nicht die Ara, sondern das ist jetzt die Mörpelone. Mörpelone 1. So, von Wiban Kremso. Also die Ara Mörpelone 1. Wir lassen das Ara natürlich vorne noch dran, weil das für Argentinien steht. So. Und wir können natürlich noch einen Admiral nehmen. Ihr seht, die haben auch einige Admirals, wie ihr gerade eben sehen könnt. Chef Ingenieur, Chance auf kritischen Treffen wird reduziert. Erfahrung Ironside. Ich nehme den Typen da. So. Ara Ara, genau. Das sind keine Schiffe, das sind Papageien. Das versuchen wir also mal hier einen kleinen Kessel zu produzieren. Wir haben nicht viel, also nutzen wir es. So. Und jetzt kaufen wir erstmal ein paar Waffen ein. So gut wir können. Uwu. Ein Uwu. Ach so, ja. Im Übrigen, Brasilien schlägt sich am Anfang noch mit irgendwelchen kriminellen Indios rum. Die haben da ein Event, das, wenn man sich nicht darum kümmert, Probleme bereiten kann. Aber es ist kein Problem, sich darum zu kümmern, tatsächlich. Und auch Argentinien kann ein solches Event bekommen. Allerdings weniger was mit Indios zu tun hat, sondern andere Faktoren. Jetzt haben die da 12.000 Soldaten reingestellt, diese Mieslinge. Die Deutschen und die Italiener stehen da drin rum. Ja, lecks mich doch. Okay, ich warte mal gerade eben hier ganz kurz. Bin um überlegen, ob ich stattdessen jetzt hier versuchen soll anzugreifen. Auch wenn die das wahrscheinlich nicht geschissen bekommen. So, jetzt können wir endlich Zusatzausrüstung herstellen. Das werden wir auch bald tun. Das heißt bald. Wir werden es sogar sehr bald tun. Wir verbessern jetzt nochmal unsere Baugeschwindigkeit. Dann gehen wir jetzt hier mal ran und wir haben jetzt 10 Züge. 10 Züge sind für mich jetzt erstmal völlig in Ordnung. Jetzt fangen wir an jetzt hier mit der Zusatzausrüstung zu arbeiten. Uns fehlen gerade eben 200. Die werden also alle erstmal in andere Dinge reingehen. Warte mal, ich bin sogar so frei und mache das so und lösche. Wir produzieren erstmal gar keine Knarren mehr, Leute. Wir produzieren erstmal gar keine Knarren. Dann holen wir uns aus der Sowjetunion, wie gesagt, den Stahl, den wir brauchen. Wir holen uns aus der Sowjetunion das... Oh. Ja, dann werden keine Gebäude mehr produziert. Das ist aber für mich völlig in Ordnung. Der Gummi ist mir egal. Brasilien verhängt den Ausnahmezustand. Kam gerade eben. So, und jetzt holen wir uns hier noch den Ticking-Kommunism-Score für 35 Tage. Ihr seht also, wir machen jetzt jede Menge Punkte jetzt hier auf die Zeit, was ich sehr, sehr angenehm finde. So, das versuchst du mal dein Glück hier noch. Haben wir eigentlich schon Artillerie? Wir haben schon Artillerie. Ich würde tatsächlich jetzt hergehen und denen hier schon mal... Oh Gott, das ist eine Winztruppe. Denen hier erstmal nochmal ein bisschen mehr Gebirgsjäger hier rein zimmern. Wie viel kann ich denn da rein zimmern? Ja, von Anfang ist das schon mal nicht schlecht. Und nochmal... Ah, und das ist zu teuer. Okay, ich vergrößere also jetzt hier diese Truppe. Ich kann Kommunisten in die Regierung holen. Ja. Aber ich brauche jetzt erstmal wieder einige Machtpunkte. Bündnis mit der Sowjetunion können wir übrigens auch schmieden. So, okay. Ach guck mal, jetzt scheine ich hier sogar vielleicht Erfolg zu haben mittelfristig. Hier fehlen dann immer noch 1900 Knarren. Das ist das große Problem. Aber wir machen jetzt hier auch erstmal Zusatzausrüstung. Zusatzausrüstung ist halt einfach schweineteuer. Eine Fabrik arbeitet hier noch. Das ist völlig in Ordnung. Wir werden später sowieso noch mehr bekommen. Wir müssen erstmal auf Waffen gehen. Einen legendären Gebirgsjäger zu haben, wäre schon mal cool. Ich benutze... Achso, oh, du hast recht. Ich benutze die Firmen, soweit ich es weiß. Also hier zum Beispiel, wie gesagt, da gibt es keine Firma momentan. Bei den Autos, wie gesagt, da gibt es gerade eben auch noch keine Firma. Und ich habe die Waffen gerade eben weggenommen. Hier gibt es auch noch keine Firma. Hier benutzen wir, wie gesagt, eine Firma. Also hier ist auf jeden Fall eine drin. Ich kann Freiwillige priorisieren. Ja, ich gucke mal gerade eben. Ich mache mal Verstärkungen. Priorisieren. Weil hier kann ich ja keine Priorisierung vornehmen. Naja, wir mischen jetzt hier einfach mal ein bisschen mit, ne? So, die argentinischen Arbeiter werden vereint. Und nun streben wir ein Bündnis mit der Sowjetunion an. Die Auswahl dieses Schwerpunktes schaltet die Divisionsvorlage Vanguardia Sozialista frei. Wenn der Bürgerkrieg ausbricht, es werden außerdem fünf Divisionen davon rekrutiert. Beim Schauplatz sollte es gehen. Ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe es nicht. Ich habe auch kurz mal zu kämpfen. Die werden auch gerade eben hier wieder versorgt dadurch. So, was kann ich denn jetzt hier noch für Waffen holen? Hier gibt es nochmal 38 Zusatzausrüstung von den Türken. Das nehme ich sofort. Dann nehme ich nochmal von den Italienern auch nochmal ein paar Waffen. So, wie gesagt, wir müssen kurz mal warten jetzt hier. Aber ihr seht, ne? Die werden hier gerade eben schon ordentlich aufgefüllt. Schauplatz unter der Karte. Meinst hier. Ausrüstung. Ich war noch nie in diesem Menü drin. Ne, keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt aber noch machen könnte, ist denen hier noch Artillerie jetzt geben. Dann macht es vielleicht ein bisschen mehr Rums. Ich warte nochmal ganz, ganz kurz, bis die Artillerie da ist. Da, guck mal, hier wird einiges gerade eben jetzt hier geliefert. Vielleicht schaffen sie es jetzt dadurch. Die Portugiesen helfen Franco. Da ist ja auch historisch, glaube ich, was dran. Wir gucken mal, wir gucken mal. Jetzt ist Aragonien da. Das fuckt natürlich alles ab. Wie man hier sehen kann. Das dumme ist, glaube ich, bloß, die bekommen halt historisch die Karlisten nicht. Weil die Karlisten da sich nicht haben breitschlagen lassen. Also, wir haben jetzt hier ein Bündnis mit der Sowjetunion. Das hier ist, also das hier löst sofort noch den Bürgerkrieg aus. Das will ich aber noch nicht sofort machen. Ich will vorher nochmal mir ein paar Boni sichern. Insbesondere hier noch mehr Zivilfabriken. Da gehen wir jetzt runter. Ich will noch kurz ein bisschen warten, bis wir noch mehr Kommunismus angesammelt haben. Dann wird der Bürgerkrieg wahrscheinlich auch leichter, wenn sich mehr Truppen auf unsere Seite schlagen. Der Unterschied zwischen Artillerie und Unterstützungsartillerie ist der, Moment, dass du bei der Unterstützungsartillerie, die packst du hier rein und das ist halt weniger Artillerie. Das ist halt ein bisschen Artillerie. Währenddessen das hier dann halt ganze Artillerie-Bataillone sind. Das ist deutlich mehr. Macht deutlich mehr Wumms und wird auch vom Spiel im Feuerüberlegenheits-Doktrinenbereich ein bisschen anders behandelt. So. Militärischer Nationalist, konformer Politiker, Quartiermeister, führender Industrieller, mitfühlender Gentleman, unscheinbares Arbeitstier, Finanzexperte, Silberzunge. Ich glaube, ich nehme das unscheinbare Arbeitstier noch mit rein. Ich bin gespannt, wie viel ich davon alle verliere, sobald ich dann Kommunistisch drehe. Im November sind Wahlen. Stimmt. Vielleicht können wir es auch demokratisch lösen. Vielleicht können wir es auch demokratisch lösen. Das wäre witzig. Das funktioniert nicht, Herr Ehu, dann hast du nicht genügend Organisationen. Du brauchst Organisationen, um überhaupt Schlachten gewinnen zu können. Also Organisationen ist sowas wie Ausdauer für seine Truppen. Und wenn die Organisation einfach zu schlecht ist, also sie keine Ausdauer haben, dann ist das Thema relativ schnell vorbei. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, falls dieser Bürgerkrieg kommt. Aber wie gesagt, wir versuchen jetzt diesen Bürgerkrieg mal nicht zu bekommen. So, ihr seht es hier, das sind unsere neuen Kampfflugzeuge hier. Strategisch. Ja, diese ganzen Standard-Events kommen jetzt hier, wie ihr gerade eben sehen könnt. Die sind uns egal. Die sind uns egal. Wir bekommen immer mehr Kommunismus. Da werden wir aber auch nachher einen anderen Herrscher haben. Mit dem Gummi kann uns auch egal sein. Mann, hätte ich bloß ein paar Panzer. Hm, wo ist... Das Zahnrad beim Schauplatz. Das Zahnrad beim Schauplatz rechts. Nee, unter der Jahreszahl. Was ist für ein Zahnrad? Also das da? Links neben Spar... Ach, das! Ah, okay. Okay, das habe ich einfach nicht gesehen. Ich habe das nicht als Zahnrad wahrgenommen oder als ein Button, sondern das sah für mich aus wie so eine Sonne. Knopfhauen grüßt sich. Ich weiß nicht, ob ich Panzer mache. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das hängt noch total von unserer Wirtschaft ab. Das werden wir sehen. So, das hier wird übrigens immer noch vorbereitet. Bald haben sie genügend gemacht. Und jetzt haben wir die spanischen Goldreserven. Die kolonial-spanischen Goldreserven befinden sich nun schon sehr lange in unserem Land und wir schicken noch immer reichlich Hilfe an das nationalistische Spanien, ohne dafür bezahlt zu werden. Das ist eine Farce, wie nun schon einige Mitglieder unserer Regierung angemerkt haben. Ich glaube, wir snacken uns das Gold, oder? Ich meine, die sind eh bald weg, so wie wir die Geschichte kennen. Also gut, wir waren da so, oder? Wir snacken uns ja das Gold. Dadurch haben wir noch mehr Fabriken frei. Wir holen uns hier nochmal 300 Knarren von den Briten. Dann holen wir uns nochmal 38 von denen hier. 38 von denen hier. Und nochmal 300 Knarren aus Arabien. So. Dann fehlen uns nur noch 1000 Knarren. Also wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen großen Einfluss haben auf das, was hier geschieht. Die industrielle Expansion ist da. Ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich hier hin. Ich komme da gerade eben leider gerade eben gar nicht. Jetzt komme ich da raus. Okay, wie auch immer. Jetzt macht er es. So, jetzt holen wir uns noch mehr Zivilfabriken in diversen Ländern, wie ihr sehen könnt. Buenos Aires, San Luis und Santa Fe. Ihr werdet dabei. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und wie gesagt, uns fehlen hat immer noch jede Menge Knarren. Aber das kriegen wir in den Griff, sobald wir mehr Fabriken haben. Das hier sorgt für eine schnellere Produktionsgrenze. Wie weit sind wir denn? Also wir könnten tatsächlich mal die Wahlen abwarten. Mal gucken, was dann passiert. Ob der Bürgerkrieg dann gar nicht stattfindet. Das wäre ja interessant. Das wäre sogar hochgradig interessant. Ach, die Freiwilligen umbenennen. Ach so, ich wünsche... Ach so. Ach wäre... Ach wäre... Ach wäre... Ach wäre ihr Panzer. Ah. Okay, ja. Ich verstehe. Ach wäre ihr Panzer. Nicht Panzer, sondern Panzer. Okay. Also, diese Einheit wurde umbenannt. Ach wäre ihr Panzer. Aber guck mal. Die werden immer besser. Die lernen was. Sie lernen was. Emilia R. verschwindet. Wir haben schon fast 60% Kommunismus jetzt dadurch. Das habe ich erst nicht gerafft. Jetzt habe ich es verstanden. Hier machen wir noch nichts. Ich will noch die Punkte sparen. Ach guck mal, wir haben jetzt langsam aber sicher unser Waffenproblem in den Griff bekommen. Wie viele Fabriken? Eine Fabrik arbeitet noch an dieser hier. Und jetzt hat Japan China den Krieg erklärt. Ne, sie sind eigentlich gar nicht so nutzlos. Sie sind bloß zu schlecht ausgestattet. Da, guck mal hier. Hinyo Mourinho übernimmt die Macht in Paraguay. Das ist so ein neues Event. Das kannte ich vorher noch nicht. Nachdem die Unzufriedenheit mit der Führung des Landes immer weiter anwuchs, hat das Militär gehandelt. Und General Hinyo Mourinho als neuen Präsidenten von Paraguay eingesetzt. Er sympathisiert mit den Faschisten und wird sich wahrscheinlich an Argentinien wenden, um Schutz zu halten. Als Faschist zu uns kommen. Der hat die Zeitung nicht gelesen. Ja, was wiederum dazu führen dürfte, dass Brasilien versuchen wird, sein eigenes Bündnis zu stärken, um sich im Falle einer paraguayischen oder argentinischen Aggression abzusichern. Kein Obergeneral? Du meinst kein Feldmarschall? Nee, hier bin ich jetzt ohne Feldmarschall. Ich ahne, dass ich diese Typen sowieso für alle verliere. Ich weiß gar nicht, welche ich behalte, wenn wir kommunistisch reden. Weil manche Generäle verweigern ja dann den Dienst. Die machen dann nicht mit. Die beleidigten Leberwürste. Du meinst, der soll sich das nochmal überlegen, ja? Ich glaube auch, dass er sich das hier überlegen sollte. Der Spezialist der. Aber hey, die haben jetzt hier demnächst gleich den Totenkopf. Das ist gleich eine richtig taffe Truppe. 94% schon jetzt hier Erfahrung. 96. Täglich 0,1%. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Jetzt sind sie offiziell Veteranen. Und Veteranen bringen halt einen Arsch voll Boni mit sich. Die bekommen, glaube ich, plus 50% auf Offensive und Defensive oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Nach wie vor bin ich immer noch ein Fan davon, die jetzt hier mal raus zu bewegen. Ach, wir sind schon hier. Ja, okay. Wir sind jetzt zum Glück toi 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 schon hier. Ich versuche jetzt mich hier noch dahin zu bewegen. Dass ich nicht mehr in dieser Schlacht teilnehme. Es wäre schon fies, Perron auf der Seite der Kommunisten mitkämpfen zu lassen. Ja, aber er hat sich so ausgesucht. So, jetzt holen wir uns hier noch zwei Militärfabriken. Die wollen wir auch noch haben, bevor wir kommunistisch drehen. Wo es gerade eben nochmal durchtickert, Leute. Na, ich habe es noch gar nicht gezeigt. Ihr könnt euch mit meinem Rabattcode, wenn ihr gerade eben auf diesen Link klickt, 9% sparen bei Gamesplanet, falls ihr Interesse an diesem DLC haben solltet. Ich bedanke mich bei jedem, der es kauft, denn es unterstützt mich und meine Arbeit. Dankeschön. So, du gehst jetzt hier hin. Und versuchst dann dein Glück hier. Wie sieht es hier aus? Wie gesagt, ich weiß nicht, welche generell ich behalten werde. Deswegen, ich gehe jetzt mal auf die Teilmobilmachung. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da habe ich mehr Fabriken zur Verfügung. Sogar deutlich mehr. Wir kaufen jetzt wieder ein. Wir kaufen wieder dieses Gedöns. Und dieses Gedöns. Säbel. Cool. Oh, endlich mal moderne Waffen. Mit Granaten. Die kaufen wir sofort. Ja, und dann holen wir uns ja noch von den Griechen nochmal ein paar weitere Knarren. Wie viele Knarren denn noch? Ja, jetzt bauen wir aber erstmal diese Dinge hier noch weiter. Wir müssen ja nicht alles permanent aus dem Fenster werfen. So. Jetzt stehen wir wieder hier. Und versuchen unser Bestes. Das Dumme ist, wir haben noch keine... Ja, wir könnten es aber mal machen. Ne, wir haben da nichts, was wir machen könnten. Ich muss ja erst noch lernen, dass man mit einem Klappspaten Löcher in den Boden graben kann. Das muss ich erst noch lernen, Leute. Also bringen wir es ihnen mal bei. Was machen die Agenten? Das läuft gerade eben. Also ihr seht schon, wir machen schon eine Kollaborationsregierung gegen Brasilien. Wir werden alle Kollaborationsregierungen gegen Brasilien machen. Die gehen. Alle, die gehen. Jetzt brechen wir nur noch Geld und Leute, die mit einem spielen. Na ja, es ist immer so, dieses Spiel kann man auch alleine spielen. Aber vielleicht machen wir auch mal wieder so ein Community-Dings. Wie gesagt, ich sage immer wieder vielleicht. Ich kann es halt einfach nicht garantieren. So, das ist jetzt auch durch. Dann holen wir uns als nächstes jetzt hier mal modernere Gewehre. Die wir auch dann irgendwann mal selber produzieren werden. Mit Betonung auf irgendwann mal. So, wie sieht es eigentlich mit euch aus? Freunde? Ihr könnt auch mal trainieren jetzt hier bei der Gelegenheit. Ihr seid nämlich noch nicht so weit. Das ist richtig, Max. Aber es ist ein Anfang, würde ich mal behaupten. Weißt du, wenn du nicht einmal weißt, wie in unserer Nation, dass man mit Schaufeln Löchern den Boden machen kann, um Gräben zu ziehen, dann stehst du, glaube ich, beim Pionier sein ganz am Anfang. Coolio Vangrants. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. So, jetzt gucken wir mal, dass die jetzt hier ihren maximalen Elite-Status bekommen. So, wie gesagt, die Militärfabriken sind jetzt gleich da. Ich werde mir deswegen jetzt ja auch gleich nochmal eine normale Gewehrfabrik schon mal an den Start holen. und dann holen wir uns nochmal eine Eisenbahnfabrik. Gleiches Wahl, genau. Ich bin sehr gespannt, was jetzt dadurch passieren wird. Im November. Weil ich beim Bürgerkrieg Freiwillige geschickt habe, guten Kark. Das haben damals viele Nationen getan. Also, du hattest damals wirklich auf beiden Seiten, auf der faschistischen, auf der demokratisch-kommunistischen, hattest du Leute aus der gesamten Welt. Oh, da haben sie so einen miesen Hackenpenner doch tatsächlich getrennt. Geil. Frankreich und Großbritannien verkünden Bündnis. Okay, und wir haben jetzt unsere Militärfabriken. Und hier werde ich noch keine Entscheidung treffen, was ich hier mache. Ähm, das hier mache ich auch noch nicht. Forschungsbonus für Produktion mache ich jetzt auch. Ich möchte mal gucken, kann ich irgendwas dann machen, was schnell geht. Mehr Armeeorganisationen. Oder hier noch mehr Militärfabriken. Ja, 35 Tage nochmal eine weitere Militärfabrik, da bin ich dabei. Jawohl, die haben, äh, die, die, die plöppen jetzt hier tatsächlich ein paar spanische und portugiesische Truppen. Das ist fantastisch. Jedes bisschen, was die Truppen kostet, hilft. So, das war ein Anfang. Da oben machen sie halt immer noch Hartdruck. Ich bin jetzt ein Fan von dem Gedanken, jetzt hier hinzugehen und dann hier mitzuhelfen. Hi Chaos Papa, willkommen, grüß dich. Okay, das hier ist abgeschlossen. Wir haben also die erste Kollaborationsregierung in Brasilien abgeschlossen. Wir werden noch weitere errichten. Ich glaube, drei Stück kann man, glaube ich, machen, wenn ich mich nicht falsch erinnere. So, das ist der 8. November. Ich bin gespannt. Ach nee! Das hat überhaupt nichts bewirkt, seht ihr das? Das hat überhaupt keinen Effekt gehabt. Nächste Wahl in 43. Also ohne Bürgerkrieg kommen wir aus der Scheiße nicht raus. Aber doch nicht über den Fluss. Doch, dann lernen die Leute wenigstens sich die trockenen Socken zu schätzen. Aber hier kann man noch mit angreifen. Die Sprengung des gelben Flusses. Die haben fast gar keine Ausrüstung mehr. Dann drücke ich da mal rein. Wir machen jetzt auch tatsächlich ein paar Waffen plus. Wir werden aber noch mehr Waffen kaufen. Nationales Referendum ist nicht drin. Geht nicht. Ist für das hier nicht vorgesehen. Cordoba muss das Ziel sein. Wo ist Cordoba nochmal? Ich sehe kein Cordoba. Ach da, da unten. Cordoba. Ja, aber erstmal schieben wir sie jetzt hier raus. So, das hat uns nochmal an Militäreinrichtungen gebracht. Ja, also ich denke mal, Leute, jetzt drehen wir halt einfach. Jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Dann wird der hier auch rausgebeamt. Jetzt drehen wir diesen Krieg. Also diesen Bürgerkrieg. Ich bin gespannt, wie er sein wird. Wir bekommen ja Bonus-Einheiten. Ja, es ist halt schon ein neutrales Ding. Das ist eine Scheinwahl, wie halt auch in manchen anderen Nationen dieser Welt. Die Leute rennen zur Wahl ohne und es ist völlig egal, was sie wählen. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen mit Druck. Okay, meine Leute verlieren ja gerade krass. Die haben ja gerade krass verloren. Die gehen nicht wählen, sondern falten. Sag, guck mal, die haben tatsächlich jetzt hier Cordoba jetzt hier sich gesnackt. Ich habe keine Ahnung, warum der Typ hier steht wie so eine Bank. Aber der steht wie eine Bank, der Typ. Ich habe übrigens nochmal eine weitere Militärfabrik, die ich jetzt hier benutzen möchte, um noch mehr Artilleriegranaten zu produzieren. Und wir kaufen aus der Sowjetunion noch mehr Stahl. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es dieses Mal schaffen. Ne, ich habe überhaupt keine Chance gegen die. Ich habe keine Chance gegen die. Das ist krass. Nochmal. Ne. Also, jetzt haben wir die Pioniere, dann holen wir noch die Aufklärung. Der Totenkopf ist deswegen weg, Leute, weil wir Leute verloren haben. Wir haben einige Soldaten verheizt und dann sind die dann halt nicht mehr so vorhanden. Und dadurch geht halt durchschnittliche Erfahrungen verloren. Die werden dann halt ersetzt dann durch freiwillige Greenhorns. Deswegen verlierst du diesen Erfahrungstotenkopf. Das ist immer so. Das ist, dagegen kannst du nichts machen. Außer zu verhindern, dass du Truppen verlierst. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel weniger angreifst. Oder wenn du angreifst, sehr erfolgreich angreifst. Oder du machst ein Lazarett. In dem Lazarett geht das auch. So, wir holen uns noch mehr Waffen. Diese Waffen dürfen wir nicht kaufen. Die will man uns nicht geben. Das sind, glaube ich, relativ moderne Waffen jetzt hier von den Finnen. Und nochmal 600 hier, dieser Art. So, dann haben wir einiges an Waffen, das schon mal wieder bestellt. Das ist so ein Game-Changer, ich sag's euch. Boah, die machen jetzt hier aber Hartdruck. Also in der Defensive baust du meistens sehr, sehr gute Erfahrungen auf. Zumindest, solange du gewinnst. Gerade eben gewinnen wir aber nicht. Ich bin gespannt, wie sich jetzt hier gleich meine generelle und mein politisches Umfeld verändern, sobald der Bürgerkrieg ausbricht. Das dauert nämlich nicht mehr lange. Neutrale Anhänger lösen einen Bürgerkrieg in unserem Land aus. Politische Änderungen. Die PC übernimmt die Regierungsgewalt. Es werden keine öffentlichen Wahlen abgehalten. Augustino Pedro Justo tritt Argentinien bei. Wird zum Feldmarschall befördert. Agustino Pedro Justo tritt zurück. Also der tritt den anderen bei. Okay. Anführer der kommunistischen Partei bekommen mehr Kriegsunterstützung, Zeit um Kriegsziele zu rechtfertigen und tägliche Beliebtheit Kommunismus. So, modernere Waffen. Und jetzt lernen wir direkt schon mal, wie man mit diesen Waffen auch einigermaßen umgeht. Ich höre mal die Geschwindigkeit, weil hier tut sich gerade eben sowieso nicht so viel. Vergesst Spanien. Das ist verloren. Das war es schon immer. Und da ist es passiert. Also, argentinische kommunistische Revolution. Die anhaltenden Unruhen in Argentinien sind in den letzten Tagen außer Kontrolle geraten und haben einen Bürgerkrieg ausgelöst. Die vom einst im Exil lebenden Kommunisten Rudolfo Gioldi angeführten und von vielen linksgerichteten Mitgliedern des Argentinischen Kongresses unterstützten Kommunisten haben sich von der Regierung losgesagt und versuchen, die Kontrolle zu erlangen und radikale Veränderungen im ganzen Land zu bewirken. Viele in der Region sind besorgt. Ein kommunistisches Argentinien werde einen Domino-Effekt in dem gesamten südamerikanischen Kontinent auslösen. Tja, das kann auch theoretisch durchaus sein. Der Handel ist teilweise eingestellt worden, wie man es hier gerade eben sehen kann. Wir haben neue Truppen. Das ist jetzt also die neue Ausgangslage unserer Armee. Gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Ach, das ist eine Frau? Fanny Edelmann. Das ist wohl eine Deutsche. Die Fanny Edelmann. Ja, das ist funny, dass die da ist. Und was nehmen wir für einen Feldmarschalligen welchen? Da würde ich tatsächlich ihn selbst noch wählen. Wir befördern ihn. Machen ihm eine Offensivdoktrin und charismatisch schreien. Das sind jetzt hier unsere Truppen, die jetzt hier ran müssen. Boah, das sind richtig elitäre Truppen jetzt hier von den Sowjets, glaube ich, oder? Ne, es ist elitär, am Arsch die Räuber, das ist Miliz. Das ist der Bodensatz. Okay, gleichzeitig findet der Anschluss Österreich statt. Also gut, unsere Leute gehen jetzt hier ran. Du kannst schon mal hier darauf marschieren. Du marschierst, hier sind überall noch kleine Städte. Du marschierst darauf. Du marschierst darauf. Du marschierst direkt hier nach Buenos Aires rein. Die Vereinigten Staaten versuchen Argentinien zu isolieren. Die amerikanischen Diplomaten verließen heute ihre Botschaft in Rawson, nachdem sie erklärt haben, ihre Regierung werde uns nicht mehr bei Konflikten mit näheren, ändernden Ländern unterstützen und unsere Herrschaft nicht anerkennen. Außerdem hat man ein Embargo gegen uns verhängt, um unsere Wirtschaft zu schwächen, obwohl es offensichtlich war, dass die Vereinigten Staaten unsere Regime gegenüber feindlich gesinnt sein würden, hat diese rasche und entschiedene Handel viele schockiert. Aber immerhin habe ich hier volle Kriegsunterstützung. Das ist ja auch schon mal was wert. So, du gehst da noch mit hin. So, meine freiwilligen Streitkräfte sind zurück. Wo sind sie denn? Ah, da sind sie. Dann kommt man hier her. Da sind auch Streitkräfte. Du gehst hier rein und danach da hinten rein. Du marschierst auch auf Buenos Aires. Ich weiß gar nicht, wie stark deren Armee ist. Vielleicht ist das auch schon alles, was wir jetzt hier gerade eben sehen. Wahrscheinlich ist das auch schon alles. Und wenn ich jetzt Buenos Aires nehme, ist das wahrscheinlich schon vorbei. Oder fast vorbei. So, Moment, aktuelle Kriege. Das ist nicht der Krieg. Argentinische Bürgerkrieg. Es fehlt noch ein kleines bisschen, ein paar kleine Städte. Der Verlust von Buenos Aires, würde ich mal behaupten, hat ihnen das Genick gebrochen. Das könnte schon diese hier sein. Das sind zwei Punkte. Könnte schon reichen. Okay, du gehst jetzt noch hier hin und holst das hier alles. Also hier gewinne ich nicht, obwohl ich Gebirgsjäger... Ach, es sind Gebirgsjäger gegen Gebirgsjäger. Na gut. Aber ich habe das Gefühl, das haben wir gleich. Ach so, und ich darf ja nicht vergessen, dass ich hier weitermachen kann. Ups, 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 ups. Also, wir werden uns jetzt hier natürlich... Ach so, das kann ich hier momentan noch nicht machen. Dann machen wir einfach mal Produktionsforschungsboni. Denn dieser Bürgerkrieg ist leicht zu gewinnen. Wir haben genügend Unterstützung aufgebaut gehabt. Tja, das brauche ich jetzt hier also noch. So, jetzt kommt ihr zurück. Und dann würde ich einfach mal sagen... ...einfach Angriff auf dieses Teil und dann ist es hoffentlich vorbei. Meine Flugzeuge machen noch gar nichts. Ich habe einige davon. So. Das durfte den Sieg jetzt hier versichern. Fanny Edelmann war Argentinierin, die bei den internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg mitgekämpft hat. Passt also gerade. Ja, das stimmt. Aber der Name ist eindeutig ursprünglich deutsch. So, meine Wirtschaft. Sowjetunion. Bitte liefern mir wieder den Scheiß, den ich brauche. Sonst geht nämlich meine Wirtschaft hier komplett den Bach runter. So, wir knüppeln die jetzt hier weg. Die machen nochmal eine Kollaborationsregierung. Der Handel wird jedes Mal wieder abgebrochen. Ich verstehe nicht warum. Warum brechen die Sowjets den Handel mit uns ab? Vielleicht reicht es sogar schon, wenn wir diese Siedlungen hier noch vollnehmen. Könnte ja sein. Ja, wobei, wir hauen es jetzt auch hier raus. Ach, ich habe gar keine Fabriken. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ich gar keine Fabriken habe. Könnte ja im Bürgerkrieg liegen. Aber die meisten Fabriken sind doch wieder unter meiner Kontrolle. Das ist seltsam. Es gibt übrigens sogar als Argentinien eine Möglichkeit, sich über die Falkland-Inseln zu einigen mit den Briten. Ich weiß noch nicht, wie gut es klappt. Aber es gibt einen Fokus, der macht das. Also es hat nicht gereicht, wie man hier sehen kann. Wir müssen jetzt also tatsächlich noch das letzte Zierobern. Mann, Mann, Mann. Jetzt darf es aber vorbei sein. Jawohl, es ist vorbei. Halleluja. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Wir haben dadurch sogar eine einigermaßen brauchbare Truppe jetzt hier. Wobei, das sind jetzt halt Milizen. Was macht man jetzt damit? Was macht man jetzt mit diesen Milizen? Diesen elitären Welchen? Man weiß es nicht. Oh Gott, jetzt habe ich die Nacht-Tag-Rhythmus eingeschaltet. Wie... War das T? Nee, wie macht man den wieder aus? So, hier. Es gibt immer diese Taste. Ich komme immer ran. Tatsächlich haben wir einen politischen Berater dadurch verloren. Wir haben immer noch den Angriffsexperten. Das ist gut. Ich glaube, Leute, wir gehen auf Feuerüberlegenheit. Wir erhöhen auf umfangreich. Und später noch auf Kriegswirtschaft. So, wir haben die Produktionsinitiative durch. So, und wir gehen unseren eigenen Weg. Wir werden jetzt hier nicht uns an die Sowjets richten, sondern wir machen jetzt hier unsere eigene Zukunft gestanden. Also, da holen wir uns die Fanny Edelmann, glaube ich, jetzt dadurch in die Regierung. Kann ich jetzt endlich wieder einkaufen? Nee, ich kann immer noch nicht einkaufen. Hä? Was ist mit meinen Fabriken los? Was ist mit meinen... Meine Fabriken sind weg. Was ist mit meinen Fabriken los? Ich kaufe auch keine Ausrüstung. Die Spionage, meinst du? Stimmt, die frisst alles. Ah, die frisst alles. Das ist ja scheiß Spionage. Okay, es ist die Spionage. Okay, okay. Ich dachte nicht, dass sie so viel frisst. Na gut, unser Land liegt jetzt also gerade eben jetzt erstmal nochmal da nieder. Macht ja nichts. So, wir beschleunigen. Jetzt ist das Goldreserven-Beschlagnahmen leider verschwunden. Das heißt, wir haben dadurch noch weniger Fabriken am Start. Noch 50 Tage. Wir können unsere Schusswaffen verbessern. Ich gehe erstmal auf weicher Angriff und Zuverlässigkeit. So, unsere Zukunft gestalten. Fanny Edelmann wird Anführerin der kommunistischen Partei. Feministische Revolutionäre. Nochmal 2% mehr rekrutierbare Bevölkerung. Und noch mehr Kommunismus. Also, heute machen wir quasi feministischen Kram. Oje, ja, diesen Ball verirrt. Ein neuer Präsident in Uruguay. Gabriel Terra, der Präsident von Uruguay, kündigte letzte Woche an, Wahlen abzuhalten, um die im Jahre 1933 durch den Putsch erlangte Macht abzugeben. Terras Schwager, der Alliierten unterstützt Alfredo Boldomir Ferrari, wird an seiner Stelle regieren. Tada. Der sieht aus wie ein 30er Jahre Schurke. So ein Filmschurke, so ein generischer. Wir sind Kommunisten. Genau, wurde vorhin abgestimmt am Anfang. So, jetzt haben wir die Fanny Edelmann jetzt hier am Start. Die bringt uns nochmal 2% mehr. Jetzt können wir, also alternativ hätten wir natürlich auch jetzt die Sowjets machen können, wie wir sehen können. Aber dann holten wir uns halt hier den militärischen sowjetischen Komplex. Aber das wollen wir nicht. Wir holen uns jetzt hier, wie ihr sehen könnt, Frauen in die Industrie. Das bringt uns nochmal minus 15% Konsumgüter und noch mehr Produktionsoberleistung. Das finde ich saustark. Die Arbeitnehmerrechte bringen uns, wie ihr sehen könnt, Basisstabilität. Staatliche Gewerkschaften erhöhen nochmal die Produktion und die Baugeschwindigkeiten für Zivil- und Militärfabriken. Ich halte das alles für sehr, sehr stark. Voldemort Ferrari. So, Kriegswirtschaft geht erst ab 165. Wir machen schon 1,34 Punkte pro Tag. So, jetzt Kriegswirtschaft. Wir sind die Game Genossen. Wenn ihr das sagt. Ah, wir machen nochmal ein paar weitere Zivil-Fabriken. Dass ich wenigstens 15 hier am Start habe. So, Infanterieausrüstung ist am... Ah, ne. Dann holen wir uns, glaube ich, die Arbeitnehmerrechte, oder? Oder was bringt das hier? Das hier sorgt nochmal dafür, dass wir noch mehr freiwilligen Truppen entsenden können, wenn wir das wollen. Agrarreform, noch weniger Konsumgüterfabriken, noch mehr Fabrikleistung. Wir machen die Agrarreform sofort. Das ist so geil in der Kombination. Als nächstes, ich will mehr weichen Angriff haben mit meinen Waffen. Also, ich will, dass sie mehr Punch haben als irgendwelche anderen Effekte. So, und jetzt möchte ich bitte wieder eine funktionierende Wirtschaft haben. Dann gönnen wir uns... Das ist noch ein bisschen arg früh. Ja, arg nett, aber es ist ein bisschen früh. Das da. So, 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 so. Hoch. Die vierte Internationale. Mehr Kommunismus, wie ihr seht, bekommen wir. Die Unterstützung vieler internationalen Meinungen. Schweden. Und so weiter und so fort. Und jetzt, ja, kommen diese ganzen anderen Verträge in der gesamten Welt. So langsam aber sicher, denke ich, können wir auch anfangen, noch mehr reguläre Truppen auszubilden. Wobei ich diese Truppen jetzt hier anfangen möchte, ein bisschen zu reduzieren. Ich ändere sie in diese Artillerie-Truppe jetzt hier um und sorge dafür, dass sie auch ein bisschen Pioniere bekommen. Das wäre mir wichtig. Und dasselbe machen wir im Grunde hier, sobald wir wieder genügend Punkte haben. So. Die Fanny schaut ein bisschen creepy. Ja, ich sag's mal so. Wisst ihr, wie Paradox das immer macht? Die Paradox sucht sich immer solche Bilder... Ach, guck mal, wir haben übrigens unser eigenes Bündnis. Sucht sich immer Bilder aus irgendwelchen Geschichtsbüchern, Zeitungsartikeln. Und das ist wahrscheinlich eines der besten, das von ihr existiert. Und das haben sie dann quasi jetzt digitalisiert. Also deswegen ist es halt einfach so eine Momentaufnahme, so ein Schnappschuss von der Frau. Hallo, der Hans. Ich hab schon mal gesehen, wie die das machen, sich die Bilder zu holen. Was ist das hier noch? Die Konferenz von Bernus Ayres. Er hält das Ereignis, die Konferenz von Bernus Ayres. Dieser Beginn stellt uns vor die Wahl, Fanny Edelmann an die Macht zu behalten oder Antonio Sato die Führung zu überlassen. Fanny Edelmann hat die, an die Macht zu behalten, schaltet dann den Schwerpunkt den Kontinentvereinen frei, um den Kontinent befreien. Weil Antonio Sato zum neuen Staatsüberhaupt zu ernennen, schaltet den Schwerpunkt Patagonien entwickeln frei. Also ich denke, dass wir die Fanny behalten werden. Also entweder können wir das da machen, wie ihr sehen könnt. Das ist also sozusagen, wenn wir den Kerl nehmen. Der bringt uns, wie wir sehen können, noch mehr Stabilität. Braucht ich schon. Und hier nochmal ein bisschen täglichen Nachschubbedarf reduzieren. Oder halt einfach ein riesiges Lateinamerika. Ja, wir werden die Fanny behalten, würde ich behaupten. Wir behalten die Fanny. Aber vorher machen wir jetzt hier noch mehr Basisstabilität und noch mehr Produktionscap. Jetzt hier mit den Arbeitnehmerrechten. So, dann holen wir uns... Ja, wir fangen jetzt mal damit an. Hallöchen! An alle, die noch dazugekommen sind. Chaos Pride. Sieht aus wie Prinzessin Lea aus Star Wars. Ja, aber nur ein bisschen. So ein bisschen die Kinnform, sage ich jetzt mal. So, die Nationalisten haben den Spanischen Bürgerkrieg gewonnen. So, okay. Also gut. Wir produzieren weiter. Das hier läuft gerade eben noch. Wir werden früher oder später auf jeden Fall mit Brasilien... Oh, wir können auch Nachrichtenoffizier werden. Bei meinem eigenen Bündnis. Yay. Wo nur ich drin bin. Das Leben ist schön. Was macht Italien? Das ist, wie gesagt, historisch. Die machen hier ein ganz normales Ding. Italien macht Italien Dinge. Oh nein, der Agent wurde gefangen genommen. Das ist ärgerlich. Das heißt, dann werden wir ihn jetzt als nächstes rausholen, sobald es geht. So. Die Monroe-Druck-Team ist übrigens immer noch über uns. Das Bild gab es schon vorher, wenn man nicht historische KI eingestellt hat. Es polt Mexiko die ganzen... Ah. Ja, ja, aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein historisches Bild von der Fanny Edelmann. Wenn man wahrscheinlich nach ihr googelt, findet man das wahrscheinlich sogar... Ich nehme mal an den Schwarz-Weiß. Die Königin Mord von Norwegen ist gestorben. Also, wir bekommen einen krassen Produktionsleistungsbooster durch. Vielleicht kennst du es auch vom Spanischen Bürgerkrieg, ja? Du kannst ja mal gerne auch sagen, dass sie beim alten Auftrag fortsetzen sollten. Äh, das Ding ist abgeschlossen. Wir haben die zweite Collab auf Brasilien. Das ist kein Problem. So, das hier bringt uns auch drei Zivilfabriken. Wir holen uns jetzt hier drei Zivilfabriken. Was ich fantastisch finde. Daran arbeiten wir weiter. Äh, wir haben jetzt schon 2600 Knarren. Es wird Zeit, dass wir noch mehr Truppen ausbilden. Vier weitere. So. Dass wir langsam aber sicher mal in eine echte Armee verwandelt werden. Wie viele... Ich kann 1200 Waffen von den Griechen kaufen. Nee, kann ich nicht. Die mögen mich nicht genug. Oder sind das überhaupt die Griechen? Nee, das ist Uruguay. Uruguay mag mich nicht genug. Also gut. Nochmal. Oh, jetzt holen wir den Giorgio hier rein. So. Jetzt bringt uns nochmal 10% mehr. Guck mal, wie viele Manpower wir jetzt schon haben. Das ist schon echt nice. Und das wird noch deutlich mehr werden. Dank der Fanny und dem Giorgio. Hallöchen, äh, Cedrico. Willkommen. So, jetzt kann ich vorbereiten, ihn zu befre... Äh, nein, das war dumm. So rum. Jetzt befreien wir ihn. Und wie gesagt, Leute, wenn euch der DLC gefällt, ihr könnt euch auch natürlich noch mein Let's Play angucken auf YouTube. Wie immer ist es so, nach diesem Stream werde ich für die, äh, für die, ähm, Kanalmitglieder auf meinem Hauptkanal Mr. Merp, alle Videos, die im März kommen, würden schon freischalten. Wie ich es mit allen anderen, äh, wie ich es mit allen anderen, äh, wie ich es mit allen anderen, äh, YouTube Let's Play jetzt auch schon gemacht habe. Aber im ersten Video, das jetzt auch schon raus ist, habe ich auch nochmal ganz, ganz grob zusammengefasst, was hier Phase ist. Wenn ihr später, morgen zum Beispiel, morgen früh, werde ich diesen Stream hier auf Mr. Merp Uncut freischalten. Und, ähm, dann könnt ihr euch nochmal meine Erklärungen und, äh, den Rundumflug anschauen, ähm, was also diese DLC weitgehend beinhaltet. So, also gut, die Industrie reformieren. Drei Zivilfabriken, alles in Los Andes. Jetzt haben wir das Bauwesen abgeschlossen. Wir holen uns hier nochmal mehr Produktions-Cap, weil es ja schon schnell geht. So, und jetzt können wir die V, äh, die FJC ermächtigen. Das bringt uns nochmal 2,5 rekrutierbare, nochmal einen Faktor um 10% rekrutierbare, Kriegsunterstützung und nochmal mehr Kommunismus. Das geht so ab, ey, ganz im Ernst. Ich würde, also, äh, ich finde, sie haben einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht mit diesen, äh, mit, mit, mit diesem DLC. Was viele, viele, äh, Faktoren angeht. Ähm, so. Also, die Fokusbäume sind nicht übertrieben unnötig kompliziert wie viele andere. Du kannst mit denen wirklich arbeiten. Die sind nicht so ganz blöd verschachtelt. Wo du dann manchmal denkst, quasi, wenn du auf der rechten Seite was machst, sagst du, Links-Sachen nicht machen. Aber das steht bei beiden nicht dran. Das kennen wir alle, ne? Mexiko ist so ein typisches Beispiel dafür. Und hier ist es sehr, sehr schön einfach gehalten in den allermeisten Fällen. Und wenn es etwas, oder Neuseeland, genau. Und wenn es etwas in dieser Art und Weise ist, dann steht es rot dran. Ähm, zum Beispiel, ähm, das seht ihr bei meinem YouTube-Let's Play. Da kriegst du eine Warnung, dass, also, wenn du diese beiden miteinander kombinierst, dann gibt es einen Bürgerkrieg. Staatlicher Atheismus. Der bringt uns noch mehr Kriegsunterstützung, aber reduziert die Stabilität, bringt uns aber mehr Forschungsgeschwindigkeit. Oder erlauben wir Befreiungstheologie, das erhöht krass unseren Machtzuwachs, unsere Stabilität, aber reduziert die Forschung. Ähm, Leute, was sagt ihr? Also, ich bin ja schon ein Fan davon, also, beides ist geil. Mehr Machtpunkte ist geil, aber auch mehr Forschungsgeschwindigkeit ist geil. Also, eins ist Forschungsgeschwindigkeit erhöhen, zwei ist sie weg, also reduzieren. Machtpunkte sind nachher immer gefühlt immer über. Ja, aber wenn nicht, wenn du korrst, mein Lieber. Aber die meisten sagen eins. Also, wir machen einen staatlichen Atheismus. Daran ist die Kirche selbst schuld. Die Kirche hat sich gegen den Kommunismus gestellt. Jetzt müssen sie damit leben. Also, wir haben uns für die Eins entschieden. Mehr als zwei Drittel von euch haben sich auch für die Eins entschieden gehabt. Dann verlieren wir halt ein bisschen, äh, Stabilität, aber das bringt uns nicht um. Wir haben genügend Stabilität. So, die Tschechoslowakei wird jetzt hier gerade eben schon geschluckt. Jetzt holen wir uns noch den Funk. Und so kommen wir jetzt hier zu unserem dritten Forschungsteam. Und das vierte ist auch nicht mehr weit. Na, also hier ist ein Forschungsteam und dann ist hier noch ein Forschungsteam. Dann müssen wir noch diese drei Dinge hier machen. So, ähm... Ne, Moment, ich hole mir jetzt die ersten Militärfabriken ins Land. Wir wollen jetzt Militärfabriken. So, der staatliche Atheismus und jetzt, wie gesagt, ähm, staatliche Forschung. Oder sozialistische Forscher. Moment, wir holen uns jetzt hier auch nochmal den Bodenunterstützungsdut für noch mehr Luftwaffenerfahrungspunkte. Die brasilianische Politik der guten Nachbarschaft. Das ist auch ein neues Event übrigens. Der brasilianische Präsident Getúlio Vargas hat verlautbart, dass seine Regierung darum bemüht ist, enger mit ihren südamerikanischen Nachbarn zusammenzuarbeiten. Sie selbst bezeichnen dies die Politik der guten Nachbarschaft. Wie die Zusammenarbeit aussehen wird, bleibt abzuwarten. Doch es ist eine deutliche Abkehr von den bisher eher feindseligen Beziehungen zwischen den spanischen und den portugiesischen Nationen des Kontinents. Das bringt uns nochmal Meinung mit ihnen, aber das ist uns eigentlich total egal. So, die beiden sind übrigens wieder zurück. Wir arbeiten jetzt hier an der dritten Collab. Und wir haben neue Units bekommen, die wir sofort trainieren werden. Das brachte uns nochmal ein bisschen mehr, ähm... Truppen, wir bilden nochmal jetzt hier zwei von euch aus. Wie viele Waffen hat es dadurch weggehauen? Ah, das waren die gesamten Waffen dadurch schon, okay. Nochmal zwei weitere Gebirgsjäger holen wir uns jetzt. So, nach den sozialistischen Forschern. Ich bin ehrlich gesagt echt am überlegen, dass wir erst jetzt hier die gesamte technische Schule jetzt hier noch machen und dass wir erst danach die Konferenz von Buenos Aires machen. Oder wollen wir erst... Wollen wir erst die Konferenz machen? Macht mal eine Eins. Weil wenn ihr sagt, nee, macht erst das letzte Forschungsteam, macht eine Zwei. Die meisten sind eindeutig für das vierte Forschungsteam. Okay, also dann ziehen wir jetzt hier die ganzen Forschungsteams jetzt hier durch. Es ist auch tatsächlich so, dass die meisten Forschungsteams gar nicht mehr so kompliziert zu bekommen sind. Und Italien sucht Ernährung an Deutschland. Italien ist im Deutschen Reich weitgetreten, okay. Molotow-Rimtow-Pakt ist da. Der Gag ist, wir können jetzt also unseren eigenen Kommunismus in Lateinamerika machen, ohne dass wir mit den Sowjets was zu tun haben müssen. Was ich sehr, sehr lustig finde. So, gleich haben wir... Oh, warte mal, ich kann die Feuerüberlegenheit jetzt hier schon in den Start bringen. Wir gehen an die Feuerüberlegenheit ran. So, sozialistische Forscher. Dann machen wir jetzt hier nochmal Forschungsponi für Elektronik. Das dauert nur 35 Tage, das ist das Schöne daran. Dann holen wir uns modernere Knarren. Ob Italien in Afrika gewonnen hat? Naja, definiere gewonnen. Gewonnen genug vielleicht. Hier noch mehr Artillerie. Ich mache jetzt erstmal hier die Artillerie voll, weil wir werden später sehr viel Artillerie brauchen. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Militärfabriken rein. So, wir werden jetzt hier den Stromsektor ausbauen. Wir holen uns jetzt hier auch einen Marine-Manöver-Dude für die ganzen Machtpunkte. Weil vielleicht brauchen wir auch noch später Marines. Das ist angenehm, wie viele Punkte wir gerade eben generieren. So, danach machen wir noch die Baufirmen investieren. Ihr seht, dann bekommen wir nochmal mehr 10% mehr Baugeschwindigkeit, dauerhaft. Und nochmal einmal mehr Bautechnologie. Bonus. Da ist es schon passiert. Zack. Go Void. Oh, und jetzt, wo wir die Feuerüberlegenheit haben. Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall kühner Angriff. Wir werden kühn angreifen mit unseren Drücken. Und damit bricht jetzt der Zweite Weltkrieg aus. Wir holen uns Direktivbonus hier ganz im Ernst. Dann haben wir noch mehr Forschungsgeschwindigkeit. Sehr früh. Hi, Brother Ronin. Willkommen. Willkommen in Argentina. Don't cry for me, Argentina. Logistik nehmen wir noch mit rein. Reduziert unsere Verschleißrate. Ja, die Weltspannung nimmt ja auch noch zu. Der Fall von Warschau. Bauchfirmen investieren es durch. Und jetzt holen wir uns noch. Oh, ich brauche erst 45 Fabriken. Verdammt mich. Verdammt mich, verdammt mich, verdammt mich. Das ist jetzt doof. Das ist sogar sehr doof. Hallöchen, MRJ, willkommen. Ich mache nochmal kurz die Freiwilligen Sozialisten zwischendurch. Uns fehlen noch einige Fabriken. Ja, die Falklandinsel holen wir uns irgendwann noch, aber nicht sofort. Irgendwann holen wir sie uns, keine Sorge. So, ich brauche noch mehr Stahl aus der Sowjetunion. So, jetzt machen wir die dritte und wahrscheinlich letzte Collab mit den Brasilianern. Da gehen wieder alle meine Fabriken drauf für die Aktion. Ja, jetzt steigt auch so langsam aber sicher die Weltspannung, wie ihr gerade eben sehen könnt. So, ich brauche noch mehr Truppen. Wie viele Waffen haben wir denn? Wir haben noch nicht genügend Waffen. Ich könnte gerade eben nicht mal safe einer meiner Nachbarn angreifen. 68% Feldspannung. Aber ich könnte später eventuell den Zopp jetzt noch Truppen schicken, um sie zu unterstützen. Jetzt haben wir die 88%. Das merkt man immer dann, wenn die Musik sich plötzlich ändert. Das ist jetzt gerade eben passiert. Das ist noch zu früh. Das ist auch Quatsch. Ich will nur überlegen, ob ich ernsthaft hergehen soll und Ja, komm, wir machen Panzergrenadiere. Lateinamerikanische, sowjetische Panzergrenadiere. Okay. Wir könnten jetzt dieses Abkommen aufkündigen. Dann haben wir mehr Ressourcen für uns. Wir machen aber erstmal argentinisches Rindfleisch, was noch mehr weniger Konsumgüterfabriken macht. Und dann zeigen wir quasi der alliierten Welt wohl den argentinischen Mittelfinger. Hi, Zinschwein. Grüße. 900 Knarren. 1000 Knarren. Was mir jetzt wiederum ermöglicht, in dem Weid. Oh Gott. Da bricht einfach wieder die gesamte Produktion ein. Wegen sowas. Ausbilden. Ja, wir bilden mal direkt zwei aus. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht so ewig dauert hier. Boah, immer noch so und so viele Tage. Ich finde es fast ein bisschen übertrieben, wie viele Fabriken dafür benötigt werden. Aber es wird schon hinhauen. Hier nochmal den Typ für die Luftnahunterstützung, denn wir haben ja Luftnahunterstützung. So, unsere Artillerie. Da sorge ich jetzt erstmal hier für mehr weicher Angriff. Und bei unserer Luftdoktrinen gehen wir auf Schlachtfeldunterstützung. So, dann holen wir uns jetzt hier. Also, wie gesagt, jetzt haben wir die Wahl. Wir könnten jetzt sagen, dass wir das neu verhandeln. Das Rocker-Rocke-Mann-Abkommen durch das Eiden-Malbran-Abkommen ersetzen. Das sorgt dafür, dass wir weniger Konsumgüter haben. Ressourcen auf dem Weltmarkt minus 10 Prozent. Handelsgesetzkosten werden ersetzt. Das wäre deutlich besser. Oder ist einfach aufkündigen. Aber ich kann das erst machen, wenn ich die Beziehungen zu Großbritannien abbreche. Wahrscheinlich können wir das gar nicht. Beziehungen. Ne, das ist glaube ich ein anderer Fokus. Das heißt, wir können es also nur neu verhandeln. Womit ich aber cool bin. Oder wir machen jetzt hier die Wiederbelebung der Wirtschaft. Wir machen die Wiederbelebung der Wirtschaft. So, kommen wir auch noch auf ein paar Fabriken. So. Ja, hier fehlen einfach immer noch jede Menge. So, modernere Waffen. Der weiße Tod schlägt in Finnland zu. Und wir holen uns hier noch mehr Boni für unsere Waffen und modernisieren unsere Waffen nochmal. Aber gerade eben steht im Grunde unsere Produktion weitgehend still. Das Treffen im Buenos Aires wollte ich machen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das werde ich auch gleich machen. Das werde ich gleich machen. Aber das ist auch ein geiler Bonus. Na hier, Wiederbelebung der Wirtschaft, Baugeschwindigkeit, Zivilfabriken. Wobei es vielleicht sogar ganz schlau wäre, dann erstmal Zivilfabriken zu machen. Das wäre einfach mal dann schlau. Weil das jetzt ist auch gleich fertig. Jawohl, in drei Tagen. Das ist genau zur rechten Zeit gewesen. Zack. Und jetzt sind meine Zivilfabriken nämlich wieder am rödeln. Genau jetzt mit einem extra Bonus. Also dann machen wir jetzt endlich dieses formale Leite Treffen in Buenos Aires. Und das hier können wir jetzt auch wieder machen. So. Arbeiten hier immer noch 15 Stück dran. Mehr Zivilfabriken braucht das Land. So. Die Konferenz von Buenos Aires. Das wirst du gleich sehen Brother Ronin. Da können wir gleich Entscheidungen treffen, wie wir jetzt hier mit Lateinamerika umgehen wollen. So. Da. Genau. Die Konferenz. Die Konferenz von Buenos Aires beginnt. Endlich hat unsere neue kommunistische Regierung Maß an Stabilität erreicht, die sie braucht, um ihre erste Konferenz in Buenos Aires zu eröffnen. Bei dieser Konferenz wird über die Zukunft der PCA entschieden und darüber, wer das Land in den kommenden Jahren führen wird. In diesem Jahr haben wir zwei starke Kandidaten, die jeweils eine andere Vorstellung von der Zukunft haben. Unsere derzeitige Vorsitzende Fanny Edelmann plant, den Status quo beizubehalten, sorgt für Stabilität und repräsentiert die Volksrepublik Argentinien auf der Weltbühne. Antonio Soto hingegen ist ein ehemaliger patagonischer Rebell, der glaubt, wir sollten darauf hinarbeiten, die Volksrepublik Argentinien auf den Weg des Anarchosyndikanismus zu bringen. Wer will, er sollte den Mantel des Premierministers von der Volksrepublik Argentinien übernehmen? Ja, ich denke, wir bleiben auf jeden Fall bei der Fanny Edelmann, Leute, weil die bringt einfach die besseren Boni mit. Er bringt halt, wie wir sehen können, 20.000 Mann mehr Mannstärke, aber ich bin trotzdem der Meinung, wir nehmen die Fanny Edelmann. Wir nehmen die Fanny Edelmann. Man kann ja auch ein anderes Mal weiterspielen. Alleine wegen der 2% Rekrutierbaren finde ich sie eigentlich zu gut, um sie wegzupacken. So, und nun können wir, ihr seht, den Kontinent entweder vereinen, nee, das können wir nicht, oder wir können ihn befreien. In diesem Fall können wir ihn befreien. wir erhalten jetzt hier die Kriegsziele gegen kommunistische Nationen in Lateinamerika. Aber wir sind noch nicht so weit militärisch. Das ist noch nicht so gut für uns. Ich werde jetzt hier erstmal die Einwanderungswelle machen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Hier gibt es nochmal zwei Zivilfabriken und hier nochmal mehr Bevölkerungsrekrutierungsfaktor. Also, wir werden noch angreifen, aber man muss ja alles vorbereiten in diesem Spiel. So, durch einen Erdrutschartigen Sieg bei den Wahlen konnte Fanny Edelmann ihren Posten in der Regierung behalten. Damit ist auch klar, dass das argentinische Volk Stabilität und Wachstum möchte. Der konkurrierende Kandidat Antonio Soto ist nach Patagonien zurückgekehrt und hat sich bereit erklärt, den Plänen von Edelmann vorerst zu folgen. Vorerst, das heißt also, dass wir vielleicht noch Ärger mit ihm haben werden. Könnte sein. Warum wir nicht vereinen können, Moment, das stand hier dran, beliebiges Land, alle folgenden Bedingungen müssen zutreffen. Argentinien ist im Frieden mit Argentinien, Hauptstadt liegt in Südamerika, aktuelle Regierungsbegriffe kommunistisch, ist in keinem Bündnis. Ah, ich hätte aus diesem Bündnis austreten müssen vorher, das wir selber geschaffen haben. Dann hätten wir den anderen Pfad wählen können. Das hätte uns Okay, das ist ziemlich fragwürdig. Wird dieser Schwerpunkt ausgewählt, erhält jedes kommunistische Land, der Zürich haben wir ein Angebot, unserem Bündnis beizutreten. Das könnte ein Bug sein. Das wäre der erste, den ich gefunden habe. Ich mache mal F12 und schicke das denen nachher. Also ihr seht, nach dieser Logik, da dürfen wir in keinem Bündnis sein, aber ich glaube, das ist falsch rum. Das ergibt nämlich sonst keinen Sinn. Ein Bug ruft die Mobilienfadrie. Ein Bug in eine Nee, du musst es so sagen, Arcadol. Ein Bug in einem Paradox-Spiel bei Release. Ketzerei. So, jetzt holen wir uns noch hier diesen Kampfbonus. So. Einwanderungswelle. Einwanderungswelle. Die Einwanderungswelle ist mega gut, Leute. Ich sage es euch, die ist mega geil. Ihr werdet gleich sehen, wir werden gleich zwei Millionen Mann Manpower haben. Als Argentinien. Das müsst ihr euch mal klar machen. Das ist so sick. Kein Bug bei Paradox wäre Paradox. Ja, das ist richtig. Rumänien weist ungarische Forderungen zurück, der bulgarische Regierung unterstützt Imro, Ungarn fordert Siebenbürgen. Ja, 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 ja. Die alte Leier, die kennen wir doch schon. So, neue Truppen sind da, die wir trainieren können. Ich glaube, dass ich als allererstes tatsächlich Chile angreifen werde. Ich stelle mich schon mal hier hin und trainiere. Also, mein Plan ist es, würde ich als allererstes Chile zu attackieren. Wir holen uns noch mehr Truppen. Das kann ich nicht ausbilden. Einmal nein, ach Gott, was mache ich denn für ein Klatsch? So, zack, zack, zack. Und neue Truppen ausbilden. Die Panzergrenadiere werden wir später auch noch erschaffen, aber immerhin haben wir es jetzt schon mal. Dann verbessern wir jetzt noch die Gebirgsjäger. Und dann können wir noch die LKWs verbessern. Ich bin immer ein Fan von Zuverlässigkeit. Immer. Okay, wir haben tatsächlich das Ding jetzt hier gewonnen. Jetzt haben wir drei Kollaborationsregierungen auf denen. Und als nächstes, wenn wir jetzt, wie gesagt, die angreifen wollen, da brauche ich keine Kohle ab. Weil ich glaube, dass ich sie koren kann. Aber wir werden es sehen. So, die Einwanderungswelle wird sehr, sehr episch. Aber vorher verbessern wir jetzt hier nochmal weitere Zivilfabriken. Also, wir bekommen jetzt hier Entscheidungen, wie ihr sehen könnt, jetzt hier in bestimmten Staaten die Einwanderung durchzuführen. Ihr seht, was es für ein Boni bringt. Das kostet uns jeweils 150 politische Macht, was aber ein Schnäppchen ist für das, was es bringt, wenn man es richtig anwendet. Also, hier können wir zum Beispiel italienische, deutsche oder britische Einwanderer in verschiedene Staaten holen. Wir können es aber nicht unendlich oft machen, hatte ich den Eindruck. Ich glaube, das können wir nur dreimal machen. Aber das kann auch ein Bug sein. Ihr seht jetzt hier, was es bewirkt. Lokale Mannstärke plus 40% und noch mehr lokale Baugeschwindigkeit. Und es verbessert auch die Beziehung mit bestimmten Staaten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hier in Rio Negro guckt man uns natürlich den Staat an. Hier wohnen 500.000 Menschen. Hier wohnen 6 Millionen Menschen. Wir wollen hier definitiv die 6 Millionen Menschen pushen. Was gibt es hier unten noch? Hier gibt es nochmal 420.000, hier gibt es 140.000. Es macht also Sinn, die Staaten natürlich zu pushen, die sehr viele Bevölkerung haben. Hier gibt es auch 1,6 Millionen, wie ihr sehen könnt. Hier gibt es auch 3 Millionen hier in Santa Fe. Also im Grunde müssen wir jetzt eigentlich Buenos Aires und Santa Fe als allererstes rannehmen. Santa Fe hier zum Beispiel können wir Italiener ranholen. Und hier Buenos Aires. Deutsche nach Buenos Aires. Also wir wollen jetzt Deutsche nach Buenos Aires. Achtet dann mal auf unsere Manpower Freunde. Achtet auf die Manpower. Die wird einen Satz nach oben machen. Sowjetisch-Deutsches Handelsabkommen und Bulgarien tritt den Achsenmächten bei 3 2 sind wir bei 1,8 Millionen Manpower. Brachte uns 200.000 Mann. Dieser kleine Fokus. So als nächstes ihr seht wir können nicht mehr alle machen würde ich jetzt versuchen nach Santa Fe Italiener nach Santa Fe das bringt denselben Bonus. Da wohnen 3 Millionen Menschen. Und wie gesagt solche Boni haben auch Chile und die anderen Staaten die könnten weitgehend alle solche Sachen machen um die Länder zu verbessern also Einwanderung Einwanderungswellen zu fördern Dann holen wir uns jetzt hier noch Logistik für später unsere Waffen werden verbessert das hier haben wir schon durch gearbeitet dann holen wir uns jetzt hier noch den Bonus auf die Verteidigung der Fall von Nanjing so jetzt sind wir bei 2,1 Millionen Mann Manpower und nachher können wir nochmal gucken vielleicht kann ich nochmal Santa Fe buffen wir werden es gleich sehen aber ich hole mir natürlich erstmal die Italiener 2,27 Millionen so jetzt kann ich noch den Rio Negro verbessern der ist jetzt halt nicht mega krass mit den Briten aber ich habe gerade eben 500 im Grunde fast 500.000 Mann mehr dadurch jetzt hier besorgt durch diese Entscheidungen das ist enorm so jetzt machen wir noch den Rio Negro wie gesagt der Rio Negro da sind nur 500.000 Mann das wird nicht so einen Einfluss haben aber es wird einen Einfluss haben wir verbessern unsere Artillerie so noch mehr Zivilfabriken zwei weitere so auch noch für 365 Tage dass wir noch mal 15% weniger Zivilfabriken für staatliche Dinge verbrauchen und dann machen wir jetzt hier noch am Ende jetzt hier die argentinische Metropole bringt uns noch mal mehr 5% mehr rekrutierbare Bevölkerungsfaktor noch mehr Stabilität und Forschungsgeschwindigkeit wäre lustig wenn es in Deutschland Italiener Menschen fehlen würden das wäre lustig das ist richtig ach guck mal jetzt ist schon fertig wir sind jetzt bei 2,33 Millionen tatsächlich ist aber die Zahl der Bevölkerung nicht wirklich größer geworden das ist einfach nur ein Faktor gewesen und wir bauen jetzt halt auch schneller in diesen Gebieten das kommt auch noch dazu so wir fügen hier noch mal hinzu jetzt haben wir 6 23 kann ich jetzt noch einen gebirgsten ich kann immer noch keinen gebirgstärker machen es sei denn ich ballere die raus packe die noch hin und lasse hier noch trainieren kann ich jetzt noch mal einen gebirgstärker machen nee kann ich nicht okay also dann noch mal einen mehr rein so also nachdem es die argentinische metropole gemacht haben ich guck mal gerade eben ob hier noch weitere sachen gehen würden für die wirtschaft wie gesagt ein krieg will ja gut vorbereitet sein modernere flugzeuge wären jetzt mal cool ich könnte jetzt trotzdem noch mal eine kollaborations regierung machen aber ich mache es nicht denn wie gesagt wir bekommen später hier unten die Möglichkeit die amerikas zu integrieren und deswegen glaube ich dass wir das nicht müssen aber bei brasilien habe ich jedes mal gesehen dass es halt nicht geht also du kannst brasilien nicht so leicht integrieren habe ich schon mehrfach gesehen so Moment Moment wir haben einiges an Material ihr bekommt jetzt alle die Logistik und alle die eine motorisierte Aufklärung wäre nicht schlecht ne eine Cavalry Aufklärung und ihr bekommt das auch ihr bekommt auch erstmal Pioniere ach jetzt hier wieder die Mats dann verbessern wir nochmal die LKWs mit mehr Durchbruch irgendwann tritt jetzt den Achsenmächten bei was uns egal sein kann haben oder nicht haben lieber haben so wir haben schon 42 Fabriken wir erinnern uns wir brauchten um das letzte Forschungsteam uns zu holen brauchten wir 45 Fabriken also wir stehen dann auch kurz davor uns das letzte Forschungsteam holen zu können ein Gespenst geht um in Südamerika so also wir machen jetzt hier den Kontinent befreien das bringt uns jetzt Kriegsziele wusch und damit haben wir eine vollständige Armee ein paar von denen haben so wie es aussieht ein bisschen ein Problem mit der Versorgung aber das liegt da unten halt einfach an diesem Zipfel dieser Zipfel da unten ist sehr zipfelig wie ihr sehen könnt ein unschöner Zipfel diese Elite Dudes hier wandeln wir jetzt dann doch auch mal in reguläre um Zwischen Kriegs Artillerie modernere Artillerie uns fehlen jetzt wieder Waffen also gut wir müssen nochmal Waffen kaufen wir können 1700 Waffen von den Sowjets kaufen das machen wir mal das ist äußerst gut wir können jetzt kann ich jetzt endlich auch von euch die die erlauben mir immer noch nicht dann hole ich mir die Waffen einfach nachher so unsere Nachbarn hier aus Uruguay wollen die haben jede Menge auf dem markt und aber sie wollen es nicht uns geben sie wollen es nicht uns geben na gut dann verbessern wir jetzt hier mal noch den durchbruch durch die Artillerie die wir haben ich weiß uns absichtlich nicht auf die seite der russen geschlagen sondern wir machen unser eigenes ding unsere entscheidung war wir machen was wir für richtig halten in lateinamerika ich kann jetzt auf die begrenzten rexporte runter was mir vielleicht ja die minus punkte er weg gemacht hat halleluja gar kein minus jetzt hier mehr so jetzt können wir demnächst auch mal ein paar medaillen vergeben ich reduziere den nachschubbedarf der truppen im dschungel das ist unglaublich wichtig 15 prozent weniger nachschubbedarf ist schon enorm so jetzt hört ihr auf zu trainieren wir gehen runter um eine stufe von der geschwindigkeit her was ist mit den flugzeugen ich guck mal ob ich noch ich kann glaube ich noch mal eine weitere luftnah unterstützungs truppe jetzt hier ranholen die diese armee unterstützt also haben einen arsch voll luftnah unterstützung und nun haben wir den kontinent befreien wir haben nun kriegsziele gegen niederlande bolivien brasilien chile kolumbien costa rica ecuador guatemala honduras neutrales panama die neutrales werden nicht mehr so neutral sind wenn wir mit denen fertig sind panama peru uruguay venezuela und noch viele 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 mehr und das heißt jetzt für uns das wird sich auch gleich die entscheidung uns holen die amerikas zu integrieren es geht los leute darauf habt ihr doch gewartet wir werden jetzt hier direkt santiago angreifen das ist der plan es warten wir ganz kurz bis unsere manpower oben ist das habe ich bendena das habe ich logischerweise habe ich das wenn wir haben noch mehr truppen auch hier sage ich weniger nachschubbedarf im süden wird es halt schwierig werden so warte mal ich gucke mal gerade eben wie viele autos haben wir wir haben 2300 autos das heißt ich kann ohne probleme jetzt umstellen auf eine bessere versorgung ich gucke mal gerade eben ob das reicht ja das funktioniert das funktioniert also jetzt wird es zeit wir greifen an Chile verkauft gerade eben ihr seht die wir sind es ist kein weiterer im krieg der krieg hat begonnen wann usa teil von argentinien es ist de facto ein teil mit denen ich plane langfristig ich plane langfristig damit dass die usa teil von argentinien werden hier muss ich ein bisschen aufpassen meine leute haben ja eine echte beschissene versorgung da unten die müssen aber einfach nur standhalten dass wir hier im Norden hier gewinnen und im zentrum deutschland und jugoslawien haben jetzt nun krieg du kannst hier rein laufen eine weitere militärfabrik ist zur verfügung wir machen jetzt also noch mehr waffen ab jetzt du gehst hier rein dann halt nein du sollst dahin gehen und dann dahin wir haben die hauptstadt schon genommen so du gehst hier hin und du hier hin Santiago ist bereits gefallen das ist ihre zweite hauptstadt die wahrscheinlichkeit ist sehr groß dass es nicht lange dauert so wir verbessern jetzt weiterhin unsere artillerien und demnächst sobald wir genügend militärfabriken haben sehen wir zu dass wir da Timoko ist ihre nächste hauptstadt dann sehen wir zu dass wir ihre wie heißt du kannst jetzt hier noch hingehen dann machst du das jetzt hier noch mein freund ihre dritte hauptstadt jetzt hier noch holen komm lauf einfach direkt rein jetzt versuchen sie da unten auszubrechen aber das wird ihnen nicht viel bringen ja guck mal das da oben ist ihre nächste hauptstadt bau diamant dankeschön für dein prime sub also ihr seht es ist sehr sehr leicht Chile zu erobern es ist sehr sehr leicht Chile zu erobern gar kein größeres problem so modernere flugzeuge sind unmöglich jetzt greift doch hier an verdammt der flugzeugbauer hier noch mehr reichweite ja ist nicht der ideale flugzeugbauer für uns aber was soll's wir können noch mal modernere flugzeuge machen ich überspringe diese flugzeuggattung und gehe gleich auf die nächste dass wir komplett modernen kram haben so wie weit sind die sind schon so gut wie weg das könnte sogar schon sein dass die eroberung von arika das ganze jetzt für uns hier schon auflöst so noch nicht ganz die sind zickig sogar sehr zickig genau zumindest in der argentinischen seite aus so jugoslawien kapituliert aber die immer noch nicht weil die immer noch hier etwas haben was sie nicht freiwillig hergeben jetzt haben sie aufgegeben also als allererstes nehmen wir natürlich ihre gesamte flotte und dann ihr gesamtes land so jetzt haben wir die erobert was schon mal wichtig war als nächstes würde ich tatsächlich das neutrale paraguay angreifen das geglaubt hat dass wir es beschützen die spinner so barock war grüß dich danke dir für deinen riesen im elften willkommen grüße dich so wir haben natürlich jetzt noch mehr medaillen die wir vergeben können oder hat sogar zwei medaillen erstmal den nachschubbedarf trotz die wurde ermordet die schweine mehr luft nahe unterstützung ich werde sie beschütten indem ich integriere ganz genau das muss ich bloß sagen aber sicher wieder mal anfangen mehr politische macht anzusammeln denn das integrieren war nicht billig so nachschub ist noch in ordnung hier könig karl dankt ab uruguay könnte man auch angreift aber wenn man uruguay angreift greift auch brasilien an so kenne ich das zumindest leute so also ihr seht wir haben einige medaillen die wir den truppen mit zwischen geben können peru hat ecuador den krieg erklärt da muss ich nachher wie ein land weniger angreifen so sehe ich das gerade eben zumindest einfach von der pragmatischen seite krieg in südamerika in den regionen napo pastaza und santiago zamora an der peruanischen ecuadorianischen grenze kommt es seit der auslösung von großkolumbien immer wieder zu auseinandersetzungen aufgrund der jüngsten grenzvereinbarung in kolumbien fühlten sich die peruanischen soldaten sicher ihre ansprüche gegen den schwächeren ecuadorianischen staat durchzusetzen doch die anfänglichen scharmützel sind nun zu einem offenen konflikt eskaliert dieser zustand ist eine gefahr für die stabilität der gesamten region da andere länder versuchen könnten einzugreifen ein schalm nervöses dabei denkt so jetzt können wir gleich die amerikas integrieren ich setze jetzt hier schon mal direkt hier einen angriff eine angriffswelle so hin so hallöchen montrawan bist raus alles klar bis bis freitag vielleicht da bin ich mich wieder live um 17 uhr amerikas integrieren haben wir jetzt da seht für 75 punkte kann ich jetzt hier diese staaten hier jeweils integrieren was ich sehr sehr angenehm finde so wir machen es ja noch mehr militärfabriken das erste dann holen wir das focus was ist das hier die republik argentinien wird fort an die südamerikanische sozialistische republik genannt operation okazio elba rekrutierbare bevölkerung noch mal plus 30 prozent nachschubbedarf minus 25 prozent kriegsunterstützung plus 20 prozent angriff armee plus zehn prozent das machen wir sofort noch weniger nachschub für uns in überhaupt die leute lieben nutzen tropenholz zum schießen ja ja friedrich die buffs in chile wird es noch schlimmer schau mein let's play ich habe am anfang des streams nicht umsonst gesagt quasi da sagen die preußen jetzt übertreibt ja aber mit eurem militärischen drill am freitag spiele ich zusammen mit dem lieben mortality einen multiplayer in einem taktischen rollenspiel das sich heißt stolen realm das bis jetzt auf steam sehr gute bewertungen hat also über 1700 also insgesamt sehr gut und das ist ein placement also ich bekomme dafür geld aber ich habe das schon angespielt und es gefällt mir so dass nur so als kleine kleiner spoiler was wir am freitag machen dafür fällt aber leider weil ich am samstag keine zeit habe also ich habe auch abends keine zeit der survival samstag aus ich bin am samstag erst beim pen and paper und weil einer beim pen and paper geburtstag hat hat er sich entschieden er lädt uns zum essen ein und deswegen sind wir abends auch beim essen deswegen gibt es auch abends kein project somit das holen wir dann einfach machen wir eine woche später wieder project somit aber ich bin auch nicht böse wenn ich auch mal jetzt mal ein bisschen luft bekomme die sind noch nicht ganz hoch drin aber jetzt können wir uns anfangen hier zu integrieren man guckt natürlich erstmal was am meisten bevölkerung hat das ist das hier also integrieren wir das da dauert nur 35 tage und ich sehe gerade eben dass ich vielleicht hier noch was anderes machen sollte ich sollte hergehen und hier die division der kavallerie reinmachen und einen zivilen stadthalter reinballern die kavallerie hier ist sehr sehr groß um gottes willen raus 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 die benutzen wir nach einfach als polizei ich habe noch keine militärischen was weiß ich was okay gut so wir haben noch mal militärfabrik 1 2 in der 2 der automobilfabrik wäre jetzt ganz sinnvoll hallöchen felanohr heute noch live sachs wäre ein template mit einer kraft erstellen nicht günstiger gewesen ja habe ich fange mit diesem ding nichts mehr an das ist der innere monk in mir weißt du der sagt war sie ich mache mit der kavallerie sowieso nichts anderes gott haben wir kriegsziele wie lange trainiert denn noch gerade sind sie fertig geworden gerade sind sie fertig geworden noch eine militärfabrik wir bauen noch mehr davon okay das gehen wir damit geschwindigkeit runter und erklären ihnen den krieg sie werden schwierigkeiten haben sich uns gegen uns zu wehr zu setzen ihre gesamte armee scheint hier zu seinen asylkion kümmere dich um deine flotte ja ja ist in ordnung ich habe eine menge schiffe wie du jetzt siehst du jetzt dadurch bekommen und es werden vielleicht sogar noch mehr werden also was ist das das ist ein u-boot ich guck mal gerade eben dass ich irgendwo eine gescheite u-boot flotte zusammen bekommen also das ist die das hier wird meine u-boot flotte so jetzt noch mal ein paar u-boot einfach eine u-boot flotte diese u-boot flotte geht auch dahin die gehört später noch teilen dann packen wir dich in mit dem wir zusammen und das hier ist auch noch mal eine größere flotte also wir haben jetzt zwei große kampf flotten leute so jetzt warten die bis die jetzt hier alle sich zusammen gewürfelt haben in der zwischenzeit sehen wie dieser krieg davon erläuft chance sie hat kapituliert was uns völlig egal ist ich bin überlegen ob ich jetzt hier einen u-boot gut hier finde haben wir sowas hier gentleman marine schaden marine verteidigung ich nehme den da als mein u-boot spezialisten hier so wir können übrigens jetzt hier schon mal ein paar kleine mienchen legen ich hätte gerne mienchen gelegt solange dem krieg sind dankeschön legt minen freunde die werden uns später zugute kommen als nächstes ich mache noch mehr autos autos werden wir noch eine menge brauchen wobei nein 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 ich brauche gar nicht mehr so viele autos ab jetzt fangen wir an panzer grenadiere zu machen die lateinamerikanischen argentinischen panzer grenadiere dafür kaufen wir jetzt hier in welche ironie in brasilien gummi wir waren guter hinweis mit der flotte waren guter hinweis ich fand neige dazu flotten zu ignorieren wenn ich nicht gerade von der insel bin freunde es geht doch einfach mal da rein ihr könnt auch einfach mal da rein gehen weil das hier wird nämlich ihre sekundäre hauptstadt peru hat kapituliert ok wir wurden unbedannt freunde wir haben eine andere flagge jetzt ein geiles teil muss ich schon sagen eine sonne mit einer sichern hammer drin also gut das heißt also wir haben jetzt hier bei unserer politik wieder sehen könnt alles abgeschlossen jetzt holen wir uns noch das letzte forschungsteam und wir sind es auch so dunkelrot geworden wie die sowjetter wissen sogar dunkler die sowjetunion so ein rost rot braun sind wir geworden sei es jetzt wir haben es das hier genommen werden sie genommen das war's das müsste jetzt eigentlich schon gewesen sein mit ihnen ich meine man könnte jetzt auch noch da reingehen aber eigentlich haben sie verloren ich habe weitere fabriken drei weitere fabriken wir machen jetzt erstmal mehr waffen und danach noch mehr dingens kirchens die werden sich jetzt aber gerade eben wirklich hart und zäh aber warum geben die nicht auf die haben verloren denn ich meine hauptstadt ja anscheinend ich muss wirklich jede stadt erobern geht nicht anders wir können auch wenn uns auf das dazu konzentrieren der angriff zählt einzig und allein dem hier flotten doktrin ja können wir demnächst auch mal angehen welche sollen wir nehmen leute welche sollen wir nehmen ich meine wir werden wahrscheinlich keine gewaltige flotte haben um es mit den briten aufzunehmen aber vielleicht doch handelskrieg präsenzflotte handelskrieg oder in dem handelskrieg ja oder machen wir direkt schon mal konvois abfangen gut später können wir auch noch hier noch dinge tun so noch mehr artillerie boni die modernste artillerie können wir noch nicht machen was wir aber machen können ist jetzt hier wiederum unsere wirtschaft voran pushen hallöchen maltran danke dir für deinen resub im 26 und dankeschön auch an ein naraxos für 16 monate vielen lieben dank leute und willkommen also ich mag da vielleicht ein bisschen befangen sein aber ich finde es so schön dass es endlich lateinamerika fokus bäume gibt leute und deswegen mag ich diesen dlc wirklich sehr sehr gerne und bis jetzt nach wie vor bin ich der meinung sie sind sehr jetzt haben endlich die modernsten flugzeuge die wir haben können haben wir hier wirklich ein paar sehr sehr coole fokus bei mir die nicht zu kompliziert geraten sind meine meinung sie sind nicht perfekt es gibt fokus bäume wo ich sage warum also besser gesagt es gibt in manchen situationen keine fokus bäume von staaten die du gründen kannst wie zum beispiel das inka reich kannst du gründen aber die bekommen keinen eigenen fokus baum sondern die haben generisch genauso auch wie rakanui zum beispiel generischen oder auch eldorado du kannst eldorado gründen aber die haben allen generischen fokus bäume das finde ich schade ich habe das aber schon zurück gemeldet aber die fünf fokus bäume für brasilien paraguay uruguay chile und argentinien finde ich wirklich gelungen vor allem weil sie sich dann doch alle ein bisschen unterschiedlich spielen obwohl sie ähnlich aussehen dankeschön auch an felano für deinen prime sub im sechsten und guten abend auch an taran warum sind wir bitte nicht eldorado wir wollen reich werden wir sind es noch nicht so warte mal wir integrieren weiter also wir haben santiago schon integriert 300.000 menschen hier 1,4 millionen araucanien also wir werden jetzt hier araucanien integrieren einfach damit wir so schnell wie möglich die großen bevölkerungszonen integrieren können und unsere attacke hier ist gnadenlos und als nächstes werden wir uns an den großen mord auch brasilien krallen guck mal wir haben schon fast drei millionen manpower leute it's fucking absurd guck mal effektive gesamtmannstärke 165 prozent das wünscht man sich wenn manch andere nationen wie island zum beispiel es ist der absolute börner was wir aber schon mal machen können ist dann dafür zu sorgen dass ihr hier schon mal ein agentennetz aufbaut und ich möchte jetzt auch anfangen kryptologie machen zu können freunde ich möchte kryptologie machen können jaja inkas aber wie gesagt es heißt ja immerhin schon mal diese inkas sind drin marzipan bieber vielleicht kommt das ja noch aber dann erwarte ich dass es als patch kommt weil die die inkas kam ja jetzt schon so rein mehr geschwindigkeit mehr treibstoffverbrauch nicht möchte den treibstoffverbrauch reduzieren der autos wir brauchen kryptonit also mit chile kennt ihr übrigens das königreich von araucanien und patagonien gründen das ist auch das was ich mache im let's play auf youtube und da bekommt ihr einen könnt ihr einen französischen könig bekommen der dann ansprüche auf frankreich anmeldet finde ich immer noch eine wilde nummer so gleich haben wir noch mehr gekocht das dürfte es gewesen sein das war ihre letzte stadt das können doch wohl nicht wahr sein dass sie immer noch kämpfen die kämpfen immer noch die haben bis zum letzten mann gekämpft wow also die haben leider keine flotte hier nehmen aber nur alle länder die haben ernsthaft bis zum letzten mann gefaltet also dann reiht euch jetzt hier schon mal direkt auf trainiert schon mal wieder bis unters dach und wir ich guck mal gerade wo ist hier eine viel bevölkerung jetzt 900.000 menschen wohnen wir können die noch nicht doch jetzt können wir sie schon mal ich werde direkt hier integrieren äh ja also ressourcen ich habe jetzt hier eine menge ja also ich habe es ist immer ein bisschen was ne aber es hilft es muss ich jetzt zum beispiel schon mal weniger als hier einkaufen wie ihr seht alles dinge die mir helfen knarren technisch jetzt haben wir 33.000 knarren ich muss keine knarren mehr einkaufen leute das thema ist durch knarren einkaufen war gestern die trainieren jetzt hier wieder wir haben die technische oberschule abgeschlossen und jetzt holen wir uns weitere militärboni noch mehr armeerfahrung noch mehr organisation für unsere armee so das vierte forschungsteam das holt jetzt hier die schweren bomben für die stuccas ja wir fangen jetzt an eine zweite armee aufzubauen leute das ist das was wir jetzt tun werden mehr kann ich gar nicht ausbilden wir holen uns eine weitere armee wir haben das hat uns nur 11.000 knarren gekostet das ist gar kein problem friedrich meint ich will jetzt auch dann mein schönling mit polen litauen vom haus urach und chor anspruch auf deutschland bekommen der pfad ist dann doch op genug ich unterstütze diesen antrag so kryptologie wir fangen jetzt an hier schon mal ihre kryptologie zu machen es könnte sein dass es sich sogar noch lohnt dann holen wir uns hier weitere boni für unsere artillerie truppen so wie gesagt die müssen jetzt erstmal wieder komplett hoch trainieren dann werden wir nämlich sobald wir bereit sind wie stark sind die eigentlich die haben ähnlich viele truppen wie wir aber sie haben aber sie haben im gegensatz zu uns keine kampferfahrung schweden bietet kugellage im tausch für wissensteilung an schweden hat vorgeschlagen kostbare kugellage eine wichtige ressource für unsere kriegsanstrengungen gegen unsere technologisches wissen zu tauschen die schwedische regierung scheint nach wegen zu suchen in einem potenziellen konflikt durch den fortschritt der wissenschaft die oberhand zu gewinnen können wir sicherlich behilflich sein wir würden dadurch als effekt bekommen weniger jäger produktionskosten taktische bombe strategische leichte panzer mittlere panzer schwere panzer ich und bei akzeptanz kann schweden zwischen einem forschungsbonus werden ja ist in ordnung ich nehme das an die produktionskosten für meine flugzeuge sind cool 3,3 millionen mein manpower es wird mehr werden leute es wird noch mehr werden denn gleich sind die jetzt hier auch integriert ja japan braucht ein rework ich behaupte auch dass deutschland ein rework braucht ganz im ernst ich möchte eine möglichkeit haben mit deutschland am ende am anfang des spiels sofort zu drehen und vielleicht sogar noch kommunistisch zu werden das würde ich sehr sehr cool finden wobei ich immer noch behaupte dass das spiel drei jahre vorher oder es sollte 1930 anfangen ich bin der mann das spiel sollte 1930 anfangen und nicht 1936 kommunistisch werden kann man nicht kannst du kaiserlich werden oder oder demokratisch soweit ich weiß zumindest über fokus bäume meine ich oder bin ich da gerade auf dem holzweg die wirkung der baute die zivilwirtschaft aus ist beendet okay schade ähm was machen wir jetzt noch wir machen radar friedrich wäre auch für einen früheren start ja wäre etwas so gut ich weiß nicht warum sie in diesem 36er so hängen so wir modernisieren jetzt noch einmal die triebwerke und dann bauen wir neue flugzeuge ähm mehr geschwindigkeit und mehr luftverteidigung ich glaube ich möchte dass meine flieger noch mehr geschwindigkeit haben so der plan ist es hier direkt auf rio de janeiro zu pushen wenn es dann soweit ist funkspruch gruppe machen wir jetzt ja alles schnell naja ich sag mal so mal dran da musst du gar nicht sagen kommi adolf oder sowas in der art und weise ähm in deutschland gab es eine ganze menge kommunistische vorreiter tatsächlich liebäugle deswegen ja leo trotzki mit dem deutschen volk weil er der meinung war dass nur die deutschen den kommunismus auf der welt verbreiten können gut die deutschland kein bock aber das war seine sicht der dinge so wir haben noch mal mehr militärfabriken wie ihr sehen könnt ähm wir machen noch mehr luft gedöns niederländisch indien kaufen wir ein und dann kaufe ich noch mal ein bisschen mehr stahl ein bei der gelegenheit so warte mal bauen ach die reparieren ja gerade eben schon mal eine straße ne 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 ähm das ist jetzt wie gesagt gekärntes land hier was fantastisch ist und wir können noch mal unsere luftkampftruppe hier verbessern na noch mehr bodenunterstützung so wie gesagt die werden gleich hoch trainiert sein oh wir können wieder ein land koren dieses land hier hat sehr wenig bevölkerung ähm wie sieht es mit denen da aus du hast 368.000 du hast 488.000 322.000 wir haben einen gewinner dich dann wird das jetzt gekort ich liebe es dass sie endlich es ermöglicht haben dass man auch mal was koren kann ich liebe es wirklich wie sieht es aus mit dem nachschub noch ist der nachschub cool der wird echt scheiße werden wenn wir irgendwann mal da oben kämpfen ey ich sag's euch ich hab's schon ausprobiert der amazonas ist noch schlimmer als zuvor das ist kein witz der ist schlimmer als vorher so militärakademie wird erweitert und jetzt müssen wir eine entscheidung treffen ich würde sagen wir gehen dieses mal nicht auf die stärke des einfachen soldaten das würde uns zwar mehr organisationen mit verteidigung in kann gebieten brauchen aber wer braucht verteidigung wir würden glaube ich jetzt hier auf die industrie äh äh die automobilindustrie gehen das sorgt dafür dass die lkw produktionskosten um satte 15 prozent sinken sie 5 prozent zuverlässiger werden die produktionskosten für mechanisiert um 10 prozent sinken und sie auch um 5 prozent zuverlässiger machen außen bekommen wir noch mal zweimal 50 prozent forschungsbonus auf lkw was bedeutet wir sind ganz schnell bei den bestmöglichen äh mechanisierten so sehe ich das zumindest jetzt so wir haben jetzt auch das bombengedöns dann holen wir uns jetzt hier noch die schweren mg's halt nein quatsch die wirtschaft nicht vergessen ich habe brasilien angespielt aber am kürzesten das war das allererste und da habe ich noch gar nichts kapiert gehabt was aber daran liegen kann dass ich es halt als allererstes angespielt habe so also nun erklären wir ihnen den krieg ihr seht die verbesserten beziehungen ausländisches kriegsziel das ist wir durchmarsch genehmigung sie haben mit niemandem irgendeine art von schutzbündnis ok wir greifen an ihr seht es ist sehr sehr grün in den meisten bereichen auch hier oben werden wir durchkommen hier ist es halt ein bisschen schwierig aber sie stehen halt hier auch im all out defense modus rum wie ihr gerade eben seht ne das gibt ihnen jetzt ein bisschen zeit jetzt kaufe ich natürlich das den gummi nicht mehr bei ihnen was ich aber machen kann ist jetzt theoretisch meine flotte einsetzen wie viel habe ich denn hier schon gelegt 177 min ich kann jetzt hergehen und sagen konvoi überfall ich schalte ein automatische verstärkung automatische abtrennung reparatur priorität mittel angreifen bei mittlerem risiko und ihr macht hier weiter mit dem minen legen im grunde könnte überall hier die minen legen um mein land rum die zweite armee ist noch nicht fertig nein die braucht noch die backt noch ein bisschen durch wir holen es noch mehr mechanisiert wir haben schon fast 3,5 millionen man manpower jetzt kommen gleich noch mal ein bisschen was dazu leute ja wir hauen sie raus trotz allem die sechste armee schon in stalingrad ist gucken wir mal ne die haben noch gar keinen krieg miteinander die beiden der krieg gegen die sowjets ist noch nicht begonnen worden so wie sieht es aus mit luft hoheit wir haben teilweise luft hoheit hier haben wir zu wenig flugzeuge in der luft wobei ich das komisch finde sie haben wahrscheinlich modernere flugzeuge als wir jetzt sind unsere flugzeuge hier rüber gewechselt noch mehr militärfabriken ja wir brauchen noch mehr militärfabriken keine frage und jetzt fange ich glaube ich zum ersten mal an pillow u-boote zu bauen wir werden aber noch modernere u-boote machen so dann machen wir da oben noch als erstes war der fall von vanila ok ja und jetzt lassen wir mal unsere armee hier ihre armee dinge tun wir verbrauchen natürlich auch eine menge zeug wie man jetzt hier gerade eben sieht ich bin ernsthaft überlegen hier könnte man schon gar schon mal eine eine kleine kesselung schaffen wenn wir die einsperren können wir mindestens zwei einheiten kesseln so die chiffre wird weiter gemacht ich muss mal gerade mal gucken wie weit ist eigentlich deren ich habe ja drei kollaborations regierungen auf ihnen also es dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern bis sie aufgeben so du gehst da rein und du gehst da rein ne du gehst da drüben ich muss jetzt halt mal endlich einsperren da waren wir schneller wir produzieren immer noch fröhlich weiter wir bekommen immer mehr fabriken das machen wir jetzt als nächstes ich gucke mal gerade eben wie es mit der versorgung aussieht die versorgung ist immer noch okay wir könnten auch langsam aber sicher mal anfangen hier unsere ressourcen gründe weiter auszubauen hier zum beispiel haben einige so einen stahl gekriegt das bauen wir mal direkt volle kanne aus hier gibt es auch ein bisschen was hier gibt es ein bisschen was und schon haben sie eine aufgabe die ganzen kollegen hier ausgezeichnet ja wie gesagt easy ich bin der meinung also dass tatsächlich argentinien eine sehr sehr gute wahl ist mit diesem neuen dlc wenn man anfänger ist da kann es also wie gesagt mit deutschland es wird immer so normalerweise sagt du sollst deutschland spielen weil du da quasi mit einer eigenen geschwindigkeit das bestimmen das problem ist dass du mit deutschland aber ganz ganz schnell mit den alliierten zu tun bekommst und sie alle auf die fresse hauen das passiert dir mit argentinien nicht mit argentinien kannst du diesen ganzen kram dieses ganze klein klein diese ganzen spielmechaniken selber dir beibringen ohne dass ein böses böses amerika dir irgendwann aufs dach steigt ohne dass ein böses böses großbritannien irgendwas garantiert das ist das sehr sehr praktische du hast also wirklich sehr sehr viele möglichkeiten erst chile anzugreifen uruguay paraguay brasilien du kannst sehen landungen du kannst paratroops landungen alles üben an der stelle wie du lustig bist das kannst du wirklich mit argentinien top machen also argentinien ist aus meiner sicht ist ja ein geheimtipp jetzt beginnt der krieg mit den sowjets in europa der hat es echt geschafft die zu besiegen dann haben wir gleich jetzt hier fünf einheiten von ihnen gekesselt das ist halt schon mal fast ein viertel ihrer armee damit kann ich leben so jetzt sind die hier nämlich erledigt die sind jetzt erledigt sowie verbessern wir unsere waffen noch noch mehr zuverlässigkeit wenn ich darf i hope you don't mind so spiel historisch mal indien zum beispiel du hast zeit und kannst das spiel lernen also ich würde in den indien hat das problem dass die japaner kommen ich finde dass indien nicht so ein schöner start ist weil die japaner kommen und die japaner auf crack sind ein sehr sehr unangenehmer trupp wobei man dazu sagen muss dass die japaner wirklich nicht so gefährlich sind auf den ersten also wenn man sie mal wirklich selber spielt merkste die kochen auch nur mit wasser aber grundsätzlich also ist jetzt argentinien mit diesen dlc aus meiner sicht wahrscheinlich eine sehr sehr gute entscheidung und warum argentinien wie gesagt chile hat ein paar probleme chile ist herausfordernd uruguay damit kann es nichts erobern weil also als anfänger zumindest nicht weil trotz der ganzen boni die uruguay bekommt ist es halt einfach immer noch ein kleines land dasselbe für paraguay also bleibt brasilien oder argentinien und ich empfand argentinien als das angenehmere von den beiden als das logischere von dem was man machen kann wenn man absolute ruhe will dann kanada ja aber kanada ist ja auch nur ein reaktionäres land und kann quasi keinen nachbarn wirklich angreifen ich habe das spiel zum beispiel gelernt indem ich mexiko gespielt habe damals so ihr seht es ja es machen die amerikaner schon mit also schon 1941 sind sie jetzt hier beigetreten das ist sehr sehr früh so sie wird es ja noch ein infanterieexperte was übrigens passieren kann ist jetzt theoretisch dass die jetzt hier den achsenmächten noch beitreten aber das wäre mir ja geradezu recht so der südamerikanisch brasilianische krieg äthiopien ist auf jeden fall eine challenge wer äthiopien spielt der 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 wills wissen so sehe ich das so werden die staatliche schiffe noch weiter gemacht wird läuft aber immer noch einmal wir müssen wieder was koren jetzt kochtig florianopolis die stadt da ist wirklich florianopolis wie lange brauchen denn meine truppen noch okay jetzt kann ich endlich moderne kampfflugzeuge machen leute da habe ich jetzt echt eine weile drauf gewartet lasst uns auf jeden fall mal das jetzt hier mal machen also wir holen uns jetzt hier moderne kampfflugzeuge hier moderne sturzkampfbomber mit schweren bomben und modernen doppeltriebwerken und mehr will ich von denen auch gar nicht das ist alles was sie tun sollen neue flugzeugtechnologie horn of afrika habe ich auch schon mal gemacht aber es ist gar nicht so leicht das zu erreichen so die hier sind schon weggeknüppelt hier besiegen wir jetzt auch und die freuen sie schon darauf dass wir gleich draufhauen 3,6 millionen mann manpower leute Tendenz steigend ich könnte falsch informationen platzieren das könnte mir helfen probieren wir es mal hoffentlich ist es einfach nicht nur eine teure ente die ich jetzt hier platziere so wir haben in die autoindustrie investiert und als nächstes ich werde nicht auf panzer gehen wir gehen auf die geschütze dadurch bekommen wir noch krassere boni auf unsere artillerie können übrigens auch die chilenen machen wie weit sind sie ne das ist der falsche krieg also ich glaube es ist vorbei sobald wir sao paulo genommen haben dann dürften wir gewonnen haben wir machen noch mehr waffen ich brauche noch mehr waffen da ist die nächste armee leute da ist sie oh die gebe ich ihm hier also ihr marschiert jetzt hier hoch und dann schließt ihr euch jetzt hier diesen kampf an dann habe ich zahlenmäßige überlegenheit eindeutig wir gucken jetzt mal dass wir noch öl produzieren funkortung noch eine modernere artillerie nein wir holen uns jetzt noch diesen kampf so warte mal ich werde jetzt mal ne wir sind ja gerade eben hart im vorteil behauptet das spiel zumindest ich bin unschlüssig was ich davon zu halten habe was das spiel mir gerade sagt ihr gerade ich bin hier kräfteverhältnis wir sind es schwankt halt die ganze Zeit ach jetzt machen sie jetzt machen sie einen gegenangriff ja dieser gegenangriff der wird ihnen auf die füße fallen brasilien ist kommentern beigetreten das haben sie schon mal gemacht brasilien hat japan den krieg erklärt was brasilien hat italien den krieg erklärt also wir haben jetzt krieg gegen die anderen kommunisten man mache sich das mal klar Leute man mache sich das einfach mal klar stalin ist ab jetzt unser feind muss man wissen ok nicht unbedingt die sowjetunion hat uns noch nicht den krieg erklärt vielleicht macht sie es auch noch nicht jetzt ist die sowjetunion unser feind dieser trottel stalin gut ich kaufe in schweden mein stahl und ich kaufe in vichy frankreich mein anderes zeug es kann nur ein kommunistisches reich geben und das ist argentinien ich sag's euch wir werden dafür sorgen wilde nummer ich warte mal gerade eben mit dem angreifen bis unsere truppen alle hier wieder sauber verteilt sind und dann können wir nochmal den letzten push jetzt hier wagen denn jetzt dürfen wir genügend kampftruppen haben ich kann wieder was koren ich koche jetzt dicht da oben so wieder fertig gekohrt jetzt warten wir kurz bis sie alle ihre orga aufgebaut haben ich lasse mich kein hier rein lateinamerika ist mein land meins ganz allein ihr dürft nicht mal eure schiffe hier parken oder eure füße abtreten so wir nehmen jetzt hier wie ihr sehen könnt die artilleriebataillons verstärkung noch suchen die alle hier gerade eben ihr plätzchen kannst du dann auch koren ohne friedenskonferenz wie meinst du das ich kann jetzt schon koren klaro kann ich auch koren ohne friedenskonferenz glaube ich also ich glaube es zumindest aber das große problem ist dass man brasilien nicht koren kann also wir können brasilien nicht koren deswegen habe ich die in weiser voraussicht die dingen sie mir geschnappt wie heißt die drei kollaborationsregierungen aber uruguay müssten wir koren können so jetzt können wir angreifen einen klaren vorteil aber wie gesagt ich habe kein problem damit später dann auch noch jetzt hier dann die sowjetunion von hinten aufzurollen ich glaube wir werden nämlich stark genug das zu tun so ihr seht jetzt hier was wir jetzt hier machen können durch diese durch diesen fokus den wir gerade eben gemacht haben moment ich zeige ihnen gerade eben noch mal hier auf schwere geschütze spezialisieren kommt dieses event im zuge unsere bemühungen die produktionsschwere waffen zu modernisieren sind unsere experten zu dem schluss gekommen dass wir unsere abteilung für schwere geschütze spezialisieren sollten ansonsten könnten unsere produktionsanlagen höchst ineffizient werden sehr zum schaden der sicherheit der nation doch worauf sollten wir uns spezialisieren und jetzt können wir uns auf eine von diesen drei artillerie geschütze spezialisieren wir können jetzt hier noch mal 10 prozent mehr angriffe und 15 prozent verteidigung für artillerie bekommen wir können mehr baugeschwindigkeit für flugabwehr bekommen und weniger produktionskosten für gezogene flak oder weniger produktionskosten für gezogene pack ich nehme natürlich die artillerie so und das hier das hier ich verzichte gerade auf panzer wir haben jetzt die wahl also entweder machen wir panzer und dann können wir hier noch mehr fabrik leistung 5 prozent bekommen oder wir holen uns wie ihr sehen könnt jede menge wie heißen sie denn lizenzen und ausrüstung subventionen für infanterie ausrüstung aus den vereinigten staaten oder japan oder vereinigtes königreich freies frankreich und so weiter und so fort dann auch noch mal ausrüstung subventionen für lkw dann gezogene artillerie und gezogene flak die frage ist was sagt ihr was ist besser also ich persönlich bin der meinung dass diese 5 prozent mehr produktionsleistung besser sind ich finde die sind besser sehe ich so also wir holen uns jetzt die panzerkriegsführung und gucken jetzt mal dass wir brasilien besiegen das läuft auch ganz ganz gut oh 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 das muss ich sofort ausnutzen das werde ich radikal ausnutzen ich muss einen da noch reinschicken und den noch da und dann noch dahin das ist ein weiterer kessel der jetzt hier möglich ist wenn man ihn richtig macht so die greifen jetzt von der seite noch an und der ist jetzt hier gleich drin du sollst hier bleiben du blöde jahren bleib hier du blöde jahren meine fresse das mit diesem spiel aber ich habe eine bessere idee wir können auch hier noch hingehen noch mehr maschinengestütztes gedöns warum will der da raus gehen ich sehe die logik dahinter nicht jetzt stehen wir schon an sao paulo im grunde können wir den krieg beenden wenn wir in sao paulo stehen das ist glaube ich vorbei mit ein bisschen glück zumindest so du hältst jetzt sehen wir noch auf also wenn es in sao paulo nicht vorbei ist dann werden wir in santos sie noch einsperren können hoffe ich so er ist drin und jetzt geht es schnell noch nach santos also sao paulo ist noch nicht das ende vom lied leider 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 ich hole mir natürlich noch weitere boni für die artillerie denn wir gehen hier voll und ganz auf artillerie stecken absurde mengen an boni für artillerie also wir haben es geschafft das dumme ist bloß sie haben immer noch nicht aufgegeben jetzt sind wir aber in diesem krieg drin also italienisch amerikanische krieg oder deutsches was deutsches protektorat dänemark ach so ich muss mal gerade mal gucken wo jetzt die die drin sind das ist der falsche krieg der südamerikanisch sowjetische krieg ist es genau brasilien hat schon fast aufgegeben fast da fehlt nicht mehr viel helft mal mit jetzt hier auszulöschen naja ihr seht brasilien zu bekämpfen und zu besiegen ist schon ein kleines husaren stücke aber nur ein kleines wir haben immer noch 22.000 waffen was gutes ihr seid doch so doof dass ihr beinahe sau paulo aufgegeben hättet so die industrielle verteilung ist nun da jetzt holen wir uns die modernsten knarren macht die weg macht die weg macht die weg fast vier millionen soldaten und wir könnten noch ein fürst des schreckens holen wenn wir das wollten machen ich höre mal auf vierfache ich glaube ich kann es mir auch gönnen das auf vierfach laufen zu lassen stahl wird wieder knapper wir drängen jetzt hier immer weiter jetzt hier in den dschungel zurück wie man sieht so die sind erledigt jetzt haben wir die panzerkriegsführung jetzt wollen wir uns noch auf die inlandsproduktion konzentrieren ah wobei das hier wäre auch noch cool nochmal weitere boni weitere 50 prozent boni auf lkw das mache ich noch nicht sofort da habe ich gleich eine lustige idee da habe ich gleich eine lustige idee was ich damit machen kann denn das gibt uns nämlich jetzt hier gleich die möglichkeit leute ähm das hier zu forschen und dann hier diesen zwei jahres vorausmalus zu ignorieren das machen wir gleich dann haben wir ganz ganz moderne mechanisierte truppen so rio de janeiro dürfte aber wirklich dann das ende der fahnenstange sein wehe wenn nicht so brasilien ist nun vollständig entschlüsselt das ist geil wir haben es also geschafft brasilien zu entschlüsseln jetzt entschlüsseln wir bolivien dauert nur 110 tage wenn das hier übrigens an macht ähm bekommen wir noch mehr planungsgeschwindigkeit verteidigungsbonus gegen land vorbereitungszeit gegen eine invasion ist aber eigentlich nur ein defensiver bonus ich behalte mal den bonus ist einfach mal am laufen so wir holen uns noch mal weitere sechs davon wir können wieder etwas koren dann ist das hier wohl das nächstgrößte land was gekort werden kann weil die da unten sind halt wirklich winzländer so dann noch mehr artillerie bitte produzieren wir haben zwar noch was ist denn das nach langen gesprächen mit offizieren und beratern haben sich risto riti und josef stalin darauf geeinigt mit sofortiger wirken an den waffen schlitter und so können jedoch zu einem hohen preis für finnland ach jetzt kommt das aber okay das spiel ist ein bisschen asynchron was das angeht normalerweise hätte der fortsetzung krieg jetzt eigentlich beginnen müssen okay okay i will not complain i will not complain ah wir haben die falsche informationen korrekt gelegt also jetzt fangen wir mal an bei euch hier auch mal ein paar sachen zu machen ne die brauche ich jetzt hier nicht mehr ach so das sind meine falsch truppen das sind meine falsch truppen so funktioniert das also okay ich stelle mal die fake truppen jetzt alle mal da hoch fake truppen witzig wie lange bleiben die denn ich hatte eigentlich noch nie benutzt ich habe die noch nie benutzt keine ahnung ob die was taugen also die haben wahrscheinlich keine kampfkraft ne also weil die ja fake sind aber jetzt wenn ich die jetzt da hinstelle dann kann ich vielleicht die anderen dann abziehen also die echten kampf truppen die ich hier habe das wäre ein vorteil wenn sie glauben dass das echte kämpfer sind jetzt holt euch rio so so noch mehr verschlüsselung gut dann nee das holen wir uns noch nicht jetzt holen wir uns ausländische berater für unser militär unser land was im rio passiert bleibt auch in rio meint marzipan bieber eieieiei die haben sich sofort wieder direkt raus gehauen diese mieslinge ja wir stehen jetzt wirklich kurz vor rio so die sind jetzt da da wäre eine menge truppen dadurch frei so noch mehr kampfboni noch mehr rohstoffabbau ihr greift jetzt hier an damit wir rio umzingeln können unsere lkws hat bekommen noch mehr boni ich hätte jetzt hier gerne noch mehr durchbruch das wird später für die mechanisierten sehr sehr wichtig werden also einmal jetzt hier die mechanisierten und ja bei den lkws spielt das keine rolle jetzt forschen wir das da und noch das da wenn wir diese position haben ist rio im grunde eigentlich schon in unserer hand so jetzt muss ich dem ja aber nochmal sagen im moment dass wir einen neuen angriffs fokus jetzt setzen wir setzen den angriffs fokus jetzt hier hin auf rio so den boxen wir jetzt nämlich gleich wieder raus den verein und besiegt und wenn es nicht das ende ist es ist das ende sehr gut brasilien hat kapituliert es ist weg das gehört ist alles uns aber wie gesagt wir können wir können es leider nicht integrieren wir gerade eben sehen könnt das ist ein bisschen schade so du wirst auch infanterie experte du ja bist die anführerin du kannst ja leider keine rolle übernehmen und jetzt gehen wir mal hier an bolivien wird unser nächstes ziel oder 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 ja die haben noch nicht alles entwickelt ich sehe es anhand der der potenziellen gebäude da die können noch ein bisschen was entwickeln leute da lassen wir noch ein bisschen die finger davon wir machen noch mal ein bisschen was davon die übergangsregierung von brasilien auf gar keinen fall sie sind noch nicht so weit wir haben jetzt ja eine compliance leute von hundert prozent alles schön vorbereitet fünf millionen mit manpower ich guck mal gerade im rekrutierbar bevölkerungsfaktor kommunismus den hier brauche ich eigentlich nicht mehr den hier brauche ich nicht mehr den werde ich demnächst noch mal austauschen man ist das schön ich bin so begeistert ich habe noch viel mehr fabriken jetzt natürlich ach du scheiße ok noch mehr artillerie ja jetzt 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 sind wir groß industrieller geworden ab jetzt sind wir groß industriell und wir haben jede menge gummi ab jetzt können wir gummi verkaufen so moment wir kaufen aus vichy frankreich noch ein bisschen davon was bauen wir denn noch aus die haben noch jede menge stahl wie ihr gerade eben sehen könnt die wir uns alle noch schnappen können die stahl dinge die können wir alle noch ausbauen hier gibt es auch noch mal ein bisschen mehr aluminium nur die ressourcen die ich selber dringend gerade brauche hier nochmal ein bisschen ok das hat leider gar nichts gebracht egal eine eierlegende wollmix sau ja wir werden jetzt selber zur eierlegenden wollmix sau wenn wir alles richtig machen also ich kann jetzt hier er hat hier ein bisschen wie ihr sehen könnt bonisicher torpedojäger torpedofachmann ich will die trefferchance erhöhen so der zieht sich jetzt hier erstmal wieder zurück der muss das jetzt hier nicht mehr tun hier muss kein konvoiüberfall stattfinden wie sieht es aus wie viele minen haben wir gelegt 413 minen und hier 251 ihr seht es und die zahl der minen die wir legen wird dramatisch krasser dann lasse ich hier noch minen legen landdoktrin kann ich noch nicht weiter voran bringen wir haben 28.000 waffen bolivien wird neutral regiert wie man sieht so jetzt haben wir die ausländischen berater die wir kommen lassen können mal überlegen also wollen wir jetzt entweder nochmal 1,5 prozent mehr rekrutierbare haben aber die ausbildungszeit erhöhen und nochmal den faktor um 10 prozent oder wollen wir unsere armee wir sehen können noch mehr verteidigung geben und noch mehr angriff und organisation als die professionalisieren ich bin ja ein fan jetzt für professionalisieren weil manpower haben wir genug ich weiß nicht wie ihr das seht zwei professionalisieren oder? professioneller, genau also wir professionalisieren jetzt unsere armee und koren eine der vorletzten dinge das vorletzte was wir jetzt hier noch koren können für das erste währenddessen unsere armee jetzt da hoch geht wir stellen da oben ist jetzt die fake armeen auf die da die werden da hoch gestellt als nächstes fällt dann bolivien bolivien hat übrigens auch schon wunderbar hier seine ganzen äh fabriken für uns gebaut dankeschön herr german busch der hat eindeutig auch deutsche vorfahren gute handkündig unsichtbar übrigens also wie gesagt leute wenn es euch gefällt ne ich persönlich sage wenn ihr bock habt argentinien und diese länder hier zu spielen lohnt sich dieser dlc absolut und wenn ihr es euch günstiger holen wollt ne macht ausrufezeichen hoi4 in den chat oder wartet bis der bot durchläuft genau neun prozent rabatt neun prozent rabatt könnt ihr bekommen so ich will jetzt diesen angriff hier planen nein ich will eigentlich was macht ihr denn ja von da dann greift von da aus an was ist da schon wieder los ach mir fehlt schon wieder ein stahl ok krieg erklären bolivien ist auch kommentaren beigetreten das interessiert mich nicht die bohne bolivien kann überhaupt nichts also die werden hier relativ schnell fallen hier sind schon bote entstanden ich glaube dass ich meine agenten schon mal nach peru lege weil hier gibt es nichts mehr zu holen la paz wird gleich erobert wir verbessern nochmal jetzt hier unsere feuer überlegenheit ähm gut du gehst hier noch in die hauptstadt direkt rein hier habe ich jetzt halt keine kollaboration gemacht ne aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ob ich scoren kann das land es ist auf jeden fall ein riesenland ja kein riesenland meine ich also es wird wahrscheinlich nicht so dramatisch sein santa cruz könnt ihr euch jetzt hier noch holen ich finde es lustig dass ich diese fake armeen hier immer noch aufstellen kann ne ganze fake armee aber wahrscheinlich war es das jetzt hier auch gleich schon ja das war es nochmal 12.000 waffen bolivien ist weg hier hat es noch reste von brasilien übrigens die wir uns jetzt hier mal snacken werden und ihr geht hier ran die fake armeen lasse ich mal gerade eben stehen wir haben neue gebiete eine neue fabrik bekommen ähm wie sieht es aus ne die kann ich auch nicht integrieren das ist ärgerlich das ist wirklich ärgerlich dass ich die nicht integrieren kann äh äh ich habe vorhin schon was zu victoria 3 gesagt aber da warst du glaube ich noch nicht da ich wart gerade eben bei ähm victoria 3 wie es sich entwickelt weil ich nämlich ein bisschen unzufrieden war wie es in letzter zeit sich dargestellt hat also seit also der erste große dlc den fand ich ein bisschen enttäuschend so ungarn ruft groß ungarn aus ja wenn sie meinen wer bin ich ihnen das zu verbieten auch köpfchen und brachiale gewalt entschlüssen sie eine gewisse anzahl an schiffen cool äh ich brauche noch mehr schiffen ich weiß nicht ob ich dieses schiff jetzt hier noch brauchen kann aber ich habe bolivien jetzt hier noch bekommen ne ich würde nicht sagen dass es insgesamt enttäuschend war das so sehe ich das überhaupt nicht es hat sich bloß in einigen punkten sehr sehr enttäuschend entwickelt es kann aber immer noch besser werden zum beispiel habe ich auch eine zeit lang kein crusader kings 3 mehr gemocht aber inzwischen finde ich es wieder richtig geil also manchmal ist es auch einfach nur so eine phase oder die entwickler steuern um ich meine wenn sie umsteuern ist ja schon mal der richtige weg wenn sie den fehler kennen und auch umsteuern können ähm ich habe jetzt schon 50 weitere moderne taktische bomber oh jetzt kommen die modernen schusswaffen das ist noch zu früh wir brauchen jetzt militärpolizei aufgrund der aktuellen ausgangslage äh brauchen wir noch mehr stahl dann verbessern wir unsere schusswaffen noch mehr durchschlagskraft oder ne wir nehmen dann mehr weicher angriff für die normalen schusswaffen wir werden nicht so viele panzer glaube ich erleben sie haben auf es gibt auf jeden fall eigene modelle für einheiten mindestens für chile also die argentinie wie du siehst die tragen jetzt halt so deutsche helme aber ich glaube das ist sogar historisch einigermaßen korrekt zumindest kenne ich die auch so so jetzt geht er mal ran so jetzt geht er mal ran meine france geht da endlich rein ach ich kann da gar nicht rein weil da wieder der dschungel im weg ist ich vergaß ich vergaß freunde tja wie viele männer hat der einige ist die große preisfrage ob ich mit denen jetzt hier klarkomme so wir werden es aber auch hier flotten und invasions unterstützung jetzt hier machen aufhören das da zu machen warum machen wir flotten invasions unterstützung wenn ihr fragt ganz einfach wir bombardieren dann einfach jetzt hier ihre die truppen die ein land hier des wassers laufen so unsere armee ist nun professioneller und ab jetzt können wir nur noch spezialeinheiten verbessern theoretisch oder wir können uns jetzt hier mehr auf hitze akklimatisieren oder auf kälte ich wäre jetzt schon dafür das erzielen der hitze zu machen aber das machen wir nicht sofort so modernere flugzeuge hier genau die sollen die hiermit unterstützen so peru jetzt wird es unangenehm für dich erst greifen sie an dann greifen wir dagegen an wir fräsen uns durch sie durch so die hälfte von euch haut da drauf und die hälfte von euch geht auf das da drauf ich bin gespannt ob wir diese attacke durchführen können ihr seht hier dieses zeichen zeigt dass wir jetzt hier dass die schiffe die bombardieren küstenbombardierung sorgt dafür dass sie ganz schnell aufs dach bekommen wie sieht es aus mit der luft hoheit wir haben auf jeden fall auch die luft hoheit die marschieren da oben gerade eben durch das können wir später noch bekämpfen jetzt warte ich auf diesen zwei jahre voraus malus dass ich den los werde und ich überspringe dieses fahrzeug modell dadurch sofort so noch mehr logistik hier geht da ran und push dann von hier aus darüber so jetzt kann ich den letzten start hier noch integrieren und ihr bekommt noch mal ein paar männer dazu wie sieht es aus dem nachschub er ist immer noch okay ich kann mich nicht beklagen denn schreibt chile war das mit dem pickelhauben den m35 stahlheim älteren das liegt daran dass in chile alle heutigen offiziere schulen und kadetten anstalten sowie militär akademien von ersten preußischen offizieren und später von kaiserlichdeutschen generälen gegründet wurden was sich auch in ihre uniformen bis heute widerspiegelt mit je nach einer einheit et cetera mit pickelhaube oder den ich sag mal deutschen stahlhelm auch die uniformfarben schnitte et cetera marschieren auch zu preußischer gloria königskräzer das habe ich schon mal gesehen das ist youtube videos dazu gibt also aber das ist dann chile so noch mehr luft überlegenheit wir haben gerade schwierigkeiten da durchzukommen aber wir kommen voran die fahrzeuge weniger produktionskosten ne ich möchte mehr panzerung haben die sollen klar mehr panzerung bekommen oh gott noch viel mehr stahl jetzt machen die wieder einen gegenangriff demnächst geht mir das öl aus ich mache schon sehr viel öl und es geht mir trotzdem aus ok zieht euch mal zurück hier machen wir gerade eben einen saugeilen gegenangriff aber noch jede menge straßen gerade eben und ja uns fehlt wieder stahl ich kann machen was ich will schweden hat nicht genug stahl um uns alle zu versorgen ich glaube nicht dass wir dazu kommen werden denen ein eine kollaborationsregierung rein zu drücken oder oder wir könnten es versuchen ich probiere es wisst ihr eine ist besser als keine eine kollaborationsregierung ist besser als keine vor allem kriegen wir dadurch vielleicht den sieg schneller hin ja japan ist auch gegen die sowjets unterwegs was total wild ist die sowjets sind dadurch wirklich enorm unter druck das ist selten könnte sein dass sie deswegen down gehen die brain das ist glaube ich nicht möglich das ist glaube ich nicht möglich so wir machen noch mehr erdöl verarbeitung weil mir gefällt das gerade eben nicht dass wir so wenig öl haben so was bekommt der jetzt hier der wird es auch infanterie experte jawohl wir pushen die jetzt hier auch wieder zurück mal überlegen ich muss auch demnächst mal stationierte truppen hier noch machen damit ich jetzt hier irgendwann ich kann doch nur mein öl ausbauen ich sorge jetzt mal dafür dass lateinamerika einfach eine riesige pflasterstraße wird ich brauche gerade eben nicht mehr fabriken oder sowas in der art und weise ich brauche andere dinge ich brauche ressourcen fabriken bekomme ich jetzt durch die alle noch das wollte ich nicht kollaborationsregierung wollte ich machen kontakt zum widerstand kann man das irgendwie nochmal abbrechen egal scheiß drauf einer meiner generelle ist erkrankt toll wow in dem moment das ist jetzt mal wieder das glück das man haben muss also die mechanisch mechanisierten truppen haben wir uns jetzt geholt und jetzt hole ich mir einen zusätzlichen agenten platz aber wie gesagt ich habe es gerade eben ich habe es ja vorhin schon gesagt ich bin nicht der ansicht dass das geht ich habe keinen pfad dazu gefunden ach so ja aber das das geht aber dafür muss deutschland glaube ich schon besiegt sein das habe ich aber noch nie gemacht weil ich sage es mal auch direkt so ne also ich bin kein fan dieses mannes noch nie gewesen und wird es auch niemals sein und habe auch kein bestreben ihn irgendwo jemals in irgendeine machtposition auch nicht spielerisch zu liefen also wenn ich deutschland spiele das erste was ich mache ist gegen hitler wenden weil ich spiele nicht aus überzeugung nicht das ist einfach meine meinung zu dem thema mir ist egal ob andere leute das machen das ist jedermann seine eigene entscheidung ich mache es nicht ok marzipanbibel erklärt die antwort wie man es macht aber ich weiß es wirklich nicht das hat mich auch nie interessiert jetzt müssen wir mal gucken also die befreien also ich glaube nicht dass ich es schaffe hier eine kollaborationsregierung rein zu kriegen bezweifelt sehr stark ähm wo wir gerade eben dabei sind neue truppen zu machen warte mal ich kann euch doch als verteidiger nehmen ja euch kann man als verteidiger nehmen ich bilde diese sozialista aus als eine art heimatverteidiger die bilde ich aus um meine häfen zu beschützen ja da sind sie schon weg also ich hole mir ihre flotte und ihr land das war auch wieder einfach integrieren kann ich ja leider auch nicht ich kann das alles integrieren yes ich kann alles integrieren ok dann war es gar kein problem hier hat es 1,6 millionen menschen hier hat es 3,2 millionen menschen wir integrieren erstmal die 3,2 millionen menschen boah ey das ist ein richtiger schub das sind mehrere millionen menschen die wir jetzt hier bekommen ok der nächste deal ist dass wir jetzt uruguay uns schnappen werden das ist der nächste deal ich kann das alles integrieren leute ganz peru kann integriert werden 800.000 ja also diese 2,2 millionen werden auch noch sofort integriert äh leute wir werden am ende 10 millionen manpower haben das ist ja brutal wie viele waffen haben wir 68.000 knarren ok ich will noch mehr artillerie haben hallo schweden gibt mir zeug ich habe so viel spaß leute wenn ihr wollt mache ich auch länger heute ich habe wirklich spaß gerade eben das ist so geil ok akadol ist auch für länger ok normalerweise hätte ich um 10 aufgehört aber ne ich höre auch nicht um 10 auf ich möchte wissen wohin das hier führt das ist der wahnsinn ich habe nicht damit gerechnet dass ich die integrieren kann und das ist eines der besseren länder oh warte mal hier habe ich den zwei jahre voraus bonus oh geil logistik aufs maximum getrieben logistik aufs maximum und als nächstes machen wir dann auch noch die mechanisierte die beste mechanisierte die das spiel hat können wir dann schon machen guck mal an was wir alles hier für faktoren am laufen haben es ist so krass so warte mal dann holen wir uns jetzt hier sogar noch mal einen weiten ah hier genau alle panzer sehr gut ja ja ich weiß und ich ignoriere es mit kräften ich gebe mir wirklich alle mühe es zu ignorieren dass sie das wollen wir machen noch mal ein bisschen mehr stutzkampfbomber ich bin überlegen ob wir langsam aber sicher auch mal gezogene flack anfangen sollen ich glaube ich fange mal an mit ein paar gezogenen flack zu arbeiten ja irgendwann mal braucht man auch ein paar gezogene flack ja wie sie frankreich liefert jetzt nicht mehr dann hole ich mir mein kram aus den niederlanden aber ich kann auch meine flotten sachen hier noch weiter machen und wo wir gerade eben noch dabei sind ich möchte die neuen schiffe hier willkommen heißen das sind eher kleine schiffe aber auch ein paar u-boote so ihr macht weiter mit dem minen legen ich will noch mehr minen legen wir haben die abteilung für propaganda durch jetzt holen wir noch mal einen weiteren agenten platz und noch mehr entschlüsselungstempo apropos entschlüsselung nächste entschlüsselung die wir uns holen seit ihr 110 tage so wie gesagt wir trainieren das jetzt hier dass sie alle wieder fit sind dann holen wir uns hier für unsere artillerie noch mehr weichen angriff wo ist sie wo ist sie wo ist sie ich sag ja argentinien ist so geil zu spielen ist einfach nur purer fun so aber lasst jetzt erstmal trainieren wobei die verbessern ihre beziehungen dann aber nicht garantiert ich habe ein bisschen angst weil die demokratisch sind dass sie vielleicht am ende den alliierten beitreten das könnte uns die tour vermasseln das könnte echt ätzend sein so dann jetzt hier noch das dauert echt lange trotz dieses zwei jahre voraus malus ignorieren das ist seltsam ich mache es trotzdem ich mache es trotzdem so die flugzeuge noch mehr reichweite was soll es genau das ist absichtlich dass die alle ressourcen rausholen also ihr seht die haben jetzt hier schon 12 von 25 freigeschalteten plätzen hier die haben hier alle plätze in montevideo und die haben hier 14 von 25 plätzen ähm wir können ja mal gucken was die alle schon wirtschaftlich gemacht haben fast alles haben sie gemacht fast alles ja aber ich glaube tatsächlich ja wenn diese zwei militärfabriken würde ich noch nehmen aber ich weiß nicht woran sie arbeiten das ist immer sehr historische pfad wir sehen könnt ihr wahlsiege von colorado das ist was scheiß auf trainieren wir holen die uns sobald unsere truppen am start sind hey muran dankeschön für 17 monate vielen lieben dank wischi frankreich hat sich bulgarien als unseren verbündeten im krieg angeschlossen ok wenn ihr meint dann machen wir noch mehr military police oh wir können noch mehr koren wir koren jetzt noch das das ist auch ein millionenland so leute alle bereit ich speichere ausnahmsweise vorher mal wenn jetzt die amerikaner auf über uns kommen dann haben wir verkackt krieg erklären ach guck mal hier das ist übrigens die meldung die kommen würde wenn man uruguay angreift brasilien findet es nicht cool deswegen habe ich auch da so lange gewartet also wir werden jetzt hier super aggressiv zuschlagen so hart wir können und wenn wir glück sind haben sind wir schnell genug um ihre hauptstadt zu nehmen bevor sie irgendjemanden beitreten können noch sind sie niemandem beigetreten ich forse jetzt hier sogar den angriff was ich sonst nicht mache noch mehr fabriken noch mehr stahl geht da schnell rein wie dann kann das dauern ach ich bin ja auf pause ok die sind weg noch mal 32.000 waffen hier 18.000 waffen da uruguay kapituliert ohne dass sie sich irgendjemanden mal anschließen können langsam aber sicher glaube ich dass es sehr sehr geil werden kann was wir jetzt hier erreichen können so die glaube ich kann ich auch kochen oder ja die kann ich kochen ich kann die kochen leute eine million menschen 500.000 menschen 300.000 menschen das war ein wichtiger sieg dann würde ich jetzt als aller nächstes jetzt hier mir mal kolumbien anschauen ihr seht kolumbien hat zwei orte wo wir jetzt über den amazonas reingehen können dann machen wir das auch so angriff so und angriff so ihr trainiert aber schon mal ein bisschen ja ja das wird gekort ey leute ich sag's euch oh dankeschön meine frau hat gehört dass ich länger machen deswegen hat mir ein bisschen eiwurst und käse gebracht dankeschön also das nächste sporen wir auf jeden fall die guckt euch einfach mal dieses land an was mit diesen ich hab's übrigens schon krasser gesehen ich hab's nochmal 50 prozent krasser gesehen dann waren die beiden auch schon komplett voll ich weiß walter nur ich weiß oh wir brauchen gar nicht mehr so viel stahl aber mehr aluminium so jetzt gucken wir mal wie viele wir haben schon 5800 mechanisierte sobald die hier da sind und das ist jetzt der fall ähm so die bekommen auch einen eigenen feld schallmeilen einen der einigermaßen ja doch ein häuserkampf spezialist wäre da eigentlich ganz ganz gut ach den kann man nicht befördern okay ich nehme okay die kann ich kann viele nicht befördern also dann befördere ich einfach den da so und ihr ich hab irgendwie grad Mist gebaut kann das sein ja ich hab Mist gebaut so jetzt ist es wieder so wie es sein soll wo sind denn jetzt die da noch da sind die da noch so die bekommen jetzt die bekommen jetzt die den typen ich hab mich einfach nur doppelt und dreifach verklickt so dann bekommt ihr noch hier den da und der soll hauptstätte nicht unbedingt jede küste ich unbedingt jeden flughafen nicht unbedingt ja doch nachschubknoten soll der verteidigen also wir sorgen dafür jetzt hier dass unsere küsten verteidigt werden gegen feindliche beeinflussungen wie ich es nenne und dasselbe hier wahrscheinlich werden die männer dafür gar nicht reichen aber von anfang machen wir es jetzt mal so so ihr könnt es dann auch noch mal trainieren der kommt bekommt dann hier die defensiv doktrin sobald ich genügend punkte dafür wieder habe so ja ich hatte die falschen truppen ausgewählt korrekt beobachtet nö ist gar nicht so schwer nicht wenn du so viel manpower und so viele waffen hast ähm nun erschaffen wir eine neue division äh wo war denn das nochmal dass ich eine blänke division erschaffen kann hier leer also mechanisiert zwei zwei drei wir brauchen noch ein bisschen mehr aber ihr seht wir beginnen damit jetzt hier schon mal die zu erschaffen ich habe die gesamte südspitze vergessen ich habe die gesamte südspitze vergessen stimmt da unten danke für den hinweis jetzt ist sie krank aber das ist uns egal bevor wir da jetzt angreifen da sehen wir erstmal zu dass wir die leute fit gemacht haben für diesen krieg tag ist mastermind jetzt verstehe ich warum die amerikaner eine mauer um mexiko bauen die haben angst vor argentinien hashtag ironie ja also argentinien ist ein powerhouse das ist unglaublich das ist zwar jetzt 1942 ne aber ich würde behaupten mittelfristig könnten wir sogar wirklich mit den amerikanern oder auch mit deutschland konkurrieren so noch mehr panzerungsgrad für die fahrzeuge hier so und so naja bevor wir nach washington gehen müssen wir erst noch panama und so weiter angreifen das dumme ist halt dass die mexikanische opposition schon teil der alliierten ist also wir werden uns früher oder später mit den alliierten anlegen müssen führt kein wege dann vorbei guck mal wie schön umständig die hier laufen müssen und der nachschub hier ist die hölle wir können aber theoretisch jetzt noch hergehen und dafür sorgen dass dieser angriffspunkt für uns eben nicht die hölle wird hallo wie kann ich hier jetzt die dingens bauen jetzt einmal dahin und dann dahin nein das war falsch egal dann gehen wir halt noch da ein also gut ihr baut jetzt ganz dringend diesen knotenpunkt hier sonst haben wir nämlich ja wirklich nichts zu lachen ihr baut auch hier einen hin wie gesagt das ist uns sehr sehr ätzend wir bauen jetzt zwei knotenpunkte bevor wir da angreifen das können wir ansonsten herzlich vergessen ja so literische aufklärung moment das soll da bitte auch noch hin so 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 wir haben jetzt einen zusätzlichen agenten platz bekommen kampf nachschub mali auf kerngebiet ja das ist halt leider noch kein kerngebiet wo wir sind wir können noch mal ein bisschen mehr wirtschaft machen wir tun jetzt hier mal dieses abkommen nach verhandeln über das wir schon die ganze zeit gesprochen haben hat die eisenbahn nicht akzeptiert ja ich habe nochmal nachgemacht noch mehr boni für unsere waffen harter angriff und durchschlag ich kann leider nicht kündigen da muss ich glaube ich in einem anderen politischen fad unterwegs sein ich nehme an dass es dann einfach weg ist aber ich habe selber auch noch nicht ausprobieren können naja sie haben ja noch stahl sie haben noch stahl ey guck mal was wir hier für eine ausrüstung haben leute okay magnifik einfach nur gut ich kann auf jeden fall nochmal warte mal sechs sieben acht weitere von diesen gebrauchen äh wo sind sie hier dann ist diese truppe hier voll ich werde vielleicht sogar noch später eine zweite machen ich neige dazu bei solchen spielen also eine armee zu machen die die west und eine die die ost flanke des ozeans verteidigen muss die zahl der minen hier wird immer besser noch mehr u-boote was sind das hier oder das sind alles kleine schiffe interessant die halbier ich mal tue sie jeweils einer dieser flotten zu ordnen sehr sehr nice soundbuck okay moment danke für den hinweis das dauert kurz ich mag nämlich immer daran dass dann auch obs nicht sofort reagiert wenn ich auf ist klicke also es ist auf jeden fall ein obs das so viel kann ich jetzt schon mal sagen aus erfahrung müsste jetzt weg sein oder so dann koren wir mal dieses fantastische örtchen hier so also wie ich es vorhin schon gesagt habe mit dieser nation fängst du noch lange was mit deiner politischen Macht an nicht zu früh aufhören politische macht zu machen sonst fliegt sie auf die füße mhm 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 ist noch viel zu früh modernste artillerie jetzt bitte ja ähm ich wollte gerade eben nochmal in meine armeen reingucken die haben schon sehr sehr viel dann die gebirgsjäger denen fehlt noch so einiges jetzt werde ich euch erstmal erstmal halt nein quatsch zurück mechanisiert und ja es geht halt wieder nur ein mechanisiert ich muss nochmal warten bis wir noch einen weiteren xp haben aber das dauert nicht ewig jetzt ist es schon da und dann kommen ja noch zwei artillerie rein und noch die ganzen unterstützungsbataillone ob er jetzt stellenweise misst ja aber es ist immer noch die beste kostengünstigste variante mhm 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 und da haben wir einen dritten Agenten so bei Kolumbien werde ich auf jeden Fall rangehen und nochmal einen äh zu machen wie heißt ihr wisst was ich sagen will eine kollaborationsregierung machen was das kost ganz genau noch zu früh das kann man schon machen nachtsicht holen wir uns jetzt hier an wir holen uns jeden fall auch jetzt hier von den beiden jetzt hier ihre chiffre und jetzt achtet mal gleich mal darauf was passiert wenn das hier gekocht wurde nicht so sehr die manpower gleich die fabriken wir haben nämlich schon gleich 200 fabriken und was hier 206 sind daraus ist geworden 206 fabriken noch mal neun mehr an militärfabriken die wir nutzen können einen gewissen punkt kommt man auf die idee dass man vielleicht auch mal jäger bauen könnte und wenn es nur ein paar sind so waffen die vierfach mgs die vierfach mgs die vierfach mgs die vierfach mgs ja wir produzieren es auch ein paar jäger nicht viele aber ein paar wobei wir können doch tatsächlich so machen dann will ich noch mehr von denen und noch mehr davon so zivilfabriken haben wir schon volle drei stacks laufen ihr seht hier sind auch schon sehr sehr weit jetzt hier beim bau mit diesen nachschub knoten der wahnsinn dass das ist ja alles unser ist wir haben die militärpolizei verbessert verbessern sie noch weiter dann können wir hergehen die heraus knüppeln hier anschließen dann holen wir das reicht noch nicht das ist zu teuer aber was ich schon mal machen kann ist jetzt schon die logistik kompanie rein so wunderbar ich habe gebirgsjäger ja ich weiß so wir haben das ding jetzt hier nach verhandelt wo ist es erst mal finden bei all diesen sachen hier oder das hier genau oder jedes ist auch nicht das hier ist es das eben mal brand abkommen also auf einmal haben wir noch mal minus zehn prozent konsum güter das ist saugeil hat sich das auch hier noch mal was ja guck mal das hat uns jetzt noch mehr ressourcen für uns jetzt hier eingebracht super super genial oder es haben wir hier noch es haben insgesamt schon vier also das ist fast so als ob du sie sowjetunion persönlich spielst was wir gerade eben erleben noch mehr infrastruktur das erledigt sich eigentlich gerade eben selbst während das nicht in dieser infrastruktur arbeite so ich war das darauf bis jetzt hier wie gesagt die armee erfahrung haben und ihr macht direkt ist eine kollaborationsregierung mit kolumbien dieser wenigstens eine moment wir machen weiter was ist der nächste größte start der da der hat auch noch ein paar nette fabriken die wir nicht alle nutzen dürfen so und wie gesagt da holen wir noch mehr raus ja das hier wird immer natürlich noch mal also wir müssen auf jeden fall truppen haben um das ja alles ganz schnell zu erobern weg sobald wir mit den alliierten stress bekommen der stresstest mit den alliierten der kommt wirtschaftliche steuereform dann machen wir noch das da schnell genau mehr als fünf millionen manpower und das nur bei umfangreich was glaubst du was passiert wenn ich auf alle erwachsenen umschalten dann haben wir 15 oder 20 millionen mann das ist ab einem gewissen punkt einfach nur noch oder von russland zauberer sowjetunion hat kann das auch oder indien ja aber wir haben auch einen absurden faktor ich meine schaut euch mal diesen quatsch an wir haben plus 165 prozent effektive gesamte mannstärke das heißt bei uns ist also wir haben noch mal 65 prozent mehr frauen die kämpfen naja also 65 prozent der frauen kämpfen bei uns wir schließen jetzt die artillerie ab zumindest was die forschung angeht und holen uns jetzt hier noch mehr weicher angriff das hat uns natürlich noch ein bisschen mehr stahl wiederum gekostet und was haben wir jetzt hier noch am start jetzt haben wir die ersten jäger glaube ich aber wir haben noch mehr luftnahe unterstützung hau raus die unterstützen die hier verbesserte luftnahe unterstützung luftnahe unterstützung einfache luftunterstützung einfache marinebomber okay ich habe noch keine ahnung warum ich noch keine kampfflugzeuge habe aber die füllen wahrscheinlich gerade eben erst die lage von den anderen auf so also du bist schon mal bereit ist hier für den angriff leningrad ist gefallen die brauchen noch kurz ein paar minuten die trainieren hier immer noch aber sind bald fertig die sind jetzt auch schon top trainiert wer fehlt denn hier noch ständig irgendwas ganz unten ne die sind auch fertig die sind alle fertig also der angriff auf kolumbien kann stattfinden sobald wir diesen knoten hier fertig haben wann ist der fertig im august ja die frage ist halt müssen wir wirklich so lange warten oder glaubt ihr wir schaffen das so die habe kaum truppen okay ich glaube wir können einfach so angreifen das hier läuft noch bis zum 7 august ja mal gucken wir schnell noch ist unsere armee oder unsere agenten ich glaube die armee ist schneller die verhungern hier die können hier gar nichts machen die armen teufel ich gebe mir schon mal obama plünderer nee ich gebe den festungsknacker kolumbien ist auch kommentaren beigetreten ja wenn sie das unbedingt wollen ich habe nur angst davor dass sie vielleicht was dummes tun in den alliierten beitreten moment mit einem krieg modifizieren natürlich jetzt auch noch die da ich hätte hier gerne motorisierte aufklärung und pioniere will ich nicht nein aber ich möchte hier mobile artillerie bataillone haben naja wie gesagt nee das koren hängt daran nicht das koren hängt nicht an der kollaborationsregierung das ist einfach nur eine entscheidung die ich hier treffen kann und das werde ich dann sehen ob ich sie treffen kann das weiß ich tatsächlich noch nicht ob ich die koren kann das wird sich alles noch herausstellen also ich mache jetzt halt auch den versuch für euch damit ihr das später wisst wenn ihr das spielen wollt so meine luftnahe unterstützung kann auch verbessert werden genauso wie auch ihr noch mehr effizienz für luftnahe unterstützung der gegner in der ganzen sache ist ich kann natürlich auch noch meinen angriff stoppen ich weiß aber auch gar nicht ob ich das bis zum 7 august schaffe die wahrscheinlichkeit ist sehr sehr groß dass ich es nicht schaffe ich opfe mich häufig für die wissenschaft das wisst ihr doch so in straßen investieren das mache ich jetzt wir bauen gerade eben auch ein arsch voll infrastruktur ganz im ernst das lohnt sich für uns das zu tun nein aber wenn du die kommentaren sind kannst du sie nicht koren doch ich kann sie koren ich glaube ich kann aber im notfall also du konntest schon immer koren auch außerhalb der kriege ich glaube ich mache jetzt mal raketen artillerie habe ich schon lange nicht mehr gemacht ja aber niemand kann auch bei anderen bei anderen nationen koren und das ist hat nichts damit zu tun dass in einem bündnis sind halt ihr bleibt jetzt immer stehen der angriff wird jetzt hier abgebrochen ihr greift nicht weiter an bis zum 17 august ein künstlicher stopp wie gesagt ich glaube nicht dass es daran hängt das wäre mir neu so diesen jetzt auch gekort wir sehen können das korn wir gerade eben diese kollegen hier und dann haben wir immer noch genügend was wir auch noch koren können jetzt auch noch mal 1,78 million menschen und 800.000 ach du ahnst es nicht also wie gesagt wir wir warten jetzt bis das hier durch ist 7 august ist das ziel die haben also noch mal jetzt hier einen monat schonfrist von uns bekommen so einen dünnen kirchen stopp genau der uns den krieg kosten wird so venezuela machen wir genau das gleiche ich bereite sie schon mal da drüben vor mit dem agenten netz es ist so gut dass man sich einen dritten agenten holen kann leute es ist einfach so gut so dann bearbeiten wir das noch noch mal eine mechanisierte und noch mal und das ist jetzt noch nicht ganz fertig ein bisschen was muss da noch rein aber das ist jetzt hier unsere elite das ist jetzt hier unsere elite und ich bilde dafür jetzt mal eine ganze fucking armee aus die wir dann hier raushauen werden so noch mehr militärfabriken und man wieder noch ein paar gewehre an dieser stelle wir haben es gar nicht gespürt dass wir was rausgenommen haben für dieses training dieser elite na die hier lasse ich gerade eben mal die können sowieso nicht vorrücken so lange hier nicht dieser knoppunkt da ist sowie wir investieren jetzt hier in diese straßen und ihr können jetzt hier noch mehr ressourcen produzieren auch hier wäre noch mehr nachschub knoten möglich gewesen ja wenn das brauchen dann jetzt dann machen wir es ganz schnell jetzt weil es kann gut sein dass wir noch mehr nachschub knoten bauen müssen an der einen oder anderen stelle zum bleistift hier wenn wir noch angreifen wollen da will ich auf jeden fall auch noch mehr nachschub knoten haben dann haben wir noch mal eine beschleunigung für die nachschub knoten am start aber wir können wieder loslegen hier die musik würde sie ich finde sie drollig ich bin drauf und dran zu sagen wir machen trotzdem fettlazarett trotz unserer mail power so wir haben schon den 25 juli 43 so mehr nachts sicht das ist auch noch ein bisschen art früh ich glaube wir das ist auch noch zu früh wir holen uns jetzt noch mehr industrie moment ich muss kurz was antworten kurz mit dem management kurz noch was gechattet da sind schon meldungen seit stunden da jetzt haben wir es also wir haben die kollaborationsregierung hier abgeschlossen perfekt das heißt also wir haben jetzt hier eine cola und dann schicke ich euch jetzt schon mal darüber dann könnte die nächste vorbereiten unsere attacke geht also jetzt weiter meine mehrere kollaborationsregierungen werden sich besser aber wer hat die zeit und die agenten das alles zu machen so nachschub ist immer noch nicht so geil er sind einfach zu viele soldaten in einem fleck und ich sehe gerade eben ist auch noch ein fehler im system irgendwie sind wir dann nicht angeschlossen okay das ist total seltsam hier gerade eben was zur hölle ich habe keine ahnung was da gerade eben das problem ist ich habe wirklich keinen schimmer so jetzt der konnte gerade irgendwie nicht anschließen das ist keine eisenbahnlinie doch das spiel zeigt mir aber an dass es eine eisenbahnlinie wäre guck mal hier das ist eine eisenbahnlinie das ist klar eine eisenbahnlinie ach nee das ist es nicht was ist es dann das ist eine flussroute oder das ist dann wahrscheinlich eine flusstransportroute das ist was neues das ist was wildes was neues ja wir machen das so also die ganzen eisenbahnlinien kommen jetzt alle mal nach oben hin dass das auch alles hier wunderbar miteinander verbunden ist und ich keine kopfschmerzen mehr bekomme zu viele bäume das kann auch sein so wir haben in der zwischenzeit venezuela vollständig entschlüsselt dann können wir dir noch vollständig entschlüsseln und euch noch wie nah sind sie in der niederlage kolumbien ist fast dauern neu ist das nicht okay dann habe ich vorher noch nie gesehen schlicht und ergreifend jetzt sind sie weg kolumbien ist weg da oben hat es noch tatsächlich ein paar sowjet einheiten wir kämpfen mit diesem krieg wer ist der wahre sowjet wer ist sowjetter als die anderen sowjets the most sowjet country please als nächstes wie gesagt geht es richtung venezuela und in venezuela warten wir so darauf dass ich jetzt ja auch die cola anfangen kann hat sich ja eigentlich hier kann ich nichts integrieren wie man sieht da geht nichts ich habe aber wieder neue fabriken dadurch jetzt hier zur verfügung gestellt bekommen tja dann so gut so mehr schiffs fabriken boah das ist halt echt die preisfrage da wollen wir halt auch so was wie zerstörer rümpfe bauen und wasserbomben ich weiß gar nicht was der kann der torpedos ich fange jetzt wirklich an schiffe zu bauen geleitflotte ich fange jetzt wirklich an solche schiffe zu bauen why not so wer müssen die eisenbahn investiert nun investieren wir in ein bisschen mehr aluminium ich bin roter als rot ihr seht auch übrigens was ich auch machen kann ich kann jetzt hier zum beispiel hier militärberater einladen das sorgt dafür dass meine armee noch mehr organisation und noch mehr divisionsgeschwindigkeit bekommt kampf das muss ich auch noch alles machen das sind so krasse boni guckt euch das mal an mehr angriff armee aber ich muss erst mal koren also dieses spiel ist nicht zu ende 1945 ich bin der meinung du kannst dich hier wirklich mit allen anlegen bewegungsgeschwindigkeit zu land ja ich möchte hier den geschwinkt bewegungsgeschwindigkeit zu land verbessern so jetzt haben wir das hier auch gut jetzt geht ihr da rein ihr bekommt die zweifelhafte aufgabe hier noch mehr zu beschützen dürfte auf dauer knifflig werden da sagen die agenten die agenten sagen es dauert noch ein bisschen infrarot genau natürlich nur für den führungsanspruch des weltkommunismus richtig so wie gesagt wir haben über 200.000 waffentendenz steigend lkws nehmen gerade eben ein bisschen ab vielleicht sollte ich in absehbarer zeit mal noch mal eine weitere lkw fabrik in an spruch nehmen wir machen noch eine dritte lkw fabrik ach scheiß drauf lass es hier sein verdoppeln jetzt auch unsere lkw produktion wir sind wieder bei 500 bei 5 millionen mann manpower so jeden moment ist es soweit bei 50 prozent können wir die kohle ab anfangen da ist los geht's hier gibt es übrigens auch noch einen punkt wo sie uns ärger machen können aber da werde ich wahrscheinlich dann nachher die einsetzen nachschub hier sind über überraschend gut gerade eben so das wird euer angriffs bewegungs vektor wir kogen natürlich noch weiter hier gibt es auch noch mal 800.000 menschen die alle gekort werden wollen die wollen aufhören hier bürger zweiter klasse in unserem land zu sein ab 17 uhr wald hahnung ab 17 uhr ich bin jetzt auch ich mache noch mal so eine ganze bande hier also wir bilden noch mal ein riesen bunch an diesen truppen hier aus so viele wie wir können na die reichen nicht mehr ich muss jetzt wirklich eine ost west verteidigungslinie machen eigentlich am liebsten eine west eine ost und eine nord das wäre das sinnvollste drei armeen gruppen drei armeen um lateinamerika vor feindlichen übergriffen zu beschützen produktionskosten erhalt der wollten muss ich hier noch was nach setzen ne noch habe ich nichts ok im grunde kann ich die jetzt hier schon raushauen einen neuen general geben der hier der ist ein spezialist für verbundene waffen zumindest kann ich einen daraus machen halt ihr stellt euch mal hier so auf mit denen und dann trainiert ihr da erstmal bis die schwarte kracht noch mehr produktionserhalt es gibt atomwaffen aber ich benutze sie sehr sehr ungern ich finde sie sehr unsportlich noch mehr harter angriff jetzt haben wir die neuen modernen fahrzeuge und da bin ich auch der meinung da können wir auch noch mal ein bisschen was an den produktionskosten schrauben und die zuverlässigkeit nach oben jetzt muss ich kurz warten bis ich die 55 punkte habe vor mal der date nochmal wir machen es jetzt erstmal ganz normal die ganz normale stufe 3 variante das sind jetzt die besten die aber auch ganz schön was kosten wie man sieht da kommt auch schweden an seine grenzen so wir haben das feldlazarett erforscht das feldlazarett kommt jetzt in alle unsere einheiten rein so nummer eins dann auch hier ach gott die haben noch nicht mal logistik feldlazarett und später brauchen die noch aufklärung so wie lange braucht ihr für die kollaboration wird immer noch vorbereitet dauert also noch ein paar tage bis es überhaupt los geht lkw jetzt wird es knifflig mache ich lieber mehr durchschlagskraft oder mache ich lieber mehr durchbruch ich glaube ich mache lieber mehr durchbruch so denn wir wollen ja schließlich gewinnen noch wenige tage okay wir haben die aluminiumproduktion ausgeweitet jetzt werden wir noch die stahlproduktion ausweiten jetzt wo wir mehr aluminium haben seht ihr hat sich jetzt hier die situation insgesamt ein bisschen entschärft für uns und wir können später auch noch mehr ressourcen abbauen gab es nicht auch einen starken organisation schaden dass man danach direkt angreift leicht durchkommt ich verstehe die frage gerade eben nicht so hundertprozentig ich muss mal gucken wie viele die kann ich schon raus knüppeln perfekt ich habe jetzt schon jede menge flachs ich nehme den da der bekommt jetzt hier von mir die ehrenhafte aufgabe den ja er hält jetzt hier den osten also er darf das hier halten bis hier ja ne am anfang erstmal das da und er hier muss das jetzt hier nicht mehr tun das muss er nicht mehr tun hier unten überdecken sie sich halt ok leute dann darf er ja auch wieder trainieren hallöchen arithmetik und alle anderen willkommen so jetzt läuft bis zum 7 februar das heißt wir können zur jahreswende angreifen die nächsten fabriken möchte ich tatsächlich dann mal anfangen auf raketen artillerie zu setzen oh yes wir wollen ein bisschen raketen artillerie haben ich habe 7000 flaggeschütze da muss man doch was mit machen können ich packe jetzt hier noch flaggeschütze rein in meine truppen ich habe mit den sowjets immer noch krieg es sind einfach die sowjets so wie gesagt zum jahreswechsel greifen wir an oh warte mal jetzt ne mir fehlt auch gar nichts das spiel ist glaube ich langsam aber sicher wieder mit sich selbst ausgelastet so wir haben nochmal eine weitere korung jetzt koren wir oh was ist das denn ach das sind relativ wenig menschen hier ich glaube hier leben glaube ich mehr genau ich konnte ich integriere gerade eben ich integriere wir wollen noch mehr ressourcen jetzt aus unserem land rausschlagen teilweise wankt es hier immer noch 7 februar dieses spiele ja es gibt immer wieder manchmal probleme hier warte mal ich mache das jetzt einfach mal so mit schweden wehe schweden du hörst irgendwann auf mir zeug zu schicken einfache warum habe ich nur luftnahe unterstützung transportflugzeug marinebomber ich dachte ich baue seit ewigkeiten jäger aber warum kommen die jäger nicht an ach weil immer noch 20 fehlen ja ok wir füllen immer noch die jägerstaffeln auf genau ich führe fehlgeleitete personen zum wahren fahrt richtig genau panama kanal sprengen die frage ist bloß warum sollte man das tun so als reinen troll move oder so wenn man es kann das stimmt auch wieder so wieder etwas gekurrt noch mehr stahlproduktion und jetzt kommt er noch die jacke mientos petrofiolas fistiales das sorgt dafür dass ich noch mehr forschungsgeschwindigkeit industrie bekommen was ein bisschen arg spät ist ach das ist ein industriekonzern da kann ich dann die ressourcen noch beschleunigen was ist das hier noch effizienz baugeschwindigkeit fabrik leistung wir wenden uns jetzt an die großmächte wir holen uns darlehen von den großmächten die wir vorhaben zu bekämpfen so raketen artillerie wird noch besser man freue ich mich da drauf oh wir haben schon januar ja dann wird es zeit ok sie sind mit niemandem verbündet werden von niemandem beschützt jetzt geht es los ist mir egal was die hier machen die können jetzt durch den dschungel laufen das wird ihnen nicht gut bekommen durch diesen dschungel zu laufen behaupte ich in meiner allumfassenden arroganz hier ja ich muss nur gucken dass sie nicht vor dass ich nicht vor dem 7 februar sie besiege und dann kommt die panama kanal nummer 323 seeminen haben wir jetzt hier schon 600 seeminen geil ich will auch hier sehen ihn haben das macht die amerikaner richtig fertig es könnte sein dass ich vielleicht ist ein bisserl arg schnell bin also ich muss vor karakas anhalten das sehe ich jetzt schon kommen ich muss vor karakas anhalten gleich kann ich den letzten integrieren und dann kann ich mir noch mehr kampfboni holen durch ausländische berater kurz sind auch wieder 75 die seeminen keine blindgänger sind wohl war feldlazarett wurde nochmal verbessert wir verbessern das noch weiter ich glaube wir schaffen es gerade so pünktlich mit dem dingens hier fertig zu werden bevor karakas hier fällt also die truppen sind auf jeden fall rausgeknüppelt ich will noch nicht dass sie angreifen warte stopp mal stopp mal ganz ganz kurz stoppt den angriff ich wäre zu schnell gewesen wie so oft ja das hier wird es ja gleich noch spannend werden über venezuela und hier kann ich dann eine zangenbewegung fahren dem fehlen noch 14 die ich noch ausbilden muss hier für die gesamte abdeckung und wir haben es wir haben es wir haben es ein agent wurde verwundet aber das ist alles halb so wild also jetzt wo der hier verwundet ist machen wir panama als nächstes und im grunde usa kann ich gar nicht so okay wir machen panama panama ist nämlich eine üble engstelle eine ätzende engstelle so rück weiter vor beendet es die letzte korung die sind auch noch keinem beigetreten ich soll mich erst mal gegen stalin wenden ja wäre auch eine idee die haben gar keine flotte die haben gar keine flotte die venezuela war okay na dann hätte ich es nicht damit gerechnet so ein riesen küstenstreifen und keine flotte da ihr seht es hier also ich kann die nicht koren das hat also nichts damit zu tun dass die irgendeinem bündnis beitreten sind es ein festgelegte länder die man korn kann und ihr seht jetzt kann ich ja darlehen aufnehmen bei manchen der nationen so jetzt gucken wir allerdings auch noch dass wir noch ein paar weitere militärboni bekommen jetzt kann ich nämlich diesen hitzebonus in der akatama wüste mir hier schnappen also hier diese darlehen bewirken für 70 tage verliebe ich erstmal politische macht und auch konsumgüter bekomme dann aber den modifikator internationales darlehen hinzu sorgt dafür dass ich insgesamt weniger politische machtkosten pro tag generiere was ich kacke finde bekomme aber wie ihr sehen könnt einige effizienz der ressourcenproduktion ich persönlich will aber erstmal das da unten machen weil ich glaube das macht sehr viel mehr spaß hier sind noch ein rest von brasilien lol die haben es glatt geschafft da nochmal truppen zu produzieren ich bin überrascht anders kann ich das nicht sagen ja also russland kapitulierst du halt auch nicht so schnell mal ne das große problem ist klar ich könnte es da drüben versuchen anzulanden das wäre eine möglichkeit der witz des guck mal das deutsche reich ist so stark dass die die amerikaner und briten sind noch nicht angelandet hier normalerweise sind es schon längst da normalerweise sind schon längst da die sowjetunion hält gegen die alle stand die haben aber auch richtig truppen ich sag's euch also der gedank ist der warte mal also ich glaube warte mal warte mal ich brech das hier nochmal ab wisst ihr warum ich hole mir hier die kälte schließlich genau weil wenn ich die sowjets bekämpfen muss dann ist die kälte wichtiger als hitze dann ist kälte zu widerstehen wichtiger krieg stand mit stalin der deutsche italienisch äthiopische krieg ist es wahrscheinlich oder nee das ist ein anderer der südamerikanisch sowjetische krieg die sowjetunion ist schon ziemlich weit kapituliert ich könnte de facto also damit ich könnte einen wertvollen kriegsbeitrag leisten also wenn ich es irgendwie schaffen würde eine see an landung zu machen die sagen wir hier bei vladivostok hittet oder die hier hittet das wäre möglich das wäre eine möglichkeit bevor ich mich mit größeren leuten anlege mal gucken die sowjets haben da bestimmt nicht viel wilde nummer ich sag's euch das wird eine wilde nummer der alleine der versuch sind überhaupt truppen drin keine division jetzt sind es 10 ich muss mehr landungsboote haben für diesen spaß ich mache gerade eben schon brasilien weg keine sorge das schaffen die auch mit dem rest der truppen ach so ja das mit dem training sollte ich vielleicht mal sein lassen wenn die die hier gerade eben hauen und mal kurz mal auf zu trainieren das training ballert mir gerade eben alles weg operation wilde nummer genau nennen wir das operation crazy horse crazy seahorse wer ist nicht besser die mechanische infanzit zu schicken anstatt die fußgänger wegen der besseren mobilität ist auch ein argument dass ich nicht abstreiten kann ich sag jetzt mal dass sie damit wieder aufhören soll aber grundsätzlich hast du recht ich schicke jetzt die mal alle dahin aber ich brauche auf jeden fall dann noch die anlandungs operation dass ich nochmal also dass ich insgesamt mit 24 divisionen aufschlagen kann das heißt also ich muss nochmal meine ozeanischen fähigkeiten ausbauen mit den niederlanden wieso soll irgendwas mit den niederlanden sein ich weiß nichts mit den niederlanden also haben wir auf jeden fall hier die kalt akklimatisierung so ich kann ja noch mehr wir sehen könnten noch mehr planungsmöglichkeiten bekommen wenn ich jetzt diesen pfad jetzt hier runter gehe ob sie herrschaft machbar ist ich denke schon ich denke sie herrschaft ist machbar wir haben eine durchaus ansehnliche flotte also ich behaupte das ist machbar es ist knifflig keine frage aber machbar würde ich schon sagen ich mache jetzt hier überall damit ich hier so ein bisschen scannen kann da überall wo so ein ozean ist möchte ich eine scan option haben das ist ein größeres schiff dazu noch gekommen geiler die reichweite der flotte könnte ein problem werden du hast recht es sei denn die japaner geben mir landungsrechte die sind nämlich im krieg mit denen ich könnte versuchen von den japanischen inseln aus anzulanden durchmarsch genehmigung dann kann ich von den japanischen inseln aus machen wir machen es von den japanischen inseln aus nicht von hier sondern von hier okay ich kann es noch ich kann es hier irgendwie gar nicht warum kann ich das nicht sind die japaner doch nicht im krieg mit denen ich habe keine ahnung mit wem die alles im krieg sind bei den sowjet ist das überschaubare deutschland italien doch ich habe doch der mörb hat mal wieder sich vertan so dann schicke ich nämlich meine flotte hier dahin und euch auch dann müsste es gehen genau total historisch starkes maß die argentinische invasion der sowjetunion von japan aus wer kennt sie nicht diese geschichte des wahnsinns panzer ne das will ich alles nicht ich hole mir jetzt als allernächstes hier wie ihr sehen könnt angriff armee das ist das hier großer schlachtplan oder noch mehr divisionsgeschwindigkeit angriff panzer noch mal ein prozent mehr rekrutierbare bevölkerung jetzt geht es aber los angriff art ich nehme noch mehr angriff artillerie leute das ist das was wir nehmen werden und zwar achso ich kann es noch nicht ah das kann ich nicht machen weil die deutschen mich ablehnen also das heißt ich kann wirklich nur das ja ich kann nur das machen artillerie ok damit kann ich leben verteidigung artillerie nochmal zehn prozent verteidigung angriff artillerie nochmal fünf prozent kann ich absolut mit leben genau wir sind die ein prozent so dann gebe ich denen aber da drüben auch ihre die ganzen flugzeuge mit die eigentlich jetzt die hier gerade eben hat weil die brauchen wir hier nicht mehr die ganzen flugzeuge können jetzt alle den hier unterstützen soll ich wie gesagt schickt die dann schon mal darüber dann kann ich jetzt hier wieder sehen könnt ihr noch mal mehr befehls macht multiplikator mir holen ist ein weiter weg für die aber immerhin plant er schon mal er plant immerhin schon mal also wie gesagt leute na falls ihr auch bock auf diesen dlc habt macht ausrufezeichen hoi4 in den chat da bekommt ihr einen rabattcode die euch 9 prozent sparen dass bei games planet jetzt haben wir hier zu viel wieder und wir kaufen aus japan noch mehr zeug so jetzt haben wir eigentlich jeden bonus den wir haben können nur eine sache noch das wäre mir wichtig das hier zu haben das wird ein teurer angriff den wir jetzt hier planen so wir machen noch mehr militär noch mehr militärfabriken ich weiß nicht ob ich noch mehr militärfabriken brauche ich bin ein fan von jetzt hier jede menge luft verteidigung na wir sorgen jetzt mal dafür dass unsere gebiete alle eine gute verteidigung haben nur so rein aus prinzip falls es irgendwann doch zum äußersten kommt sind wir vorbereitet jede menge dacca hier im dschungel ich glaube das ist schon mal eine ganz ganz gute sache so dann kann ich jetzt hier noch mehr produktions obergrenze für die waffen nee ich möchte noch mehr durchbruch für die waffen haben so noch mehr durchbruch wir können die landdoktrin ja gleich auf schock und furcht ändern und die sind inzwischen fast schon da fast ja das wird ein spaß jetzt hier gleich das wird ein spaß okay wir haben jetzt die modernen artillerie raketen dann machen wir noch mehr luftabwehr so modernsten ihrer art mach's gut zauberer schön dass du da warst so in vier tagen kann er theoretisch angreifen wenn wir hier angelandet sind müssen wir sofort einen hafen bauen wir müssen einen hafen bauen wie wir noch zuvor noch nie einen hafen gebaut haben ich sag's euch also de facto können wir jetzt loslegen ich will jetzt dass ihr die flotten landungsunterstützung hier macht ihr macht dasselbige go ich habe keine ahnung ob es klappt es kann sein dass es hier einfach zu weit weg ist ich ahne dass es zu weit weg ist dann muss ich diesen formalitäten angriff nochmal neu planen verdammt wir müssen ihn neu planen das nervt dann werden wir es dieses mal hier versuchen so wir deaktivieren das hier gerade eben nochmal also dann werden wir da an landen auch recht noch mehr durchbruch für die waffen ok schade ich dachte wir könnten direkt los schlagen aber das war wohl nichts was ist denn da das problem ich glaube da tun mich die sowjets eventuell ein bisschen hier belästigen ich glaube die sowjets belästigen mich hier gerade eben ich könnte auch insgesamt mal weniger machen und hier noch aus australien mir gönnen gut neuseeland diversifiziere jetzt amazonas oder sibirien hauptsache argentinien einsatzführungskommando und jetzt kann ich wie ihr sehen könnt ihr nochmal ein bisschen mehr maximale planung und planungsgeschwindigkeit hinzufügen damit sowas in zukunft schneller geht das hier wird halt leider noch eine weile dauern ne aber ich denke dass wenn ich mit 10 hier ankomme hier dürfte keine verteidigung sein und ich sofort etwas baue hier dann haben wir vielleicht eine ganz ganz gute chance und 10 zu verlieren ist nicht so schlimm wie 24 zu verlieren aber normalerweise dürfte jetzt hier hinten in sibirien der sowjet nicht viel haben normalerweise hat er da nicht viel verteidigung panzer aber das ist nur für 38 tage aktiv ich mache mal verbesserte bedingungen verarbeiter weil mir langsam aber sicher die stabi auf den keks oh ich kann auch mehr integrieren ich kann die jetzt doch integrieren das kam mit verzögerung nochmal 1,5 millionen nochmal 1,7 millionen wow es sind ne menge ok sagen wir wie es ist so ihr verteilt euch hier noch und im kern holen wir uns jetzt nochmal so eine ganze armee ja das da oben wird dann werden die das da oben alles dann halten jo Don Leon ist ein großer Fan vom Brückenkopf in Kamtschatka wo war es nochmal ganz genau Kamtschatka ja aber da komme ich ja nicht hin da komme ich ja leider leider nicht hin du meinst der da ja der wäre eine Idee aber da komme ich ja auch nicht hin also ich komme da einfach nicht hin das ist mein Fluch es ist zu weit weg noch mehr Produktionserhalt und wir können die Landdoktrin jetzt hier auf Schock und Frucht wechseln das kostet ja 10 heiligsblechle guten Abend Josh grüße willkommen hier bei Argentinien das sich übrigens fantastisch spielt so wir integrieren gleich nochmal ein bisschen ihre weitere Staaten noch mehr Ressourcen bitte jetzt können wir mal gucken wer hat die meisten ihr hattet glaube ich 1,5 und ihr hattet 1,78 also ihr werdet als nächstes integriert wir sind Argentinien äh und haben 5 Millionen Mann Manpower obwohl wir schon einige Soldaten im Feld haben oh nein einer meiner Agenten wurde gefangen genommen äh ich stelle gerade eben fest dass ich einen Fehler gemacht habe ich sollte eigentlich jetzt hier gegen ja das war ein dummer Fehler äh ich versuche dich jetzt hier rauszuholen mit ihm und sie schicke ich jetzt schon mal zu den Sowjets unser Plan muss jetzt sein die Sowjets hier aufzuklären wenn wir jetzt anfangen die Sowjets zu besiegen oh es geht los der fährt einfach so Leute helft mal mit der ist einfach losgefahren völlig ohne Vorwarnung Abfahrt ja das heißt es gab hier überhaupt gar keinen Feind hier oh da sind Truppen drin Frauen in der Luftfahrt erhöht nochmal den Faktor der rekrutierenden Bevölkerung nochmal um 10% ok das war der wichtige Teil jetzt bauen wir hier einen Hafen der so groß ist wie ganz ich habe keine Ahnung mir fällt nichts ein wie ganz Russland so wir sind schon mal hier schicken schon mal einen Teil unserer Truppen zum absperren hier wie lange braucht der Hafen das schöne daran ist die erste Stufe eines solchen Hafens braucht fast nie lange Ortung Mobilität also ich glaube wir schaffen diese Anlandung ja wir sind drin Amphibisch haha der hatte ja sogar schon den Invasor wie gut ist das denn ich gebe ihm hier diesen Küstenbombardierungsbonus ok ich gebe zu dass ich das damit nicht gerechnet hatte ähm mein Plan ist es jetzt mit denen jetzt hier so schnell wie möglich dieses Gelände jetzt hier zu besetzen und sobald dieser Hafen fertig ist holen wir den Rest noch nach natürlich haben wir jetzt hier massive Versorgungsprobleme jetzt haben wir die Landungsfahrzeuge cool besser spät als niemals ähm noch mehr Ressourcen vorbereiten vorbereiten go baut schneller baut schneller baut schneller yes wir haben den Hafen wir haben den Hafen Leute wir haben jetzt erstmal den Hafen die sollen jetzt erstmal hier ganz ganz kurz stehen bleiben und wir holen jetzt alle Mann da ran so wir haben die verbesserte Flak ähm was ich hier gerne hätte wäre noch ein Flughafen wir schenken den Russen jetzt einen riesigen Flughafen so rein aus Prinzip machen wir das jetzt hier und auch noch ein paar Scannerli wo wir gerade eben dabei sind dann hätte ich ganz ganz gerne hier nochmal ein bisschen mehr Infrastruktur so und wir sind jetzt hier über der Stahlgrenze die wir brauchen also unsere Versorgung wird besser ich warte jetzt natürlich trotzdem noch ganz kurz ab bis der Rest der Truppe da ist äh die Hälfte von euch kann schon mal dahin fahren und ihr schon mal dahin und wir greifen schon mal hier an die Truppen hier die die Sowjets haben sind uns in keinster Weise gewachsen aber dann brauche ich doch wieder 20 mehr so man wollte mich veräbbeln ihr wollt mich veräbbeln man Schoko gibt mir auch nochmal ein bisschen Zeug so die sind jetzt alle da du fährst jetzt noch hier hin und du noch da oben hin und du noch da hin ich sag mal so wenn wir den hinteren Bereich jetzt hier komplett haben dann haben die Sowjets ein riesen Problem die haben gleich ein riesen Problem die ersten Flughäfen sind schon da mit den Flugzeugen so Leute jetzt wird es noch absurder wir haben jetzt 1,75 Prozent rekrutierbare noch mehr Fabrik Leistung Baugeschwindigkeit Luftabwehr Befestigungsbemühungen ich mache mal Befestigungsbemühungen das geht schnell und das ist ein pauschaler Bonus komm wir machen auch das hier noch hin weil ich es kann Eisenbahn und Nachschubknoten erst wenn ich ein bisschen was erobert habe das große Problem ist nämlich ich muss erstmal ein bisschen vorangekommen sein um hier das wirklich nutzen zu können so du gehst schon mal dahin du haust die hier schon mal raus ohne Stadt macht die ein Essenbahn nur halb so viel Spaß wie so das so ich kann noch mehr Luftwaffen Boni mir gönnen jetzt hole ich mir hier noch mehr Bodenunterstützung Gott sind wir langsam unterwegs so meine Schiffe stehen jetzt hier bereit was können wir denn noch machen also wie gesagt das hier wird immer größer ich bin jetzt dann doch drauf und dran zu sagen ja why not zap ich mache schon mal die erste Eisenbahn dahin ne direkt eine Zweier Eisenbahn ähm warum nicht warum nicht einen schönen äh Versorgungsknoten hier noch hingesetzt in Südamerika noch die Rohstoffe Moment ich kann hier nochmal Öl machen und natürlich noch Koren nicht vergessen zu koren Leute wir koren noch weiter wir koren bis es uns aus den Ohren rauskommt so die Befestigungsbemühungen sind durch koren und bohren ja dann ich gehe auf eigene Flugzeuge bringen bringt noch mehr Fabrik Leistung nochmal 5% mehr Fabrik Leistung Leute was können wir hier noch machen was uns weiterhelfen kann ja ich weiß was ich mache ich werde hier eine krasse Befestigung jetzt hier noch reinballern dass uns keiner hier aufs Dach steigen kann egal von welcher Seite das Ding hier wird abgesichert als ob es Helmsklamm wäre das ist unser Helmsklamm so Mörbsklamm genau so wenn ja die Balearen wurden an Italien abgetreten spannend so ne wir holen uns jetzt hier noch mehr Aufklärung wir rücken hier bereits schon vor die Sowjets versuchen jetzt ihrerseits anzugreifen manche von unseren Truppen haben ja eine schlechte Versorgung wieso es kann sein dass die Russen uns jetzt hier gerade im Ärger machen äh ich glaube ich mache jetzt hier mal Gleitschutz hier und baue jetzt hier schon mal ein paar Minen hin also die können jetzt hier mal gerade mal aufhören hier die Minen zu machen mir wäre es wichtiger das da oben gerade eben zu machen das hier kann weg Gleitschutz so selbiges hier das hier kommt weg Gleitschutz damit unsere Leute ja nicht anfangen dumm zu verhungern so so wir haben jetzt nochmal 72 von denen ey was war denn das dann kommst du an diese Positionen ran einmal zweimal dreimal viermal fünfmal sechsmal sieben acht neun zehn elf zwölf die dürfen natürlich jetzt erstmal noch mal trainieren ihr müsst könnt aufhören das hier zu machen hier lassen also eine Überschneidung zu an dieser Stelle ihr müsst ihr macht ja auch eine Überschneidung perfekt unsere Verteidigungsanlage ist jetzt quasi ready ihr trainiert ihr trainiert bald haben aus we survive nirbs klappen das würde ich erst gesehen haben so moment wir machen noch mehr von denen hier ich habe schon 2000 davon das heißt jetzt für mich leute wenn ich jetzt hier schon 2000 habe ich jetzt schon 2000 haben wir machen wir machen noch mehr von denen hier dann gönne ich denen jetzt hier auf jeden Fall jetzt endlich mal das Feldlazarett die Raketenunterstützung und die Luftunterstützung so wunderbar dann kann ich noch mehr Militärfabriken bekommen durch inländische Flugzeugbauer ja ich glaube ich baue den ein bisschen jetzt hier Sibirien aus so rein ins Prinzip ich baue jetzt auch zu hause noch jede Menge aus es gibt noch so viel was ich machen kann so und jetzt wollen wir uns den letzten Integrationsprozess so leute aber jetzt müssen wir noch diesen Angriffsvektor planen also der Angriffsvektor sagt klar dass wir in diese Richtung vorstoßen werden allerdings haben wir immer noch eine sehr sehr beschissene Ressourcensituation ja die Versorgung ist gerade eben unterirdisch und ich verstehe teilweise nicht warum ich verstehe gerade eben nicht warum die Versorgung so kacke ist naja wir gucken mal ob wir es irgendwie hinkriegen ne im Hafen auf LKWs umstellen also ich mache es jetzt mal so ich meine klar ich kann auch beim Hafen auf LKWs umstellen ändert ein bisschen was doch ja ändert was aber eigentlich ist es immer besser das bei der Armee zu machen so unsere Gleitsch unsere Schiffe können zum ersten Mal hier verbessert werden cool unser Schiffsbauer und unsere Artillerie wird auch vollendet jetzt hier unten mit noch weniger Produktionskosten Durchbruch und noch mehr Verteidigung kann ich eine Richtlinie wählen ja kann ich Finanzmittel Produktionsmittelbedarf wird reduziert allerdings auch Produktions aus dem Malus noch mehr Zuverlässigkeit Forschung durch militärische Industrielle plus 20 ich nehme die Organisation plus 20 Prozent mehr Organisation für eine Armee ganz im Ernst es ist ja die Hafenstufe die wichtig ist Leute wir bauen den Hafen aus aber eigentlich kann es daran nicht liegen daran kann es nicht liegen sind wir ehrlich das ist das ist Quatsch es kann nicht daran liegen dass ich angeblich zu wenig Häfen habe das halte ich für absolut Kokolores es könnte in Sibirien selbst liegen ja das ist wahr das sehe ich auch so aber das würde dann halt auch bedeuten dass die Russen selber auch an diesem Problem zu knabbern haben hoch du gehst da noch hin du da und ihr könnt hier hin zurück gehen liebe Agenten auf nach Russland wir machen jetzt auch in Russland Kollaborationsregierungen so ja stimmt die Russen haben auch sie haben sogar schlimmere Versorgungsprobleme als ich also wie gesagt ich warte jetzt darauf dass ich das hier und das hier noch genommen habe und dann bin ich eigentlich schon geistig drauf und dran zu sagen dass ich diese Armee auch umwandeln will ich wandle diese Armee um in eine mechanisierte so und dann sollen die jetzt hier kurz mal trainieren ich fächere sie gerade eben mal hier auf damit sie nicht verhungern und jetzt kann ich die Gewehre hier noch mit mehr hartem Angriff versehen und ja ich erlaube ihnen jetzt bei mir hier anzuladen ich meine sie haben es mir ja auch erlaubt die kommunistischen Argentinier helfen den faschistischen Japanern wer das komisch findet hat das Spiel nicht verstanden fliegende Festungen nähe wir nehmen agile Flugzeuge oder 2 nee dann nehme ich mir lieber nochmal die mittleren Flugzeuge vor weil ganz im ernst ich habe schon genügend leichte Flugzeuge Boni ich kann nur noch ein leichtes Flugzeug entwickeln so du beeilst dich jetzt hier mal du schließt dich da auch schon mal direkt an ich glaube teilweise sind es nur diese hier die hier noch Versorgungsprobleme haben und gar nicht so sehr die da also wir pushen jetzt mal die waren sofort erledigt instant na wow ok ob ich in Argentinien selbst einen Hafen habe der groß genug ist oh das ist ein verdammt guter Einwand das kann auch eine Engstelle sein ähm ähm fast der war auch schon auf Stufe 7 mein Haupthafen Buenos Aires ähm fast also im Kern haben wir genügend oh ich habe noch nicht mal alle Forschungsboni mir geholt der Gag an der ganzen Sache ist dass ich nicht einmal den Alliierten den Krieg erklären muss so jetzt haben wir die fortschrittliche Flak dann holen wir uns noch mehr Boni für die Pioniere noch mehr Schiffsboni auch wenn ich die teilweise gar nicht nutzen kann noch mehr Luftüberlegenheit hier ich habe hier klar die Luftüberlegenheit so die kommt auf den Schienen zurück hm F4 drücken ja ich habe erwartet dass es hier raus geht ich habe erwartet dass es hier raus geht ist ja auch mein Haupthafen das ist exakt das was ich erwartet habe ah ich brauche gar nicht mehr so viel Stahl wie ich gerade realisiere wie sieht es jetzt hier schon wieder aus Moment noch bessere Luftabwehrgeschütze jetzt kann ich doch wieder mehr Stahl kaufen meine Fresse aber ich habe das Gefühl dass die Alliierten verlernt haben wie man einen D-Day macht in diesem DLC ich glaube das können die nicht mehr ok du hörst jetzt auf zu trainieren ihr kommt jetzt hierher euer neues Ziel ist es Freunde hier zu sein wir bewegen die Truppen noch mehr Truppen jetzt hier zu den Sowjets Military Police noch weiter verbessern ich habe immer noch 5 Millionen an Manpower Na Darlehen werden wir nicht aufnehmen wir können noch mehr Öl entwickeln taktische Luftwaffe als nächstes würde ich mal sagen Armee Unterstützung noch mehr Bodeneffizienz Luftüberlegenheit Angriff Bodenziele das ist genau das was wir tun genau das was wir wollen man muss genau hingucken dass man erkennt dass hier was passiert eventuell warte ich jetzt auf die anderen so noch mehr Organisation und noch mehr Moral für meine gesamte Infanterie Na die sind wie gesagt jetzt hier auf dem Ozean unterwegs dem hier sage ich jetzt zum Beispiel dass er weniger Nachschub nehmen soll zweimal weniger Nachschub so jetzt haltet ihr mal gerade eben mal an denn wir kommen kaum hinterher hier hier wie ihr sehen könnt die Versorgungslinien zu erschaffen jetzt müssen wir kurz mal inne halten also das hier wird auf jeden Fall noch eine langwierigere Sache Leute davon können wir glaube ich ausgehen und deswegen würde ich vorschlagen machen wir das am Montag weiter denn ich wollte am Montag Cards of Iron 4 spielen wir haben 50 Minuten länger gemacht als ursprünglich geplant wie gesagt ich persönlich sage ich kann diesen DLC definitiv empfehlen es gibt ein paar kleine Schwachstellen wie gesagt kein Fokus für Rakanui obwohl man es spielen kann kein Fokus für das Inka Reich für El Dorado die man auch ins Leben rufen kann über Chile der Rest aber es ist es ist so Spaß und aus meiner Sicht wie gesagt für Anfänger insbesondere Argentinien so toll geeignet ihr habt auch gesehen wie flüssig dieser Fokus Baum funktioniert hat das ist so selten es ist nicht nur übrigens der der kommunistische der so gut geht auch der neutrale funktioniert so fantastisch also ich bin sehr zufrieden mit diesem DLC und ich bin gespannt was ihr dazu sagen werdet wie gesagt Montag machen wir weiter mit der Fanny Edelmann ich wünsche jetzt allen eine gute Nacht wie gesagt Ausrufezeichen HOI in den Chat oder wenn ihr auf dem Map Uncut zuguckt unten in der Videobeschreibung und damit speichern wir